Wir wollen Mortal Empires, wir wollen Mortal Empires. Ich bin gestern über eine offizielle Statistik von Statista gerutscht, darüber wie viele Followerzahlen österreichische Streamer im Schnitt haben und ich bin einfach nicht gelistet. Die haben mich über... Ich existiere nicht für die. Es ist einfach so... Hä? Weißt du, was dein Problem ist, Peter? Ich glaube, dass du sprichst zu sehr Hochdeutsch. Ja, 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 das ist das Problem. Du klingst nicht österreichisch genug. Und dann... Aber bitte, bitte, bitte ändere das nicht. Wenn es je irgendwie ein relevantes, wichtiges Ranking bayerischer Streamer gibt, bin ich auch raus. Und dann muss ich mir einen bayerischen Dialekt aneignen. Also wenn das halt je wichtig wird, wenn, was weiß ich, Markus Söder anfängt, riesige Fördergelder rauszugeben an bayerische Streamer und dann wird gelistet, wer sind wichtige bayerische Streamer und dann kommen sie nicht auf mich, geht mir unglaublich viel Geld durch die Lappen. Ich glaube, bevor Markus Söder nach Twitch Streamern sucht, fängt die Welt an zu brennen. Wait, das ist gar nicht unwahrscheinlich. Der Ozean hat schon gebrannt letztes Jahr. Vergiss, was ich gesagt habe. Die Welt allgemein, also... Nee, komm, bitte, ich will nicht weiterreden. Lass uns... Lass uns... Wir wollen nicht über Brennen reden, wir wollen ins ewige Eis. Ich muss noch kurz Pipi machen gehen, aber ich habe schon bereit geglückt und ich bin gleich wieder da. Jawohl. Und man muss halt auch sagen, also ich habe sie ja jetzt neben Jodie stehen sehen. Es ist das eine Pferd aus dem Reitstall und man muss halt echt sagen, das Pferd steht ihr. Ja, da kann auch Johnny nichts dagegen sagen. Die Verbindung ist ganz schlecht bei dir, also ich würde da echt mal restarten. Also ich kann da ganz wenig Wort dazu verstehen. Ich fahre durch den Tunnel, ja, ja, ich weiß. Es ist... Puh, schwierig. Es wird in Johnnys Chat auch geschrieben, warum immer Pferde? Was ist mit den Eseln dieser Welt? Nein, nein. Aber das... Ich weiß nicht, ob das... Also so vom reinen Romantik-Faktor her der Freundin einen Esel kaufen... Ich glaube... Man könnte jetzt ein Böses unterstellen, ne? Bin ich absolut stupid? Das ist doch jetzt schon wieder falsch, ne? Nee, das sieht eigentlich richtig aus. Ja, aber das ist nach der Schlacht, die ich ja nicht simulieren wollte, sondern spielen wollte. Also das ist quasi am Ende der Runde, aber wir... Ich hatte ja vor der Schlacht... Das kann sein, dann hast du das... Dann gehen wir noch mal raus. Dann gehen wir noch mal raus. Kein Problem. Aber wie sieht es denn jetzt? Sag mal, Pia, sind wir sicher, dass er dieses Schachturnier gewonnen hat? Also... Hast du... Mal nachgefragt? Also Kim hat halt noch kein Pferd bekommen, also wer weiß. Ja. Ja, es stimmt, es stimmt. Ich kann es schwer beurteilen, also... Ja, hast du Kontakt zu Toni? Hast du sie mal, also... Ja, vielleicht sollte ich sie mal anrufen und fragen. Ja, ne? Also, es klingt auf jeden Fall nach einem Notfall, wo man jetzt einfach mal spontan anrufen sollte, ohne Vorwarnung. Ja, Toni. Weil der quasi am Freitag jemanden sucht, ich habe mich dann gemeldet und dann hat sie gefragt, wie gut ich bin. Ich meinte so, boah, ich habe ja drei Monate nicht gespielt. Ich denke, ich bin so gut wie Vlesk. Und das kommt vielleicht... Und dann hast du Vlesk rasiert. Hast du ihn wegrasiert gegen den Strich? Nee, er hat verloren gegen den, den ich im Finale besiegt habe. Weg rasiert habe. Ja. Gegen den Strich. Dann hast du ihn ja quasi indirekt mitrasiert. Also, ähm... Weil du hast den rasiert, der ihn rasiert hat. Also, wenn ich mir jetzt meinen Bart rasiere, hat dann Kim indirekt ihren Bart rasiert oder meinen? Was? Wieso Kim? Was hat denn jetzt Kim damit zu tun? Hat der immer noch kein Pferd bekommen? Die Beinhaare rasiert. Ist dann der Teufelskreis auch da? Wegen rasieren und rasieren. Aber du hast ihn doch nicht fertig gemacht. Ja, da war der jetzt auch nur sprachlich gemeint. Ich meine... Ja, aber was soll das denn sprachlich bedeuten? Du bist so verwirrt, Johnny. Also, das geht wirklich gar nicht. Ich bin immer noch mental gefangen hier, ne? Ich habe einfach Angst, dass du meine Beziehung wieder auseinander treibst. Jetzt bin ich schuld. Okay, okay, gut. Das Sprecher-Game ist offen. Also, man muss ja, glaube ich... Also, Johnny, du kannst ja... Dankeschön, Bigetti für die 13 Monate. ...einen optimistischen Punkt haben wir ja. Vielen Dank. Weil ich glaube, Pia hat dir eine recht klar verständliche Bedingung gestellt, unter der sie dir erlauben wird, diese Beziehung weiter zu behalten. Eine Bedingung. Ja, ja. Also, die Frage ist halt jetzt eben, wie ist das denn mit dem Pferd? Wie viel kostet denn so ein Pferd, Pia? Also, kann er sich das von seinem Schachpreisgeld leisten? Ja, also, auf jeden Fall. Was? Natürlich. Was möchtest du denn für ein Pferd kaufen? Ich würde gerne Jodie kaufen. Dann sagt die ja nicht, ja, hier kannst du haben. Ja, gut. Ob sie Jodie verkauft, ist eine andere Frage. Das glaube ich nicht, dass das so einfach geht. Aber ein Pferd wie Jodie quasi, von der Art und Ausbildung und allem, kriegst du schon so um 3.000, 4.000. Ja, aber da kommen ja noch ganz viele Kosten dazu. Ich wollte sagen, das Problem bei Pferden ist ja weniger, dass der Einkaufspreis vom Pferd, sondern eher der, also, du musst es halt auch füttern. Damit da hinten was rauskommt, muss oben auch was rein. Aber hat denn Toni schon gesagt, Johnny, ob es ab jetzt regelmäßig geschafft wird? Also, ich sag mal, Zugzwang hab ich einmal mitgemacht und da wurde ich nie wieder eingeladen. Oh, okay. Aber gab's da relevant viel Preisgeld? Darum geht's ja jetzt hier. Ach so, nee. Also, ich weiß nicht, ob sie noch hat. Ich würd mich mega freuen. Ich wär auch voll gern wieder dabei. Ich würd das so lustig finden, ey. Das denke ich mir. Für 10.000 wär ich auch bei Sachen mega gern wieder dabei. Ja, ja, das ist dann wieder. Also, ganz ehrlich, ich würde das so witzig finden, wenn du dir einfach ein Pferd holen würdest unter der Prämisse, dass du es dir mit Preisgeldern von neun aufkommenden Schachturnieren finanziert hast. Das wär der Hammer. Also, es wäre sehr verantwortungslos und offiziell muss ich da jetzt ganz laut protestieren, aber inoffiziell find ich die Idee rein fiktiv sehr amüsant. Ja, also. Okay. Ähm, ja, seid ihr bereit? Ja. Ja. Nach ewigen Zeiten, es tut mir wirklich leid, ne. Ich hab noch nie sowas gestartet. Äh, wir führen ein Gefecht. Äh, die Verluste sind mittel, es ist ein knapper Sieg. Darf ich bei den Gegnern rein? Es ist ein Gehenschlag. Höhö. Höhö. Okay. Ähm, ja, also die Armee, ich hatte das ja schön in Paint aufgezeichnet, ne. Ja. Die besteht quasi nur aus Eiswachen und Bären. Ähm. Wir haben aber noch ein bisschen anderes Spielzeug. Also, es gibt ein Patriarch. Äh, dann gibt's die Mülltonne. Aber die Mülltonne ist richtig ausgelevelt, ne. Also, es ist quasi alles, alles gemächt. Was ist die Mülltonne? Bären und Eiswachen, äh, helfen kann. Ach, du meinst den Hauptdude. Jaja. Mhm. Mhm. Äh, oder wie wir ihn auch genannt haben, Gandalf of Crack oder so, ne. Also, was auch immer der jetzt gibt. Die Mülltonne ist schon, ist schon korrekt, ja. Ähm. Okay, ja. Und die, die, die sind auch erfahren, ne. Die sind alle Rang 6 oder 7. Ja. Und, ja. Ja, wir haben quasi nur eine Armee, weil... Garbage Gandalf, yo. Und wir haben, die, die Helden, zwei von ihnen reiten auch schon auf Bären. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Ähm. Und wir, wir haben auch noch einen, einen Elementar-Bär. Du kämpfst gegen Korn. Mhm. Gegen einen Blutdämon. Ja, viel Spaß. Der hier auch auf, schon auf so einem, diesem Korn-Motorrad sitzt. Nee, nee, ich meine das fliegende Vieh dahinter. Oh. Ja, stimmt. Ja, Izzy hat quasi gar keine Chance. Mhm, ich glaub auch. Salmonellenrudi, das ist einfach echt, sorry, ich musste das gerade laut vorlesen. Bei mir im Stream heißt jemand gerade einfach Salmonellenrudi und das ist einfach ein großartiger Name. Bitte, bitte kocht eure Hühner, bevor ihr sie esst. Diese Erkenntnis ist auch eine der ersten Sachen, die ich als, äh, vielen lieben Dank. Als Streamer hatte, Leute können dir halt, also wenn du, wenn du natürlich, wie es sich gezeamt, dich für Abos bedankst, dir sehr viel Albernes in den Mund legen. Einfach mit ihren Namen, die sie sich erwählen. Ähm. Da, da haben sie eine gewisse Macht über dich, auf jeden Fall. Das kann man so durchaus argumentieren, ja. Heute hat bei mir zum Beispiel jemand namens Saumagenschluri abonniert. Alter, Saumagenschluri. Vielleicht könnte der sich mit Salmonellenrudi ganz gut verstehen. Das ist ganz furchtbar. Okay, ich stehe viel zu weit vorne für unsere Taktik. Ja, das Problem ist, hinter uns ist halt auch der Wald. Das ist nicht so super easy. Wir haben links einen Hügel, den wir nutzen können, aber der hilft uns auch nicht. Okay. Wir sollten uns halt, finde ich, vor den See stellen, oder? Dass die durch den See kommen müssen, wenn, wenn, und dann von den Eiswachen bombardiert werden. Ja, dann, dann lass mal hinter den, hinter dem See gehen. Das, das klingt ganz gut. Jetzt hat Sollbruchstellenrumbel abonniert. Oh, das wäre auch gut, weil dann ist auch die Mütze weg. Das wäre, das wäre übelgut, ja. Sollbruchstellen. Also dann steht mal quasi in der Mütze eine kleine Lücke, dass da noch Bären durch können. Ich meine, am besten ist, glaube ich, du stellst erstmal die Armee nach deiner Taktik auf und gibst uns dann die Leute. Ja, das, das, ja, ja, das übernimmt wieder die Kontrolle. Ja, Sekunde, ich habe... Okay, dann nimm es mir wieder weg, ich bin auch gar nicht beleidigt. Warte mal, ich bin so... Jetzt ist deine Freundschaft, deine Beziehung zu Kim schon wieder weg. Ja, ich finde das schön, dass meine... Ich dann nur auf die Gunstern... Aber dafür... Warte, ich mach das jetzt... Ich habe heute meine erste Theorie-Unterrichtsstunde immer für meinen Führerschein und ich freue mich mega drauf. Ich wollte das ganz kurz hier loswerden, weil ich muss irgendwo hin mit dieser Begeisterung. Ich bin fast mutig zu sagen, ey, ich mach das in Berlin, so, ne, das ist schon... Wo soll ich es denn sonst machen? Ich wohne halt hier. Ja, ich meine, du hast ja vorher auch genug anderen Städten gewohnt, ne? In einer und dann kam, also, erst hatte ich kein Geld, dann hatte ich keine Zeit, dann fing Corona an und ich war so, ich warte, bis Corona vorbei ist. That was the joke und jetzt bin ich in Berlin. Na gut, das ist leider sehr überzeugend. Okay, also, ähm, Pia, ich geb dir einfach die Zauberin, ne? Da hast du ja immer viel Spaß mit. Hallo nicht, die Mama. Ich würd dir, würd ich den Elementarbär noch geben, ne? Jawohl. Zauberin, das ist mein Vibe. Jawohl. Na, und dann ist die Grundidee... Mein Job ist erstmal einfach da zu stehen, sie zu beschießen und deine Bären durchzulassen. Ja, also, die Bären kommen quasi rechts und mittig durch, weißt du? Jawohl. Und dann wartest du quasi, bis die Bären gehitzet haben und dann rennt ihr nach hinten. Darf ich? Wenn du nach hinten rennst, dann kannst du quasi den Elementarbär witzig nutzen. Ja. Okay, so ist die Taktik. Ich muss mir kurz mal das Zauber durchlesen. Bist du dir sicher, dass du das so machen möchtest? Sehr, ja. Also, ich hab gestern Nacht sehr lange wachgelegen. Okay. Also soll ich keine Kritik äußern? Ja, doch, bitte, immer. Kavallerie in Warhammer funktioniert am besten, indem du rein und raus rennst damit. Das heißt, nur mit den Bären reinzulaufen könnte potenziell problematisch werden. Das heißt, du musst zwangsweise rein und raus. Bei dem Versuch rauszulaufen ist es gut möglich, dass Einheiten vorbeikommen. Deswegen ist die Frage, ob es Sinn machen würde, die Bogenschützen trotz allem gestaffelt aufzustellen, dass, wenn was durchbricht, wir uns nicht komplett die Range verscheißen, sondern vielleicht nur von ein oder zwei Einheiten und die anderen immer noch schießen können. Das darfst du gerne machen. Das ist überhaupt kein Problem. Cool. Da hast du meinen Segen. Aber im Best Case passiert es einfach nicht. Aber ich bin gerne für ein Worst Case zu haben. Okay, ja, dann laufe ich im Zweifelfall ein bisschen weiter vor mit was. Ja, das... Ja, ja. Jawohl. Ich werde mich hellenhaft davor schmeißen, hoffentlich. Cool. Ansonsten kenne ich die Zauber hier noch nicht. Verursacht mäßigen... Aber du... Naja. Jetzt... Ich glaube, ich habe jetzt die Leute mit interessanten Namen getriggert in allen drei Chats. Ja, ist strong, ne? Bei Pia Kopf kaputt, der Chillige. What the fuck? Jetzt fühle ich aber... Ja, total. Dankeschön, Kopf kaputt, der Chillige. Vielen lieben Dank für die zwei Monate. Das ist super lieb. Pia, ich würde dir auch einfach noch die Möte oder geben. Dankeschön, dankeschön. Vielen lieben Dank. Ansturmabwehr eine große... Ach, vorbei, nee. Wir teilen uns einfach das Mal an. Ich wollte gerade sagen, hast du das Gefühl, dass die Mülltonne irgendwie zu mir passt? Oder wieso möchtest du mir die geben? Äh, wow. Ähm... Ist eine gute Frage. Hm. Ich, äh... In die Schlacht würde ich einfach sagen. Töten wir sie. Ich würde auch einfach sagen, in die Schlacht. Okay. Danke, danke, danke. Danke schön nochmal. Jawohl. Es gibt Pferde-Leasing. Was? Was? Chat, was? Es gibt Pferde-Leasing. Warum hat mir das niemand gesagt? Jetzt haben sie's dir gesagt. Wie lustig. Okay, wir haben ein Problem bei deiner Taktik. Ja, der hat Artillerie, ja. Nee, die warten genauso auf uns, wie wir auf sie warten. Ja, da warten wir jetzt erstmal ab, ne? Hat der denn Artillerie da hinten? Nee, ich glaub nicht. Er hat eine Schädelkanone, aber das ist totaler Crap. Also, da kann man einfach warten, bis die... Also, wenn der seine Munition verballern will, kann man das machen. Die Schädelkanone ist... Die sind nicht in Range. Die können nicht schießen. Oh, da kommt voll, voll bei euch. Da kommen Einheiten. Nee, er wartet auf seine Verstärkung? Kann das sein? Nee, nee, da kommen Einheiten hinter dir, Maurice. Da kommen immer noch Einheiten hinter dir. Oh. Dann... Das ist ja sehr wild. Alter, das ist ja... Elementar wäre einfach ein Menschen-Breakdown alleine. Ja, was ist denn das? Greift die an? Aber absolut abgeholt, muss ich sagen. Ich meine, die können halt nix, diese Einheiten, aber... Ja, aber er hätte trotzdem was machen können, statt einfach nur zu sagen, guck mal, hier bin ich. Das stimmt, das stimmt. Grundlegende Frage. Warum sind deine Einheiten alle erschöpft? Ja, das ist eine schwierige Gesamtkonstellation. Ah, okay. Weil der hätte eigentlich eine Verstärkungsarmee hier. Ja. Sind da leider... Kommen die jetzt? So, ich glaube, das ist die Frage. Na los. Na los. Na los. Warum kommen wir da oben? Ich meine, Korn muss ja eigentlich kommen. Der hat ja fast nur Nahkampf. Ja, aber wir greifen an. Also muss ja nicht kommen. Das stimmt, das stimmt. Der Seelen-Zermalma von Korn sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Aber er ist auch wie ein Streamer, er hat keine Beine. Also ich glaube, er wird jetzt seine Seelen... Jetzt ist er mit der Schädelkanone in Reign. Nee, nee, er tut auf den Patriarchen schießen. Die kann aber wie gesagt nix, wie man sieht. Hallo. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum Korn mit einer einzigen Einheit so tut, als wäre er fernkampferffin. Weil auch dieses ist Artillerie, die letztlich auch eigentlich in den Nahkampf gehen will. Das ist, wie Korn Artillerie macht. Ja, ich befürchte, wir müssen ein bisschen näher ran. Der scheint jetzt nicht so motiviert zu sein. Das ist ja schon gut. Wenn er nicht kommen will, dann ist es halt ein bisschen schade, weil es halt eine gute Sache über den See gewesen wäre. Aber wir können ihn ja sonst tatsächlich mit unseren Eiswachen einfach beschießen. Ja, ich meine, er wird sich schon umentscheiden, sobald wir den See verlassen. Aber finde ich auch ganz cool, dass die KI nicht strunzt. Oder ich provoziere ihn mit der Zauberin. Ja, das kannst du auch aufmachen. Give me a sec. Ja, der Patriarch hatte jetzt hier zum Provozieren gar nicht so viel gehabt. Oh, da kommen wieder Einheiten, aber er bespürt sie direkt in die Bären rein. Nein, das ist nicht so die schlaueste Idee, die jemand je hatte. Nö. Hallo. Es ist, ich meine, die Bären sind auch hungrig, ne. So geil, die werden reinbeschworen und fangen direkt an wegzurennen. Das haben sich vielleicht auch anders vorgestellt. Sie hocken da so im Chaosreich des Korn und so endlich, ja, das Portal öffnet sich. Wir können endlich Blut vergießen. Dann kommen sie raus und dann stehen da einfach irgendwie 10.000 Bären. Und, ja. Ich glaube, ich habe, also sie mögen Frauen weniger als Männer. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Wirklich, auf jeden Fall direkt eine Menge. Na gut. Also ist Korn auch noch ein Sexist? Naja, das ist ziemlich frech, ey. Das ist, das ist echt ziemlich frech. Warte mal, jetzt. Oder ich wieder um hier. Und nun hat bei mir Baumkopf Holzfaust abonniert, der diesen Namen wohl von einem der zufallsgenerierten Diablo 2 Feinde hat. Das finde ich auch sehr respektabel. So, kommen die jetzt? Da kommt was. Rechts. Sie kommen. Sie kommen. Da kommt ihre Reiterei. Da musst du mit den Bären aufpassen. Danke, Schindogame für die drei Monate. Das ist total lieb. Vielen lieben Dank für den Re-Sub. Ich finde es so geil. Bären gegen metallische Dämonen des Korn. Die Bären sind einfach größer und stärker. Da hast du als Chaos-Gott des Kriegs auch ein bisschen versagt, finde ich. Oh, da kommt aber auf jeden Fall aus seinem... Da kommt der Dämon. Ich versuche den aus der Ferne wegzuballern. Und hier den Soulgrinder. Der Soulgrinder ist aber richtig gleich weg. Jetzt kommen da auch noch so Blut-Bestien-Streitwägen. Wie da, den werfe ich, glaube ich, den Bär entgegen. Ja. Den Soulgrinder habe ich weggeschossen. Den habe ich direkt fokussiert. Sehr nice. So, das sieht ja zumindest auf der Front ganz gut aus. Und Pyr sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ich bin voll entspannt. Ja. Ich habe eine Magierin und Bogenschützen. Ich bin glücklich. Und jetzt mache ich da noch ein bisschen Bum im Wasser. Dann können die da gleich Schlittschuh laufen gehen, weil es zufährt. Also sie könnten, wenn ihre Beine nicht im Wasser eingefroren wären. Aber sonst... Ne? Ja, also links ist sehr gut. Bei Maurice sieht es ein bisschen gefährlicher aus. Ja, da sind sie mit Kavallerie und sowas reingekommen. Aber müsste eigentlich klappen. Ja, ich bin aber links gleich auf Fähigkeit. Die Eiswache ist ja zum Glück, das sind ja nicht klassische Bogenschützen, die im Nahkampf nichts können. Das ist das Gute. Das heißt, ich habe ja auch den Bär, der eben gerade ganz gut Stress macht. Ja, aber links ist auch gleich komplett gebrochen. Also... Ich versuche die nur alle mal ein bisschen zurückzuziehen. Das ist gleich weg. Die kriegen da richtig Stress gerade. Ja, der Patriarch geht mir flöten, aber das ist nicht so gut. Nein, sag das nicht. Haltet durch. Dafür ist halt sein Fliege viel gleich weg. Haltet durch. Dankeschön, Searing Payne auch für die sechs Monate. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön, das ist super lieb. Danke schön. Das muss ich vielleicht mal lobend erwähnen. Mhm. Ja, eine Mülltonne, also es ist halt keine so billige Plastikmülltonne. So ist es halt so eine Metallmülltonne, ein bisschen modern. Markenarbeit. Ich muss sagen, so die Mülltonne neben den Elementarbeer macht das ein bisschen an. Ja, ich wollte es gerade sagen, der Elementarbeer gilt ja auch so ein bisschen als eine der, sag ich mal, täuschendsten Einheiten im Spiel, weil er viel besser aussieht, als er ist. Wurde mir auch immer wieder im Chat gesagt, immer nicht, aber viel gegen Kistler. Er ist ja auch immer wieder auf der Welt gekämpft, als Dämonenprinz. Und immer so, oh fuck, sie haben mehrere Elementarbeer. Und immer das erste, was im Chat kommt, ja, mach dir keine Sorgen, der kann nix. True. Und es stimmt tatsächlich. Aber er sieht cool aus. Ja. Ich hoffe, dass sie die noch ein bisschen... Also er freut euch auch ein bisschen an dieser Armee von Johnny, mit der wir so ein bisschen clevere Strategien und Synergien und sowas machen können. Boris hat nur Bär. Also Boris ist ein Mann von Prinzipien, er hat einen Doomstack aus 19 Bärenreitern und er ist selber auch auf einem Bär. Also... Das ist auch gut. Das ist die ganze Armee. Aber Boris macht auch keinen Unsinn mit so Fake-Elementarbeeren, bei Boris ist jeder Bär echt. Und es ist nur reinblütige, echte Kislev-Bären aus der tiefsten nördlichen Tundra, die in seiner Armee dienen. Dankeschön, dankeschön. So, die haben wir ja voll platt gemacht. Also ich hatte echt Angst und war echt eingeschrichtert, bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, sie dienen. Und dann hatte ich das Gefühl, das können keine richtigen Bären sein, wenn die dienen. Dann sind das ja eher Sklaven. Das ist das falsche Wort, das stimmt. Ich sag mal, sie haben sich von Mann zu Mann mit Boris geeinigt, dass man besser gemeinsam dem Chaos aufs Maul gibt, als jeder Bär für sich. Aha. Und jetzt suggeriert Mores, dass nur Männer stark und mächtig sind. Tut mir leid, ja. Ne, es sind sicher auch weibliche Bären dabei. Also du kommst aus der Nummer nicht raus, ne? Ne, ich glaub auch. Ne, ich geb's dir zu, ich hab eine sexistische Sklavenarmee aufgebaut. Ähm, aus Bären. Ähm, Boris ist, äh, Boris ist fast so ein sexistischer Patriarchensack wie Korn. Ähm, es ist gut für Kislev, dass er abgedankt hat und seine Tochter übernommen hat. Die wird das Land progressiv modernisieren. Ähm. Progressive Politik. Von, ja, von Sarina, Katharin, ähm. Äh, es gibt da rechts noch eine Einheit. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, die zu killen, aber. Du bist doch der Kavallerist. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Ja, ich würde eigentlich keine Union mehr verlieren, weißt du. Wenn der Elementarbär sich dann mal kurz bewegen könnte. Ja, komm, dann bewegt er sich. Oder die Elementarbärin, wir wissen's ja nicht, ne? Ja. Um, um mal hier. Du bist der Kavall. Also, ich finde, man würde das bei so einem Bären ziemlich sicher sehen, ob der Hoden hat oder nicht. Also, ich habe die Befürchtung, bei so einem riesigen Bären hat der auch einen riesigen Schlong und riesige Hoden. Und ich glaube, das kann man sehr eindeutig erkennen. Das stimmt, ja. Hoden sind schon bei Hunden teilweise sowas ekelhaft. Also, ich glaube, bei Bären ist das nicht zwangsweise besser. Ich, ich, der, der, der Hund von meiner besten Freundin hat einfach so einen riesigen, unproportionalen Lümmel. Das ist insane. Da muss ich mir vorstellen, dass quasi, der Hund ist kleiner als Mathilda, aber der, 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 also der Lümmel ist halt einfach halbhund. Also, es ist einfach richtig krass. So, der, der steht ja dann so auf der Couch und schritt sich auf den Rücken und wächst hier nur so, Bruder, was? Was ist das für eine Konversation? Warum haben wir die? Ja, wie? Leute fragen sich immer, wie so Mischungen aus kleinen Hunden und Doggen entstehen. So, meine Freunde. So. Ich kommentiere das jetzt nicht. Jo, gerade bei Bären eben in Kälterenregionen eben sieht man den Schlong da eigentlich gar nicht in Kälterenregionen, sagt mein Tutscher. Oh. Oh. Witzin. Das sagen nur Leute, die den Schlong selber noch nie gesehen haben. Was passiert hier? Willst du mir damit sagen, Pia, dass du schon mal den Schlong eines Eisbären gesehen hast? Nein, hab ich nicht. Aber ich kenne diese Mini-Hunde. Diese Mini-Hunde, die dann so pelzige Hoden haben und dann trippeln die so vor sich hin und sie sind total süß und dann laufen sie von dir weg. Und du hast dahinter diese pelzigen Hoden und bist nur so, boah, ist das ekelhaft. Like, what the fuck? Oh mein Gott. Ich glaube übrigens, wir haben tatsächlich eine Sache haben wir verkackt. Wir haben den Patriarchen verloren. Ja, ja, das war mein Bestes. Das war aber keine emotionale Bindung zu werden. Ja, gut. Es tut mir leid, ich wollte keine Tiere für ihre Genitalien schämen. Aber du hast es getan, Pia. Du hast es getan. Und ich bin der Schlimme, ne? Hunde sind auch einfach nur weird, was sowas angeht. Also wirklich, die haben halt auch einfach keine Scham. Wenn Kiba entspannt ist, dann fährt er seinen Penis auch aus und ist einfach so, bitte pack es wieder ein. Es ist einfach nur strange. Und dann gehst du auf der Straße spazieren und so andere Hunde sind irgendwie so humaner und schnüffeln sich so erstmal an. Und dann hast du so einen Hund, der selber so penisfixiert ist und ist einfach nur unangenehm. Hunde sind ganz, ganz seltsam, was sowas angeht. Also jetzt nicht unbedingt meine, meine natürlich nicht, aber andere Hunde. Aber hast du nicht gerade deinen eigenen literally genannt in deiner Beispielausbildung? Ja, aber der nur, wenn er entspannt ist. Okay. Und Kibois beim Spazieren gehen nicht so oft entspannt. Da ist er mehr so, oh mein Gott, da hat sich was bewegt. Ich habe derweil hier im Chat unnützes Wissen von Gartbert. Den Größten im Verhältnis zum Körper hat die Entenmuschel. Größte ist das Fünffache der eigenen Körperlänge. Und ich überrasche dich damit nicht mal. Warum überrasche ich dich damit nicht, Pia? Warum weißt du diese Dinge alle? Hast du Bilder davon schon mal gesehen? Das ist sehr strange. Tatsächlich, weil wir sowas schon mal im Stream gemeinsam gegoogelt haben. Weil eine meiner absoluten Lieblingstierrassen sind Tüpfelhygienen. Und Tüpfelhygienen, da haben Weibchen tatsächlich Penisse. Und man weiß bis heute nicht warum. Und dadurch sind wir auf das Thema Penisse im Tierreich gekommen. Und dadurch ist diese Ente schon mal in meinem Stream aufgeploppt. Verstehe, verstehe. Ja, ähm... Das tut mir leid. I have no words. Du musst leider ein Gefecht führen. Du solltest die Hände in meiner Armee verlieren. Ja, ich kenne das. Das ist so dumm. Das Spiel verschwendet manchmal echt eine Zeit mit diesen Sachen. Also das ist ja wirklich frech. Einfach Verluste, Mittel und es stirbt einfach so die Hälfte einfach weg. Ja, ist Korn. Ja. Ja, das ist dieser eine Streitwagen da. Der würde da durchgehen und, ähm... Ja, lass das mal bitte nicht zulassen. Nicht? Nee, also das ist meine Bauern. Ich dachte, ich lasse den jetzt einfach durchmarodieren und dann ist halt... Ja, also ihr könnt ja auch wirklich machen, was ihr wollt. Ach, jetzt habe ich da so Bauern-Einheiten. Es gibt nur Bauern. Ach, du hast nur Bauern. Okay, dann stelle ich mich da ein bisschen weiter hinten hin. Das ist die Mülltonnen-Armee. Ja, aber auch die Mülltonnen-Armee hat etwas, was dich glücklich machen wird. Oh ja. Oh ja, sehr schön. Stell dir einfach möglichst breit auf deiner Pfad. Ja, wir schießen den einfach weg. Ja, also ich muss sagen, ich verstehe, dass Leute sagen, okay, ähm... Sie wollen jetzt nicht zwangsweise über Penisse reden, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt in meinen Chat gucke und die Leute sind so ein tolles Thema, während man frühstückt. Es geht um Genitalien. Wenn du direkt eine Assoziation zu Dingen hast, die du isst, dann ist das nicht mein Problem. Wow. Das stimmt, ja. Und vor allem, wer frühstückt um 14 Uhr? Also selbst ich frühstücke nicht mehr um 14 Uhr. Und ich habe mein Leben echt nicht unter Kontrolle, Leute. Aber um 14 Uhr habe ich in der Regel zumindest schon gefrühstückt. Und ich habe mein Leben echt nicht unter Kontrolle, hat mich abgeholt. Ja, und also sind Genitalien auch was Normales. Aber Lucia schreibt korrekt, wie ein Hobbit bei mir im Chat, vielleicht ist es das zweite Frühstück. Das würde ich durchgehen lassen. Das wäre in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, kann ich nachvollziehen. Das wäre auf jeden Fall okay. Schichtarbeiter. Chat hört auf mit Logik. Niemand will gerade Logik. Also wirklich. Ja, das stimmt. Oh, das ist alles so schön hier gerade. Ich finde es auch immer schlimm, wenn der Chat mit Logik kommt. Mein Chat macht sich sehr ein Hobby daraus, mich in Widersprüche zu verstricken. Und es fällt ihnen deprimierend leicht. Das ist ganz schlimm. Oh, jetzt setzen sich Armeen hinter uns. Das ist natürlich suboptimal. Nee, ich war nur einfach hier alleine. Und du hast dich nicht bewegt, um mich zu retten, Mori. Das sind dann sterben meine Bauern. Was? Ich bin doch... Guck dir, meine Bauern sterben gerade. Das sind meine Bauern, die hier sterben. Meine Bauern sterben. Die müssen von diesen Arme, diesen Zerfleischern hier wegrennen. Oh, jetzt kriegen sie es hier in die Fresse. Ja, das ist... Ja, da verlieren wir schon mal noch mehr als in der Berechnung. Vielleicht war die Autoberechnung völlig korrekt. Ja. Lauft. Nein, 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 nein. Wir haben gerade gerufen, eine feine Strategie, als ich ihn befehlt, befohlen habe, kopflos wegzurennen. So, hier, mach mal was für dein Geld. Du hast ja nicht mal einen Bären. Mach mal was für dein Geld. Der wird bei dir bezahlt. Ja, das ist die Bauernarmee. Da ist die Zahlung noch ein relevanter Faktor. Oh, ihr habt tatsächlich... In diesem Trupp hat ein Bauer überlebt. Und die Dämonen sind um ihn herum zerfallen. Ich glaube, der ist gerade der Meinung, dass er wirklich der glücklichste Typ auf der ganzen Welt ist. Ja, da muss ich mich leider enttäuschen. Die Armee hat auch die Seuche. Also, ich glaube... Oh, oh nein! So glücklich wird er gar nicht sein. Nein! Ja, ist schon okay. Ich meine, ich bezahle nach dieser Schlacht, habe ich deutlich weniger Unterhaltkosten. So müssen wir uns ja achten. Das stimmt, ja, ja. Als ich das jetzt immer gesagt habe, wurde mir gesagt, ich wäre grausam. Das stimmt. Das sind ja nur Bauern. Das hat Pia auch gesagt damals. Das hat Pia auch gesagt damals. Das überrascht mich. Ja, aber nicht doch gar nicht so schlecht. Ja. Du hast auch nichts verloren, glaube ich, oder? Eins. Ein Trupp da ist, glaube ich, gefallen. Ja, ist doch. Die anderen haben beide noch so einen Lebenspunkt. Die werden jetzt halt zu gefährden. Ja, aber die sind ja auch... Also, die sind beide ja auch tot, ne? Ja, aber... Ja, die... To be fair, dafür, dass da jetzt eine Seuche drauf ist, kenne ich nichts. Das stimmt. Dankeschön, Alice. Da habt ihr natürlich recht da. Da muss ich mich jetzt eine eigene Hause packen. Dankeschön. Das stimmt, das stimmt. Dankeschön. Da hast du uns auch nicht vorher gebrieft. So von wegen, haltet die bitte so am Leben, dass... Okay, sie sind trotzdem gestorben. Sie sind jetzt schon gewiped. Das finde ich aber unfair. Da haben wir klar gesehen, dass da einer überlebt hat. Ähm. Das ist echt fies. Heißt dein einer Befehlshaber Nestor Kalaschnikow? Ja. Ich bin begeistert. Ja. Na gut. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das reicht. Aber ich hoffe es einfach. Boah, einen Kommandanten zu rekrutieren ist auch einfach teuer, ne? Ja. Was möchte ich heute essen? Boah, das sagst du jedes Mal, wenn wir anfangen zu spielen. Das macht echt Hunger. Tut mir leid. Also eigentlich tut es mir nicht leid, aber... Ich denke mir halt, ich habe heute wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, für ein paar Tage ordentlich und entspannt essen zu können. Das stimmt. Deswegen sollte das halt was Rüchtiges sein. Dankeschön, Illy, für die neuen Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Also bei mir ist halt eben die Lage tatsächlich, dass halt jetzt tatsächlich Zinich und Slanesh auf Prag marschieren. Ich habe aber ein paar Imperiale immerhin irgendwie geordert, dass sie... Dankeschön, Inva. Ich glaube, Karl Franz ist auf dem Weg zu mir. Dankeschön, Dankeschön. Hier, Valmir von Raukow und Wolfram. Ne, bei dem weiß ich nicht. Doch, Karl Franz. Ne, Karl Franz geht da hoch. Also ein paar gehen aber auch zu mir. Toffelbrei mit Spinat und Rührei. Klingt so gut. Oh, das klingt geil. Ach, habe ich gar keine Eisjungfer fertig? Habe ich mir keine mehr fertig gemacht? Oh. Pain. Ach doch, die ist da schon draußen, deswegen. Ach, und die kann doch nicht laufen. Okay. Dann... Lauter, gute Kunde auch. Du bekommst jetzt einen besseren Distrikt in Prag, ne? Ich versuche, dich da noch ein bisschen zu unterstützen. Oh, sehr cool. Dass das rechtzeitig wird. Wait, warum sind die Kosten denn, für einen Kriegsbären zu rekrutieren, nur 64 bei mir? Das kann ich dir nicht sagen. Das garantiert irgendeinen Effekt von irgendeinem Ding, aber das ist ja absolut crazy. So, ich bin durch. Irgendwas mit Pilzen. Boah, Pilze klinken auch geil. So, ich werde es jetzt euch versuchen, hier noch meine ganzen Zwergenverwundete. Ich habe gestern die Zeit schon genutzt, weil Kalle dazwischen nicht da war und hatte mir endlich mal wieder Sushi bestellt. Und das war richtig geil. Und jetzt hatte Kalle bei Subway bestellt, das heißt, ich muss mir auch alleine was bestellen. Ich bin halt nicht so ein Subway-Fan. Echt nicht? Nee, ich finde Subway irgendwie... Vielleicht ist es auch nur ein Vorurteil, weil ich das letzte Mal bei Subway essen war, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch jeden Tag Fleisch gegessen habe und Gemüse overrated fand. Vielleicht würde ich jetzt eher was bei Subway finden, aber all in all ist nicht so ganz meins. So, ich habe noch ein paar Zwerge gerufen. Mal schauen, ob die noch was machen. So, jetzt wird es bei mir halt spannend. Jetzt werde ich wahrscheinlich von zwei Chaos-Göttern gleich belagert. Schau mal, die greifen nicht direkt an, sondern belagern ein bisschen. Dankeschön, Ayros, das ist total lieb. Oh, shit. Danke, danke, danke schön. Ist Subway nicht dein Fleischesser-Schuppen? Die vegetarischen Sachen sind da ziemlich meh. Ich dachte immer, Subway wäre so das vegetarische Ding, was die Fastfood-Ketten angeht. Nee, das ist Burger King tatsächlich. Ja, Burger King ist geil. Burger King ist sehr geil. Ist leider das Fleisch auch von Burger King ist mega geil. Vegetarian Butcher, die jetzt auch nicht so mega cool sind, aber whatever, I guess. Vegetarian Butcher ist nicht so mega cool. Ja. Es schmeckt nicht so gut oder es ist von der Marke nicht so gut? Von der Marke ja nicht so cool. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Warum nicht? Vielleicht schmeiß ich auch gerade durcheinander. Ich kann gleich einmal gegengogeln. Ich dachte immer, dass Gourmet Garden ein Problem ist, weil das von Nestle ist. Ich dachte immer, Vegetarian Butcher ist so die gute Marke. Oh Gott. Ja, ich schaue gleich nochmal. Oh, bitte. Ich will sich Unsinn erzählen. Bitte, bitte. Weil ich, also ich lebe quasi gerade von Vegetarian Butcher und das wäre sehr schlimm für mich gerade. Ja, ich verstehe. Ich kann auch nicht durch. Es ist halt Uli, Ich bin auch gerade im Chat Burger King vegan gelobt. Ich hatte gesehen, dass die jetzt auch irgendwie den Long Chicken in vegan haben und so Zeugs. Hallo Lunatic. Wollte ich auch mal ausprobieren. Mannhafte Niederlage. Oh. Oh, mein Chat schreibt gerade auch, die wurden von irgendwem aufgekauft. Oh, das fängt nicht gut an. Oh, oh. Oh, nein, bitte nicht. Ja, Uli, Lever, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist seitdem hier schon mehr, ne? Und die sind halt auch nicht so Marke. Das Leben ist, äh, näh. Ich habe halt, ich habe seitdem ich kein Fleisch mehr mehr esse, habe ich tatsächlich ein, ein Problem habe ich seitdem erhöht, nämlich Eisenmangel. Und was halt auch einfach allgemein so mit Frauenproblemen generell zusammenhängt. Und Vegetarian Butcher ist für mich so die Rettung gewesen, weil die haben diese Chikariki-Streifen, die ich dir auch empfohlen habe und die sind halt ultra-eisenhaltig. Und das ist so meine Haupttaktik gegen meinen Eisenmangel. Und es ist auch meine einzige Taktik gegen meinen Eisenmangel. Ah. Und, und, und Johnny sabotiert dich jetzt gerade quasi. Naja, er sagt mir ja nur die Wahrheit, so gesehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Nichts als die grausame Wahrheit, aber es ist ja auch gut, das zu wissen. Ich werde da auf jeden Fall gegen googeln. Äh, macht das. Ähm, ich, ich, ich würde kurz einmal eure Meinung haben wollen. Ich habe quasi hier eine Niederlage. Ich kann aber Rückzug machen. Der kann mir aber hinterher setzen. Das ist doch dann besser, direkt zu fighten, weil der ja 100% hinterher sitzt und dann ich nicht, also keine Einheit überlebt, right? Ähm, wie viel hast du denn jetzt gerade? Mannhafte Niederlage oder was genau? Ja. Was hast du für Einheiten in der Armee? Das, das ist die Hauptarmee, die wir gerade gespielt haben. Also ich glaube, man kann denen auf jeden Fall viel wehtun. Ich glaube nicht, dass man das gewinnt. Aber ich glaube, dass man gut wehtun kann. Mhm. Ja. Gut wehtun klingt immer gut. Also ich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er dir nachzieht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Bewegungsdinger noch hat. Und dann wiped halt safe alles. Also du hast halt eine größere Chance, so glaube ich. Mal gucken. Und ich glaube auch, also wir müssten denen auch wehtun. Also wenn der, der muss hier schon ordentlich was verlieren. Sonst wird's glaube ich eng. Ja, aber können wir, glaube ich. Also du wirst auf jeden Fall, du wirst auf jeden Fall Bären verlieren. Ja, ja. Der kann auch alles wipen quasi. Hauptsache der leidet richtig darunter. Spinat esse ich auch voll gerne und ich esse auch voll gerne Bohnen. Und Erbsen, aber ich bin nicht so der Linsenmensch. und der Kommandant und die magieren Mana ist voll da. Also gönnen wir. Ja, geil. Geil. Ich hab mir jetzt mega geilen Halloumi Burger bestellt und ich bin einfach glücklich. Sehr geil. Und Mozzarella Sticks. Oh, geil. Mozzarella Sticks sind auch immer Kiechen. Und Curly Fries. Curly Fries sind, wir sprachen ja neulich schon hier über die, also die, die, die Großartigkeit der Kartoffel, ich hab grad ein angemessenes Wort gesucht und es wird immer noch nicht ganz gering. Die Großartigkeit der Kartoffel ist schon ne sehr gute Beschreibung, find ich. Ja, ähm, und Curly Fries haben wir da gar nicht erwähnt in unserer langen Aufzählung von exzellenten Sachen, die wir der Kartoffel zu verdanken haben. Ähm, sehr großer Fan. Aber da würde ich an der Stelle auch ehrlich gesagt, ne, so, Johnny, würdest du damit einhergehen, dass die Kartoffel das großartigste, ähm, Gemüse ist, das existiert? Das war garantiert mal so. Was heißt hier, das war? Ja, die Kats... Also, man kann ja als Deutscher nicht sagen, ach, Kartoffeln haben uns nicht viel gebracht. So, ne, die haben schon über, über Jahrzehnte, während Menschen keine Ahnung hatten, was sie essen sollten, halt den Speiseteller auf jeden Fall geprägt, aber mittlerweile völlig overrated und... What? Äh, zu... Von, von hauptsächlich von Influencern da natürlich auch wieder in den Mittelpunkt gedrückt. Wo ist doch mittlerweile so viel besser als... Ich glaube, wir verheizen jetzt dem so eine Armee einfach komplett, oder? Ich glaube, ich renne jetzt einfach frontal rein mit meinen Eiswachen ohne, ohne Fernkampf vorher. Ähm, und, und, äh... Okay, was würde, was ist deines Erachtens nach besser? Nee, ich... Hauptsächlich, das ist nur ein trotziges Dagegensein, ne. Ähm, ich persönlich bin nicht so der Mega-Kartoffelfan, aber ich meine, wenn man jetzt über... Ich meine, was ist die Alternative? Also, was ist krasser so, ne? Das... Ich meine, das ist halt ein Gebiet ohne Konkurrenz. Also, ganz ehrlich, das klingt nach einem so traurigen Leben einfach, dass du sagst, du bist nicht so der große Kartoffelfan, aber es gibt nichts anderes und es klingt einfach nur sad gerade. Ja, also... Mega-sad. Also, übrigens, ich glaube, ich... Wollen wir uns hier so hinter diesem See wieder stellen, zwischen die beiden Wälder? Ja, über die Wälder sind halt nicht so geil für uns und wir kommen halt da nicht mehr weg. Naja, das stimmt. Ich würde eher mich hier hinstellen, weil da geht's halt bergauf für die. Ja, das stimmt. das ist bergauf. Ja, mehr Option haben wir auch nicht. Oh, bei mir Mahoney BK schreibt, hatte Nierensteine und meine Ärzte empfehlen mir, auf Kartoffeln größtmöglich zu verzichten. Ich sehe nicht, wie das gehen soll. Also, du hast echt mein allerhöchstes Beile. Alter, das wäre für mich der absolute, das wäre der größte Horror aller Zeiten, auf Kartoffeln zu verzichten. Also, komplett. Wird dir so lieb, in die Breite zu gehen? Ja, so ein bisschen so vielleicht. Also, ich nicht. Und die vielleicht noch irgendwie so. So, ich gehe mal, achso, ich weiß gar nicht, was da da drin ist. Du hast noch den Elementarbeer da vorne. Das ist ja süß, Lunatec, danke schön. Danke, 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 danke schön. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn ich nur noch ein, ein Ding in meinem Leben essen dürfte, also eine Zutat, dann wären es definitiv Kartoffeln. Ja, aber das ist, die sind halt auch vielseitig wie nichts und so, aber es ist halt auch einfach, ja, aber da gibt es ja, das ist ja auch. Was ist denn, was ist denn das beste Essen, Johnny, für dich? Das ist schwer, ne? Ne, das ist leicht, das ist die Kartoffel. Aber du, ich erwarte jetzt halt mal von dir eine gescheite Gegenthese. Und du so, ja, eigentlich habe ich keine Argumente, aber ich nörgle trotzdem rum. Doch, das geht eigentlich sehr gut als Deutscher. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein ziemlich gutes Argument, um ehrlich zu sein, also. Ja. Wie steht denn dann so zu Nudeln? Ich finde Nudeln schon sehr, sehr geil. Oh Gott, wir kriegen Besuch. Also ich finde Nudeln wirklich schon sehr, sehr cool, aber ich finde Nudeln kommen trotzdem nicht mit, mit Kartoffeln. Aber wenn du jetzt, also jetzt reden wir nicht über die Vielseitigkeit, ne? Sondern wir nehmen jetzt einfach mal eine, eine Kartoffel an, über Bratkartoffeln im Vergleich zu Spaghetti. Vielen, vielen, vielen Dank und Hallöchen an alle. So, da denke ich mir doch schon. Kartoffeln, vor allem, weil du gesagt hast, Bratkartoffeln ausgerechnet, die Königdisziplin der Kartoffeln nimmst du da als Beispiel. Königdisziplin. Okay, also Kim ist gerade bei mir reinmarschiert und Kim, ich möchte jetzt bitte eine grundlegende Stellungnahme zu deinem geschmacklosen Freund haben. Wie kann es denn sein, dass Johnny Kartoffeln verschmiert? Das ist ja, also, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja, also. Dankeschön, Dankeschön für den Raid und du bist super lieb und hallo an alle. Und dass das so diesen sehr klischeehaften Reflex I can change him auslöst und, 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 dass, dass Johnny jetzt noch ein bisschen ins Licht geführt wird hier. Ins Licht geführt? Weil, weil das, also, verstehe ich halt auch nicht. Ey, er verheizt gerade voll seinen Blutdämon, das ist geil. Wir schießen ihn in der Luft weg, bevor er überhaupt landen kann. Okay, er landet jetzt, er hat mich gehört. Ne, er landet nicht, er fliegt wieder hoch und wir schießen ihn weg. Geil, komm, weg, stirb. Was ist das denn für ein Spell gewesen hier? Das ist ein Bonus, den ich da gerade geballert habe, damit ich besser schieße. Okay, jetzt kämpft der Blutdämon ein bisschen, aber wir kriegen den. Los, Elementarbär, in die Schlacht. Okay, also mein Chat ist zwiegespalten. Es gibt ein paar Leute, die sagen, Nudeln sind das allerbeste, was es gibt. Es gibt ein paar Leute, die sagen, Kartoffeln sind unendlich geil. Und es gibt ein paar Leute, die sagen, Nudeln mit Soße sind bäh. Ne, Kartoffeln mit Soße sind Kartoffeln mit Soße, bäh. Heavy Kartoffeln mit Soße. Kroketten? Ja. Ja, aber jetzt redet ihr schon wieder bei Vielseitigkeit, ne? Natürlich gewisse. Es geht gar nicht darum, weißt du, weil ich mein ganzes Leben lang nur pure Kartoffeln oder pure Nudeln essen müsste. Aber überleg doch mal, was du dazu machen kannst. Wenn du dir denkst, oh, Pommes, denke ich mir auch, ja, es gibt Pommes, die sind ganz cool, aber wenn ich mir jetzt, ach, du hast vorhin wieder neu genutzt, versuch mal, eine Einheit abzuziehen. Also, wenn du jetzt denkst, ja, Pommes im Vergleich zu Nudeln, allein was du da halt dazu machen kannst, was für geile Soßen und so. klar, so in der Viehseitigkeit. Ja, aber warum nimmst du auch dann Pommes? Also, wenn du Nudeln sagst, dann musst du halt fairerweise zum Beispiel von gekochten Kartoffeln ausgehen, einfach nur. Also, nimm als Beispiel Nudeln nur mit Salzwasser und Kartoffeln nur mit Salzwasser zubereitet, kannst du halt mit Kartoffeln mehr trotzdem geilen Scheiß und geile Soßen und geile Gerichte ballern als mit Nudeln. Ja. Und du hast nicht das Problem, du kannst sie mit Käse überpacken und so, also kannst du mit Nudeln auch, aber Kartoffeln sind halt besser. Und sie sind auch viel besser zu verdauen. Du hast nicht das Problem mit Gluten und mit Blähbauch danach. Du kannst davon mehr essen. Man kann sie aufwärmen, ohne dass du da so ekelhafte, wie heißt das, dass da diese ekelhafte Stärke da entweicht und es mega unangenehm riecht. Die Hunde können es essen, ohne dass es für die Hunde ungesund ist. Kartoffeln, Johnny. Ich hätte jetzt gerne in meinem Chat bitte mal eine Umfrage. Liebe Motz, mach doch mal eine Umfrage. Nudeln oder Kartoffeln? Ich will da jetzt einen demokratischen Volksentscheid haben. Wir haben übrigens die Möglichkeit, die Schlacht zu gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen sie gerade. Ja, ich glaube auch. Die ist, glaube ich, sogar schon gewonnen. Verschreiß nicht, Maurice. Guck da hinten, was da alles wegrennt. Ja, ja, aber die drehen ja wieder und dann laufen die wieder in Formen im Karaffron und uns zu. Nein, ich habe keine Chance. Quasi ist das ein, ist das, der Sieg ist schon unser. Du müsstest, ja, wenn du mit den Metallbändern noch einmal zurückkommst, dann kann ich noch einmal raus und wieder rein. Der ist schon auf dem Weg. Geil. Ja, guck dir das an. Haben wir. Ja, easy. Alter, das war huge. Wir haben das gewonnen, ne? Ja, locker. Das ist ja insane. Also, da habe ich nicht damit gerechnet. So, wir haben jetzt eine Umfrage bei mir im Chat. Sie heißt Mampf, Ausrufezeichen und man kann Nudeln bei mir im Chat bitte auch unbedingt. Unbedingt. Die, die, die Umfrage gibt es bei mir auch und Nudeln gewinnt es sehr deutlich. Wenig überraschend. Wow. Ich habe noch keine Umfrage. Ich weiß nicht, ob ein Mord bei mir schon wach ist. Ich habe schon mal gefragt. Da muss man ja auch. Ihr, ihr mit eurer jahrelangen Propaganda könnt da jetzt ja gar nicht jahrelänger Propaganda, also. Nee, das stimmt nicht, Johnny, weil, weil mein Chat, das sind alles so ein bisschen Sackgesichter. Die stimmen auch gerne mal aus Prinzip... Und jetzt stimmt ihr für Nudeln, für den Protest. Ja, genau, die stimmen dann gerne mal aus Prinzip gegen mich, weil es sie amüsiert, mich falsch liegen zu sehen. Hallo, Baloui. Das sind auch die Leute, die mich bei Diplomacy ist not option, haben sie mich zum Bauernaufstand getrieben, obwohl sie wissen, dass ich ein adeliger Snob bin, der königstreu die ungewaschenen Horden niedermähen will. Aber wir haben dann für die bäuerliche Freiheit gekämpft, weil der Chat es wollte. Sackgesichter, ey, ich komme über das nicht hinweg, also wirklich nicht. Ich mache mal eben eine Umfrage. Baut schön, das klingt mir einfach, ich, Nude gewinnt sehr deutlich, ich stand 8 zu 7 oder so. Aber. Jetzt wird auch diskutiert, so, die Königsdisziplin, der Kartoffel sei der Kloß, wird noch. Stimmt, man kann ja auch noch Kartoffelklöße machen, das gibt es ja auch noch. Es gibt so viel Zeugs. So, Umfrage-Chat. Umfrage-Chat, ich bin gespannt. Mach mal aus Nudeln Pommes, wirst du dir gesagt, Johnny, ja, das stimmt auch. Ja, aber das sind wir wieder bei Thema Vielseitigkeit, das ist ja das Einzige, was die Kartoffel kann. Hä? das ist so, sie kann alles ein bisschen, ist alles okay. Kim, was datest du da eigentlich gerade? Ich verstehe es auch nicht. Ich gehe schon wieder gegen meine Beziehung, konzentriere dich doch mal auf mich hier. Ja, ja, also, 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 ich, ich meine, das muss ich jetzt Pia überlassen, weil ich habe mich schon genug als sexistischer Patriarch hingestellt, ich kann es einer Frau nicht vorschreiben, was sie zu daten hat, aber so unter, 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 unter Schwestern Pia bin ich auch der Meinung, setz dich mal ein bisschen bei Kim da ein, dass, also, weißt du, die hat da offensichtlich eine katastrophale Fehlenscheidung getroffen, das ist so eine, man muss halt sagen, Kim hat gerade in den Chat geschrieben, ich mache dem regelmäßig Nudeln mit Pesto und ich esse den geilen Scheiß, also, das sagt ja auch schon alles aus. Das stimmt, das stimmt. Aber Kalle ist auch so, also, ja, es hat auch einfach, also, es ist furchtbar, ne, der hat sich am meisten, ich habe, wir haben uns eine Mikrowelle besorgt und mein Hype war so, geil, wir können uns warme, geile Popcorn machen und, also, frische, geile, warme Popcorn, vielleicht als im Topf und seine Begeisterung dafür ist, jetzt, wo er, wo er eine Mikrowelle hat, kann er sich da Nudeln reinpacken mit einer Scheibe Käse, das aufwärmen und dann Ketchup drauf und das feiert er und ich finde das so ekelhaft. Okay, aber jetzt Kartoffeln in der Mikrowelle und dann Ketchup drüber wäre okay oder? Ne, also Ketchup nach der Mikrowelle, das ist ja bei den Nudeln das Gleiche, aber ja, Kartoffeln in die Mikrowelle und dann Ketchup, mega geil. Und warum ist das mit Nudeln schlecht? Weil es Nudeln sind und keine Kartoffeln. Aber Nudeln sind doch prädestiniert dafür, mit einer Soße gegessen zu werden, wenn man Ketchup als Tomatensoße in weitem Sinn definiert. Ketchup ist Zucker mit Tomaten. Das ist keine Soße. Das zählt nicht, zumal ich auch nicht verstehe, warum man Käse, Nudeln mit Ketchup essen sollte, wenn man sich auch einfach passierte Tomaten kaufen kann und dann einfach ein bisschen passierte Tomaten aufwärmt und du musst ja nichts reinpacken, ein bisschen Gewürze drauf, ein bisschen Oregano und das ist einfach eine bessere Soße als Ketchup. Ja, also das Ketchup jetzt nicht die beste Soße ist, bin ich ja dabei, aber wenn ich quasi eine, selbst eine schlechte Soße esse ich doch lieber mit Nudeln als mit Kartoffeln. Es wird bei mir übrigens gerade auch noch ein weiteres Totschlag-Argument gebracht, dass die Kartoffel so überlegen ist, dass du ja auch aus Kartoffeln Nudeln machen kannst. Da sind wir wieder beim Thema Vielseitigkeit. aus Nudeln, mach mal Kartoffeln aus Nudeln, Johnny, das kriegst du nicht hin, aber, ähm... Aber du kannst halt auch die Vielseit, also du kannst eine Charaktereigenschaft an einem, an etwas kannst du ja nicht einfach wegreden. Nee, aber es geht mir, es geht mir um die Spitze, ne, ich sag ja, die, die, ne, in der Preize ist es die Kartoffel, aber in der Spitze, wenn wir über das Non-Plus-Ultre sind, muah, nee, das stimmt ja nicht mal. Und das sind für dich Nudeln mit Pesto, oder was? Natürlich, nee, aber überleg dir doch mal, wenn... Ja, aber was ist denn die Spitze? Du gehst in einem Restaurant, da wirst du eine Bolognese oder von mir aus eine Nudel mit Tomatensauce, wirst du in so vielen Ländern auch finden. Aber Kartoffeln nicht, oder was? Du gibst mir Bratkartoffeln, da wirst du doch, da kannst du auch zählen außerhalb von Deutschland. Aber das ist ja auch kein Argument, dass du es viel findest, dann wäre ja auch irgendwie, ich weiß nicht... Doch, weil objektiv betrachtet werden die Menschen ja nicht alle dumm sein, so, ne? Aber ist dann Big Brother für dich auch der Gipfel des kulturellen Fernsehprogramms, weil es viele Leute schauen? Aber drüber diskutieren! Tatsächlich muss ich Big Brother wahrscheinlich googeln. Johnny, griebst du dir gerade dein eigenes Grab und es wird immer tiefer? Es wird auch noch... Ich sehe in Pias Chat auch noch, gerade wird die Lasagne genannt. Die Lasagne ist schon sehr krass. Also Lasagne ist schon... Lasagne ist ein gutes Argument, aber man sieht auch, Johnny kommt da selber gar nicht drauf. Aber ich finde auch, Lasagnenblätter... Ich habe diesen Krieg ja auch gar nicht begonnen. Aber Lasagnenblätter sind auch einfach nur Fake-Nudeln. Lasagnen sind groß... Lasagne ist großartig. Aber Gnocchis sind Kartoffeln. Aber ein Lasagnenblatt ist doch keine Nudel. Aber Gnocchi ist eine Kartoffel. Aber Gnocchi zähle ich noch nicht mal in meine Auflistung von geilen Kartoffelgerichten. Ja, dann müsst ihr erst mal untereinander hier eure Front klären. Das ist ja... Läuft ja einer links mit einer rechts. Sehe ich das richtig? Übrigens bei mir im Chat, dass es genau 50-50 war, auf die Stimme genau, 129 zu 129, dass ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ich muss noch mal auf die Ratsion zurückkommen. Du hast ja, du hast ja hier erst mal Kim dafür kritisiert, dass sie offensichtlich einen geschmacklosen Barbaren datet. Und dann hast du eingeräumt, dass du exakt das Gleiche tust. Und jetzt frage ich mich, als Single-Dude erhöhe ich meine Chancen bei den Frauen, wenn ich raushängen lasse, dass für mich die höchste kulinarische Kunst ist, Nudeln mit Ketchup in die Mikrowelle zu hauen, fliegen dann alle Frauen auf mich? Vielleicht ist das auch bei mir so ein bisschen dieses Bedürfnis, diesem Mann gutes Essen nahezubringen, weil ich die Hoffnung habe, dass er nicht nur von Ketchup und Nudeln leben muss für den Rest seines Lebens. Das fühle ich irgendwie. Also mittlerweile ist es halt bei uns wirklich schon so ein Running-Gag, dass wenn wir im Supermarkt sind und es geht darum, was wir am Abend essen und egal, ob Kalle als erstes fragt oder ich als erstes frage, kannst du dir sicher sein, dass er meine Stimme nachäfft und sagt, oh ja, schon wieder Gemüsepfanne. Weil ich so oft Gemüsepfannen vorschlage und er findet es wohl nicht so gut. Aber ich verstehe nicht, warum er Nudeln mit Ketchup in einer geilen, selbstgemachten, frischen Gemüsepfanne vorzieht. Ja gut, aber ich glaube, das verstehen auch nicht viele Menschen auf der Welt. Also da bin ich jetzt leider auch nicht. Okay, doch, nee, das verstehe ich wiederum. What? What? Also ich würde schon, also die Kartoffel gewinnt natürlich, aber die Gemüsepfanne, da bin ich glaube ich auch barbar. Aber bei Nudeln mit Ketchup gegen eine Gemüsepfanne, ja, nee, voll die Nudeln, 100 Prozent. Hä? Ja, ja, das... Okay, ich bin einfach nur, also das ist kulturell... Aber du hast doch gerade eine Bestechung bekommen. Da ist doch gerade irgendwas in deinem Chat passiert. Nee, nee, äh, bei mir im Chat werden, interessanterweise werden die Regeln unseres Contests infrage gestellt. Ähm, äh, Forrest501 schreibt, kurze Anmerkung, Kartoffeln sind doch ein Grundprodukt, Nudeln sind ein weiterverarbeitetes Produkt. Müsste man dann nicht eigentlich Kartoffeln mit Getreide, zum Beispiel Weizen vergleichen? Hm. Auf die Idee hätte ich mal kommen sollen, ne? Ja, weil dann hast du halt noch viel mehr im Repertoire, was man daraus ballern kann. Aber man muss halt auch sagen, eine Kartoffel aus der Grundform gehend, weil, also, dann verlierst du es halt auch wieder. Weil dann müsste man halt auch argumentieren und sagen, okay, wenn ich mir eine Kartoffel hole, was kann ich daraus Geiles machen? Und wenn ich mir Getreide hole, was kann ich daraus selber machen? Und ich bin gespannt, wie du aus Getreide Brot machst. Oder eine Nudel. Das stimmt. Das stimmt. Also, wenn du nur eine einzige Nudel aus Getreide machen kannst, die gut schmeckt, dann Chapeau. So, ich kann jetzt tatsächlich so ein bisschen, die kommen jetzt hier schrittweise bei mir ran. Ich habe jetzt einen einfach schnell mit Blitzschlag hier rausgefischt. Äh. Oh, mein Chat hat noch eine gute Frage gestellt gerade. Das ist ein großes Risiko, diese Frage, dieses Thema mit euch aufzumachen. Okay, Hot Take. Gurken sind einfach nur schlechtere Zucchini. Das. Aber das ist jetzt, das ist einfach nur noch Provokation, oder? Also, das ist jetzt keine eigene Meinung mehr, oder? Also, das ist einfach nur noch... Nee. Nee, also... Also, ich meine... Ja, Meinungsfreiheit ist schon gut und so, aber... Aber es wird Grenzen geben. So, und ich finde, bei Gurke... Was? Also, die Zucchini ist halt auch in ihrer Existenz überflüssig, solange es die Gurke gibt. Hä? Also, man kann das ja kultivieren, wenn man möchte, für den spontanen Fall, dass wir irgendwie eine Gurkenseuche haben, und es morgen keine Gurken mehr gibt. Dann kann man sagen, guckt mal, wir haben... Wir waren vorbereitet, wir haben die Zucchini. Ähm, so ein bisschen wie die Süßkartoffel sich zur Kartoffel verhält. Ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Aber du kannst mit Zucchini, kannst du halt mega geil kochen, mit Gurken nicht. Aber, also, ich meine, es muss ja nicht alles... Alles muss ja... Es muss ja nicht alles unbedingt kochen. Alter, weißt du, wie geil? Zucchini-Scheiben. Einfach nur auf so einem Tischgrill, angebraten, mit ein bisschen Pfeffer und Salz. Ja, aber eine Gurke nimmst du einen Scheib und machst sie in den Mund. Ja, nee. Was? Johnny hat so recht. Nee, Johnny hat so recht. Ich kann auch einfach, statt eine Gurke in meinen Mund zu nehmen, kann ich einfach Wasser trinken. Kommt das Gleiche. Nee, nee. Würdest du denn dann auch sagen, eine Melone ist für dich Wasser? Ein süßes Wasser. Wenn die Gurke süß wäre, würde ich sie ja vielleicht geil finden. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Keine Ahnung, ich finde Zucchini ist einfach mega geil. Das kannst du auch in jede Gemüsepfanne packen. Da werden wir wieder bei der Gemüsepfanne. Wir haben ja etabliert, dass Gemüsepfanne wird man ja nur essen, wenn man gerade keine Mikrowellen-Nudeln mit Ketchup hat. Ich glaube, das, was Boris hier probiert, ist einfach, sich der Frauenwelt anzubiedern, indem er jetzt hier auch so tut, als würde er auf Nudeln mit Ketchup stehen. Ja, das stimmt. Ich gebe zu. Hey, Ladies. Ich nudeln mit Ketchup. Voll geil. Call me. Aber es funktioniert ja offensichtlich. Es funktioniert ja offensichtlich. Von daher, warum, wer sollte es mir absprechen, dass ich Taktiken benutze, die empirisch erwiesen funktionieren? Ne? Kann mir doch niemand moralisch vorwerfen, finde ich. Nee, moralisch nicht. Auf allen anderen Ebenen. Ja, auf allen, das schon, das schon. Aber nicht moralisch. Hä, Zucchini mit Pfeffer und Salz schmeckt nicht nur nach Pfeffer und Salz. Es schmeckt nach Zucchini mit Pfeffer und Salz. Ist doch geil. Nudeln ohne Salz schmecken auch noch nix. Bitte? Und Gurke mit Salz schmeckt nach? Salz. Die Gurke hat keinen Eigengeschmack. Oh, jetzt haben wir hier aber ein paar Hot-Takes bei mir im Chat. Zucchini ist einfach nur Abfall, der fürs billige Volumen mit reingeworfen wird. Also wer in seinem Essen Worte benutzt wie billiges Volumen, hat sowieso den Inhalt des Essens nicht verstanden. Essen ist ein, also Essen grundlegend. Es ist einer der größten und wundervollsten Dinge, die wir haben. Das größte Privileg ist es, geile Sachen essen zu können. Und das geringste, was ich in meinem Leben machen würde, ist billiges Volumen erzeugen, wenn ich es vermeiden kann. Außerdem sind Zucchini teurer als Gurken. Oh, jetzt kommt hier die Gelddebatte. Er hat es gesagt, billiges Volumen. Ja, das stimmt. Zucchini sind teurer als Gurken. Das stimmt. Aber ein bisschen Snob-mäßig war das jetzt schon, Pia. Hä? Ich habe doch einfach nur das Argument gecountert. Ja, ja. Hier hat auch noch jemand, auch jemand, den ich loben würde für seinen Namen. Werkstattwaschbär schreibt, wenn ich meiner Freundin Nudeln mit Ketchup servieren würde, wäre ich wieder Single. Hast du es schon mal probiert? Wir haben hier gerade gesehen, dass also, wobei, nee, du solltest der Freundin ja nicht servieren. Das klappt nicht. Du solltest es, also auch bei Pia und Kim, man sollte es ihnen offensichtlich nicht servieren, aber man sollte es als Mann selbst essen. Verlangen. Das ist ja offensichtlich der Trick. Das haben wir ja gelernt von diversen Developern in den letzten Tagen. Oh Gott. Genau, Verlangen. Das auch noch. Boah, das hat mich mit der Zeit gebrochen. Gute Frauen wollen. Gute Frauen, ja. Gute Frauen wollen, dass Männer dominant sind und Dinge einfordern und für Dinge zahlen können, aber nur ohne Maske im Gesicht. Genau, er hat ja nicht mal gesagt, dass sie dominant sind. Eine gute Frau will einen Mann, der A, Geld bezahlen kann für Sachen und B, keine Maske trägt. Und diese beiden Dinge hängen für ihn, glaube ich, auch irgendwie assoziativ zusammen. Also, der ist, glaube ich, der Meinung, dass ich mehr Geld verdienen würde bei der GameStar zum Beispiel, wenn ich heute ohne Maske zum Rewe gehen würde. Ja, safe, safe. Du würdest dann auch sofort von allen Frauen im Rewe beschlafen werden. Auch schon im Rewe. Natürlich, natürlich. Ich meine, gut, der Fairness halber, wir streamen gerade ohne Maske und kriegen Subs. Vielleicht ist das, was er meint. Ich glaube, ich ziehe jetzt meine Maske auf, nur damit der Scheiß nicht durchgehebt. Und dann komm ich hier. Wow. Wow. Ja, das ist, also wobei der Chat gerade mega steil drauf geht. Man kann es mittlerweile, glaube ich, auch einfach googeln. Aber ich habe es auch auf Twitter und ich glaube, auch Maurice hat es geteilt. Ist einfach von einem kleinen Indie-Game-Entwickler ist ein bisschen, ein bisschen ausgerastet. Eskaliert. Er hat sehr, 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 sehr fragwürdige und moralisch verwerfliche Äußerungen getätigt auf Twitter und in seinen Steam-Patch-Notes. Er hat eben damit angefangen, genau. Es war nicht mal das erste Mal, er hat auch davor schon mal Sachen gemacht, aber was jetzt bemerkt wurde, war ein Rant gegen, dass man die Masken ablegen soll in den Steam-Patch-Notes für sein Indie-römisches Gladiatoren-Spiel. Also nicht mal irgendeine Form von Relevanz und dann war, also mein Highlight war wirklich eben, dass dann Pia sich bei ihm gemeldet hat und gesagt hat, ich stream das jetzt nicht mehr und er dann, ich glaube, er hat nicht kapiert, dass du eine Frau bist. Nee, ich habe ja, ich habe in die Kommentare reingeschrieben, also ich habe halt, er hat wirklich wortwörtlich geschrieben gehabt eben, was Frauen wirklich wollen und was man tun muss, damit man eine Frau hat, also richtiger Insel-Take und ich habe halt drunter kommentiert, dass Frauen eigentlich respektvolle Männer sehr viel mehr wertschätzen und Männer, die Rücksicht nehmen auf verletzlichere Personen und dann hat er das retweetet und hat einfach öffentlich mit dem offiziellen Twitter-Account von seinem Spiel darüber geschrieben, dass als ich traurige Person das gestern geschrieben habe, hatte er Sex mit seiner Freundin und man muss die, man muss die Formulierung wirklich noch, also es tut mir jetzt für jeden leid, diese Formulierung, man sollte sie nicht hören müssen, aber I was balls deep in my girlfriend. Oh yeah, weil ich bin ein echter Mann und diese Freundin existiert wirklich, glaubt mir. Wirklich, wirklich, es gibt sie nur niemanden, die ist schon voll. Und er schreibt das mit seinem offiziellen, seinem offiziellen Game-Account auf Twitter. Also es ist kein privater Developer-Account, sondern das Spiel hat einen offiziellen Twitter-Account und er hat das mit seinem offiziellen Account getwittert und halt irgendwas darüber gelabert von wegen ja und wenn man das nicht versteht, dann wird man für immer einsam bleiben und das ist mega witzig. Maurice hat mir das gestern geschickt, das wurde auf Reddit geteilt und ging viral und die Leute kannten mich im englischsprachigen Bereich natürlich großteils nicht und dann sind die Leute in den Kommentaren draufgekommen, dass ich halt eine größere weibliche Influencerin bin und der einfach einer weiblichen Influencerin auf Twitter widersprochen hat damit, was Frauen wollen und korrigiert hat, was Frauen wollen. Was gute Frauen, das ist ein Unterschied, Pia, was gute Frauen wollen, zu denen du halt dann nicht gehörst, dieser Definition. Ja, offensichtlich nicht. Das ist das Problem. Es gibt gute Frauen und es gibt dich. Und es gibt mich. Aber ich esse auch Zucchini. Ja, ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist das das Problem, dass ich Zucchini esse. Und das Tolle war halt dann, dass ich halt, ich kannte das schon von Twitter und bin dann bei meinem normalen Reddit-Browsing über einen Toppost gestoßen in einem Subreddit, der ist älter schon, Insane People of Facebook. Also das ist noch von Facebook früher, aber heute bezieht sich auf alle insane Leute auf Social Media, wo jemand, oh, das ist doch Pia, das kenne ich doch, wo jemand die Antwort halt auf Nummer 1 in diesem Subreddit mit 8000 Upvotes oder sowas Irrer Entwickler reagiert auf weibliche Influencerinnen oder sowas. Ich war sehr, sehr begeistert. Das ist schon witzig. Aber jetzt, Johnny, sitzt du jetzt wirklich mit einer Maske? Ich sitze da mit Maske und habe gerade tatsächlich mehr Subs bekommen als in der Stunde davor. Das funktioniert. Also kann ich sehr gut sagen. Bei dir geht es total ab. Ich will das, ich probiere das jetzt auch. Das funktioniert. Ich kann also fest sagen, dass es nicht da, also ohne Maske verdient man zumindest nicht mehr. Ja, das, das, das kann ich sagen. Ja, jetzt kriege ich aber auch. Au, ich kriege das, ich muss halt, also ich muss das immer meine Kopfhörer, ich bin zuvor, meine Kopfhörer abzunehmen. Das wiederum ist natürlich... Okay, ich muss meine Kopfhörer abnehmen, das funktioniert nicht. Ich meine, ist ja auch ganz... Na gut, Nörgel ist schon weg, aber eigentlich ist ja Maske auch gar nicht so blöd. Dankeschön, Nörgel ist auch da, das sieht nur so aus. Vielen Dank. Nörgel hat Ostrok überfallen und geplündert. Ich hab keinen Kuss, ich spiel an meine Maske, es ist grün. Und sofort auch bei mir, der wundervolle Van Enel ist sofort und Kulnernau, ja, also verdammt man... Also bin ich ein Trendsetter eigentlich, kann man das so sagen. Mega der Trendsetter. Du machst mich gerade reich, Johnny, Dankeschön. Gerne, gerne. Kannst du jetzt meiner Freundin ein Pferd kaufen, wie wär's? Ja, klar. Also wenn du möchtest, dass sie noch mehr Zeit mit mir bereits schnell verbringt, auf Kreuz. Ja, dann kann Johnny in Ruhe seine Nudeln essen oder das irgendjemand kritisiert. Nee, meine Freundin macht mir sehr viele Nudeln. Also das ist... Da hat sie meinen Lifestyle. Oh Mann ey, das ist sehr süß von euch. Ich sag auch nochmal vielen Dank, wir haben auch einen anonymen Geschenkgeber hier im Chat. Ey, morgen streamt ganz Twitch mit Maske, ich sag's euch. Dankeschön, Daichan, für die zwei Subs. Ey Leute, das war ein Joke, ihr müsstet nicht wirklich alle reinzummen. Ich hab mehr als genug Subs hier. Es ist super süß, aber ihr müsst wirklich jetzt nicht alle reinzummen. Face ATV schreibt, was geht denn hier ab? Ja, wir setzen Trends. Das geht hier ab. Weil wir die Avantgarde von Twitch sind. Würde ich genauso unterschreiben. Das ist ja süß, aber es ist echt nicht notwendig, Leute. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Wie ist denn bei euch so mit, 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 äh... Ihr rastet einfach viel zu krass aus gerade. Bei mir wird's jetzt allmählich kritisch tatsächlich und wie wir tatsächlich wieder merken, die KI-Verbündeten sind nicht so nützlich, wie sie vielleicht sein sollten. Tatsächlich hat er das erste Mal was gemacht, ne? Also Karl Franz, glaube ich, vor dem Anliegzustand, den er hat, hat gekämpft. Oh. Alter. Würde ich sagen. Weil der hat so ne angefressene Armee auf einmal. Alter, Leute. Was macht ihr? Was macht ihr? Gegen alles hier? Heilige Schicksal. Klingt doch gut. Oh, ich hab so hart reingebehätet. Das tut mir so leid. Eine von zehn. Ich hab so hart reingebehätet. Oh Gott, ich hab so ein Schlechtes gemisst. Mach mal. Komm. Verliert keine Truppen. Ah. Ich danke euch sehr. Das nehme ich mit. Aber das wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Bitte vergisst nicht, dass ich jetzt gerade erst mal Stream-Pause habe. das Sprechen und Justin Cave. Für ein bis zwei Wochen, weil ich morgen operiert werde. Aber es gibt immer noch sehr viel Zin hier. Also ich werde bald Unterstützung brauchen. Der Bait war halt echt, oh, das war es wieder. Und Pia hat doch bei sich den großen Sieg gehabt letztes Mal, oder? Ja, ich kann jetzt gleich hochgehen. Ich heil mich gerade noch hoch. Sehr gut. Was noch gut wäre, Pia, wenn du mir jetzt vielleicht doch noch mal, weil ich, Johnny konnte mir ja nicht Tushika geben. Wenn du mir jetzt noch mal Bolgars gerade zurückgibst, weil es kann trotzdem sein, oder probieren wir mal, weil es kann jetzt sein, dass ich Prag verlieren werde, temporär. Ich hab jetzt echt viel weggehauen gerade. Aber es kann noch passieren, dass die, also ihr seht ja hier diese fünf Zinig-Armeen bei mir. Nein, ich kann gerade keine Siedlungen tauschen. Mach ich mal, Temi, Leute. Ihr seid insane. Ihr seid insane. Es ist einfach, es ist insane. Es ist viel zu viel. Aber die ist auch gemutet. Ich glaube, die ist gerade in Verhandlungen mit dir im Chat. Ne, ne, ich bin schon am Raussuchen. Ich bin, das ist schon, wie gesagt, das ist, äh... Ich hab's ihr schon geschickt. Aha, das ist super. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön. Riesiges... Es sind so viele, ey. Holy shit. Äh, wo hat's denn angefangen? Äh... Dankeschön Frosty. Dankeschön Nessie. Dankeschön Schoko. Dankeschön Werderan. Dankeschön Agis. Dankeschön. Äh... As, Venia. Baba, Lersli ist Baba. Ich hab 20.000 Gold gemacht. Dankeschön Ubi. Dankeschön Anli. Ich fang da jetzt schon mal an. Einfach eine weitere Anliegen. Dankeschön Hermann. Dankeschön Bro. Dankeschön Daichan. Dankeschön Assis. Dankeschön Schoko Peanuts. Danke Just Top. Und Gamakos. Und The Brave. Luca Schwell. Und Katastrophe. Und Nialana. Und Pat. Und Cookie. Und Nobody. Und, ähm... Koyokin. Und Wertiger Eumel. Und Black Wolf. Und Albino. Und Oden. Und Lorendell. Und Darwin. Und Kula. Und Manidu. Und Black Warrior. Und Harry. Ähm... Harry. Und Elidias. Vielen lieben Dank ihr Lieben wegen den Subs. Das ist total süß. Danke, danke, danke schön. Danke für den Support. Ihr lieben Menschen. Gut. Und danke, danke, danke. So, ich hab halt ein bisschen... Ich hab so ein kleines Problem gerade davor, mich zu bewegen. Ähm... Ich habe unter mir quasi versteckt in Lauerstellung ne Armee. Von Slanisch. Und das ist so ein bisschen... Ach, warte mal. Hast du gar keine Armee mehr dort? Doch. Alter, wieso sind das so viele bei dir? Weil beide zu mir gegangen sind. Also Slanisch ist zur Hälfte zu mir diesmal. und Zinch halt komplett. Ich hab jetzt die Slanisch-Sachen weggehauen. Aber jetzt hab ich eben wirklich noch die komplette Zinch-Horde vor mir. Ich bin da. Ich bin nächste Runde da, damit wir sie angreifen können. Geil. Oder warst du... Ich hoffe, die belagern jetzt nochmal. Es kann jetzt sein, dass sie mich jetzt direkt angreifen. Und danke schön, der Boss für die 19 Monate. Wobei auch nicht das schlimmste Problem der Welt war. Und danke schön, Ricochet für die 5 verschenkten Subs. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Wir schauen einfach mal, was passiert. Ey, das ist super süß. Dankeschön. So, ich erforsche hier noch... Oh, und gleich krieg ich mein Food. Ja, ich glaub, ich komm auch nochmal... Ich muss mal eben nur die Tür hier aufmachen, damit ich das höre, wenn mein Essen hier kommt. Also die, die zumindest aus der Höhlengrube, ne? Die kommen nicht mehr nach Prag. Die, die Camp... Sehr gut. Werde ich wahrscheinlich in Fort Ostrost gleich reiten. Und dann haben wir vielleicht schon mal ein bisschen mehr Zeit. Leute, ihr müsst auch irgendwann wieder aufhören. Ich werde gebeten, im Chat mal einen kurzen Überblick... Dankeschön, Rico, für die 5 verschenkten Subs. Das kann ich gerne machen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir sind gerade so in dieser Phase der Kampagne, wo wir das erste Hauptziel, nämlich Nörbel zu vertreiben, geschafft haben. Und was danach passiert, ist, dass einfach eine Horde von Feinden Dankeschön, Dankeschön... überall auf dich herein bricht. Und... Richtig überall. Und er war 69 Subs geworden. Und Lul ist genommen Humor. Das passiert jetzt gerade, und wir versuchen uns hier überall an allen Fronten zu verteidigen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ich hab gerade gedacht, wir haben, glaube ich, gar nicht mehr wirklich ein Ziel. Also, das Spiel sagt uns nicht, so gewinnst du jetzt, sondern... Danke, 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 Dankeschön. ...und es einfach irgendwie Survival, bis man, glaube ich, halt die so besiegt, dass man ausrücken kann. Ähm... Ich sehe jetzt auch die Armee, die da bei Pia gemeint war, die jetzt hier... Diese Slanesh-Armee. Das ist nur eine. Ja, aber das schafft allein auch meine Stadt nicht, tatsächlich. So, bei mir ist jetzt... Jetzt bewegt sich hier Zin, mit irgendwie... 4.000 Armeen. Der hat sich wegzuloportiert, ne? Wir müssen jetzt mal gucken, was der macht. Ob der jetzt angreift. Ne, er hat nicht angegriffen. Danke, ihr Lieben. Das ist gut. Dankeschön. Ja, der ist unter dem... ...und er hat sich hier in den einen voll... Ach nee, das ist nur ein Helm. Vielen Dank, vielen Dank. Er hat sich hier zuloportiert so ein bisschen in der Ecke. So, wer läuft hier gerade um sein Leben? Das ist mal wieder Franz, ne? Pff. Mal wieder Franz. Franz ist, glaube ich, geschlagen worden. Hast du eigentlich schon den Urson-Dingster-Boomster ausgerufen bei dir, damit die mehr Verschleiß kriegen, Maurice? Ja. Sie haben recht viel geplündert, deswegen haben sie gar nicht so viel Verschleiß erlitten, wie sie sollten. Aber... Das könnten wir jetzt eigentlich ganz gut hinkriegen, tatsächlich. Weil ich habe ja jetzt auch noch eine zweite Mini-Armee, die ich, glaube ich, in Marschstellung da hochkriege. Wir gucken gleich mal. Die Garnison ist halt sehr geschwächt von diesem Slaanesh-Ausfall gerade, aber das ist... Könnte machbar sein. Boah, ich habe hier... ...ein Gegner in Marsch vor mir. Weg damit. Ah, den Skaven hier, ne? Ja, ja, Maurice hat seine Maske immer noch auf, das hört man. Das ist okay, das ist der GameStar-Boy, der braucht Geld. Offensichtlich. Wie jetzt? Ich dachte, wir sind ja Menschen mit Prinzipien. Habt ihr Weicheier, die schon wieder abgesetzt? Ja, klar. Wow, diese Geldreiche... Ja, ich habe einen Halbzeit mit, die haben wir noch erreicht. Fünf Minuten Maske aufsetzen, um Geld abzufarmen, aber kein Prinzip dahinter, ne? Das ist mal wieder typisch. Ja, oder ich habe einfach gemerkt, dass die Leute mir sehr viel Geld dafür gerade geben und mir ist es einfach unangenehm. Au, wirklich. Jetzt hast du es natürlich schön moralisch umgedreht, so richtig Macht des Spiegels, Yu-Gi-Oh mäßig. Ja, ich bin halt eine Frau, ich kann das, dir die Worte im Mund umdrehen. Das stimmt, ja. Und jetzt war es auch noch ein bisschen sexistisch. Ja, aber gegen dich selbst, ja. Ja, ein bisschen. Ich merke, dass ich einfach gerade, ich muss immer wieder was trinken und dafür muss ich natürlich auch abnehmen. Ah, ja, na, was ein Zufall, ne? Ah, immer diese schwachen Menschen, die dann ihre Masken direkt wieder abnehmen, ne? Ja, ne, das könnt ihr jetzt nicht mehr bringen. Wir können, wir haben. Ja, mach ich. Also habe ich gar kein Problem damit, das zu machen. Wow. Ich bin gleich eine Sekunde weg, nur dass ihr Bescheid wisst. Jawoll. Meine App gibt mir gerade schon, der Dude hat seinen Finger auf dem Knopfbild, aber noch ist nicht da. Sehr gut. Aber das ist auch gut im Chat. Was haltet ihr denn hier von so einer Armee, die im Marsch ist? Raussnacken mit Splitzschlag, lohnt sich das? Wie hart ist denn der Malus? Vitalität im Kampf ist müde. Wenn die im Marsch sind, sind die auch müde. Ja. Ja, ja. Jetzt hat die Frage, ob es sich lohnt. Ach, man könnte hier auch einfach eine von den Armeen, ich könnte, glaube ich, auch eine von den Armeen einfach raussnacken, ne? Im Blitzschlag, ja, ja, das habe ich vorher auch einmal gemacht. Wir können mal gucken, ob wir die vielleicht auch so Schritt für Schritt abgefischt kriegen. Jetzt will der Chat, dass ich so eine mittelalterliche Seuchendoktor-Maske aufziehe. Ich glaube, weil wir so viele KI-Fraktionen mit Diplomatiebefehlen in diese Kriege mit reingezogen haben, dass die jetzt alle irgendwie mit berechnen müssen und tätig werden in diesem Konflikt. Glaubst du echt? Ja, aber das waren jetzt gerade die drei Zwergen-Fraktionen. Denen habe ich alle befohlen, bitte kommt hierher zu der Stadt und helft mir. Also brauchen wir deinetwegen so lange, okay. Ja, aber auch, aber ich meine, sie brauchen offenbar einfach nur sehr lange, um zu dem Schluss zu kommen. Nee, ich glaube nicht. Oh, Manfred von Karstein hat den Nicht-Angriffspakt mit mir beendet. Wow. What? Das gefällt mir nicht so gut. Ja, er sagt mir auch aus irgendeinem Grund, dass ich nicht so verlässlich bin. Ich glaube, ich habe mich in irgendeinen Krieg mit reinziehen lassen vorhin für Geld. Mit jemandem, mit dem ich eigentlich im Frieden war. Und ich glaube, das wird mir jetzt negativ angerechnet. Ups. Ja. Okay. Oh, da komme ich nicht ran, ne? So, kriege ich den hier jetzt da rüber? Ah, ne, ich kann... Ah, verdammt, er konnte nicht rekrutieren, weil Prag wieder belagert wird. Ähm. Boah, schaffen wir die Armeen? Ich checke gerade mal, wie der Kampf ist, wenn ich einen Ausfall mache. Naja, entscheidende Niederlage tatsächlich. Aber du redest auch noch da drin, ne? Mit Blitzschlag kann ich was raussnacken. Habe da einen knappen Sieg. Schaffen wir zwei gegen den Rest einen Kampf, wenn ich mit einer komplett gesunden Armee dazu komme? Das ist schwer einzuschätzen. Könnt sein, dass es immer noch nicht reicht. Wollen wir speichern und das probieren? Ja, wir können mal speichern. Ich tue trotzdem mal den Typen hier... Also, wir speichern mal. Und dann, äh, ziehe ich auch noch mal... Ihn hier... Der hat zwar nicht viel, aber er hat etwas. Ah, er kommt nicht mal ganz hoch. Ah, wie blöd. Okay, dann kann ich mit dem leider nicht viel machen. Dann müssen wir es probieren. Okay, dann gib mir mal eine Sekunde, dass ich da jetzt vorlaufe. Und keinen Mist in meiner Bewegung mache. Okay, warum wirst du mir nicht das Unterstützen der Spiele angezeigt? Vielleicht müsstest du den angreifen, der belagert wahrscheinlich. Ich kann mit einem Blitzschlag auch den einen rausnehmen. Und dann kann ich dich aber immer noch unterstützen, wenn wir eine zweite Armee rausholen. Ja, geil. Das könnten wir machen. Do it. Aber dann würde ich das... Boah, kämpfe ich das oder mache ich ein Auto-Resolve? Was zeigt er dir denn an? Er sagt Verluste Mittel. Und er sagt Pyro Sieg. Und normalerweise würde ich bei sowas immer sagen, auf jeden Fall selber spielen. Aber gleichzeitig spielen wir gerade gegen Zinich. Und der hat halt so viel Long Range, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob die Berechnung nicht eh schon für mich ist. Weil Range halt im Ausgespielten noch schlimmer ist eigentlich. Also ich glaube, ich gehe da safe für Automatik. Ja, ich glaube auch. Klingt smart. So, bist du jetzt eigentlich noch belagert? Äh, ja. Ich denke schon. Oder wir sehen es gleich. Warte kurz. Ähm. Ja, die gilt noch als belagert. Aber was passiert, wenn ich jetzt den hier angreife? Warte kurz. Ich muss mal ein bisschen irgendwie so scrollen, dass ich alles gut anklicken kann. Wenn ich jetzt den Ausfall hier mache, dann supportest du mich auch. Wir kriegen eine mannhafte Niederlage, wenn ich das mache. Oh Gott, das ist mein Essen. Dann bis gleich. Wie viele Armeen seid ihr so? Äh. Dass bei mir nicht mehr gegenfinanziert wird. Also ich habe eine Armee tatsächlich nur. Äh. Die halt komplett aus Bären besteht. Ja, also das ist dein Doomsdeck, ne? Genau. Ich meine, ich halte ja auch die ganzen Siedlungen, weil ich die ja nicht abgeben kann. Deswegen habe ich halt ein bisschen mehr Optionen. So, jetzt müssen wir gleich mit Pia noch besprechen, wie wir das am besten machen. Ja. Hm. Hm. Aber. Ich meine, willst du die mannhafte Niederlage spielen? Was ist deine Sorge? Das ist die Frage. Wir können entweder die mannhafte Niederlage spielen, oder ich kann jetzt nochmal einen mit Blitzschlag rausnehmen. Ich verliert aber auch, war auch relativ viel. Hallo. Ähm, hallo. Aber du, regenerierst du denn während dieser Belagerung danach? Nee, nicht während der Belagerung. Außerhalb, also, sie können mich halt immer wieder direkt nachbelagern. Ähm. Genau, also wir können jetzt, wir können jetzt entweder eine Feldschlacht machen, wo er uns eine mannhafte Niederlage berechnet. Aber. Und versuchen, das zu drehen. Warte mal, gib mir mal eine Sekunde, bevor du das angreifst. Geh da nochmal raus. Bitte. Er hat nämlich noch, ähm, er kann nämlich noch, ähm, leveln. Ja, mach das gerne mal. Aber ich glaub auch, also, ich weiß nicht, ob die Armeen von den Verbündeten sich dahin bewegen, aber wenn sie das tun würden, was sie behaupten. Wäre super, aber das behaupten sie schon länger. Ja, also, dieser Valmir von Raukhoff, der ist da seit Ewigkeiten schon am Rumeiern. Wenn der da mal hingehen würde, wäre das fantastisch. Aber er macht's nicht wirklich. Also, ich mein, ich bin jetzt mit meiner Hauptarmee in Dushika, ne? Also, ich bin auch nicht mehr so weit weg. Das ist natürlich spannend, wenn du dich mit der rüber bewegst. Ja, also, ist halt die Frage, ob mich quasi der, ich weiß nicht, wie der heißt, ne? Der aus Höhengrube, wenn der Bock auf meinen Po hat, so, dann wird der da hinkommen. Aber dahinter, also, wenn du mal bei Fort Osthock sitzt, hab ich, also, ich hab grad quasi drei Zwanziger-Stacks. Ja. Also, für mich ist halt einfach nur klar, wir müssen jetzt entweder weiterkämpfen, oder ich muss mich verpissen, aber ich kann nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt gerade stehe. Mhm. Schwer. Ja. Wobei, ich wahrscheinlich weniger Überlebenschancen hab, wenn ich rauslaufe. Ich hab grad auch nochmal gelevelt. Ähm. Aber, das Ding ist dein, ja, du bist halt echt tief drin, so, ne? Aber die können mich auch nicht eingreifen, ohne dass Maurice mithilft, ne? Mhm. Dann bleib ich vielleicht wirklich genau da stehen. Ja, das Ding ist auch, dass, ich glaube, dass Maurice als Verständnis, er hat ziemlich Juicies, weil er halt nur auf Bären setzt, ne? Das ist mal der Action-Faktor. Das einzige Risiko, das ich jetzt gerade sehe, ist, wenn wir jetzt kämpfen, sind nur vier Armin betroffen. Wenn er nächste Runde angreift, zieht er die fünfte Armee auch noch mit ran. Ja. Aber ich, es wird, glaube ich, schwer zu gewinnen. Also gegen Zinch vor allem. Klar, wir müssen auf Johnny warten. Ich kann jetzt nochmal gucken. Ich hab jetzt gerade nochmal gelevelt, ob das was bringt. Wartet mal kurz. Ich kann mir die so schwer anklicken, weil das hier wirklich viele Armeen auf einmal sind, die hier sich rumeiern. Jetzt hat es nicht viel geändert. Knapper Sieg mit hohen Verlusten. Ja, aber das ist doch perfekt. Ja, mit Blitzschlag, aber ich verliere mehrere Bären-Trupps. So nehme ich eine Armee halt raus. Ja, aber das wäre doch perfekt, oder? Also, das spielen wir. Beziehungsweise, oh, das dürfen wir auf gar keinen Fall spielen, weil es ist ranged. Aber auch, wenn du mehrere Bären-Sachen, wir haben eine Armee damit noch komplett weg von ihnen, die komplett healthy ist im Verhältnis zu deinen Sachen. Und dann warten wir, bis Johnny da ist. Ja, können wir probieren. Weil dann bleib ich genau da stehen. Dann greifen sie wahrscheinlich in erster Linie mich an. Und auch, wenn meine Armee wipen sollte, fällt dann zumindest nicht Prag. Ja. Das ist halt die Sache, ne? Wenn du angegriffen wirst, dann hilft dir Maurice. Aber er kann ablehnen. Auch mit der Garnision, ne? Also, er müsste dich da quasi opfern. Das kommt darauf an, was sie angreifen und wie viel, ne? Ja. Also, ich denke auch, Blitzschlag und dann schauen, ob sich quasi Pia opfert. Und so oder so, wir nehmen ja, wir nehmen ja welche von ihnen raus. Wir kriegen Geld. Es ist ja auch nicht der Weltuntergang, wenn die Stadt fällt. Das ist dann scheiße für mich. Aber ihr beide seid ja immer noch dann voll ab Start. Äh. Und wenn wir sie da brechen, Schritt für Schritt, ist das ja auch nicht das Schlechteste auf der Welt. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass meine Hauptargumentation die war, dass ich gerade nicht kämpfen will, weil ich einen Burger in meinem Mund habe. Aber, ähm. Natürlich nicht. Ja. Ne, dann würde ich sagen, Blitzschlag raus. Chill. Hab ich schon, genau. Gleich Pia opfern. Wieso sagst du jetzt nochmal Pia opfern? Ist das für dich wichtig? Ja, für den Gedankenprozess macht es schon attraktiver, ja. Aber ich kann es aus irgendeinem Grund nicht mehr die Kameraperspektive verschieben. Ist jemand von euch gerade noch in irgendeinem Fenster? Ne, bei mir steht, du bist noch drin. Das heißt, wir sind bugged. Äh. Kann ich die Runde einfach beenden? Ich mache ja nichts mehr, ne? Ich kann die Runde auch nicht beenden. Ne, wir sind raus. Wir sind desig. Schade. Dann, ähm. Müssen wir nochmal raus. Ja, ich komme ja auch gar nicht raus, also. Ich muss Eid F4. Wow. Kannst du laden, also speichern, Maurice, jetzt? At this point? Ne, konnte ich nicht. Aber wir haben ja nur Auto-Resolve-Zeugs gemacht. Das kriegen wir ja genau wieder so. Wobei, ich hatte gespeichert zuletzt, bevor du hochgegangen bist. Mhm. Dann hoste ich einfach das wieder. Ähm. So. Das war vor acht Minuten. Das ist ja nicht die Welt. Ja. Dann könnt ihr mir bei Steam wieder reinjoinen. Ich habe vergessen, mir ein paar Ketchup aus der Küche mitzunehmen. Scheiße. Dann muss ich aufstehen. Das ist schlimm. Dann gehe ich auch nochmal aufs Klo. Bin gleich wieder da. Spiel ist aber offen. Ihr könnt beide rein. Ja, ich, äh, ich journey gehe dann auch nochmal kurz für kleine Kündigstiger. Weil ich habe auch langsam Hunger, wenn jemand da die ganze Zeit ist. Das ist ja aktive Folter. Ähm. Liebe Twitch-Chats. Ich glaube, ich muss euch gerade allein unterhalten, ne? Dann warte ich, glaube ich, noch kurz. Ähm. Voll schön, hier zu sein. Voll cool. Äh. Für mich war tatsächlich Strategiespiel zu streamen vor noch einem Jahr völlig undenkbar, weil ich ja nur League gemacht habe. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, das spielen zu können, worauf ich am meisten Lust habe, ist voll das Privileg. Fühlt sich übelgeil an. Das ist etwas, ähm, ja. Wo ich sehr, sehr dankbar für bin, dass das möglich ist. Ich denke, es wird nicht das Letzte sein, aber hier in dieser Gruppe dann auch so lieb aufgenommen zu werden, ist sehr süß. Und ich lese auch die anderen Chats und ich finde, ihr seid alle, finde, die beiden haben eine sehr sweete Community. Ich bin, äh, sehr schön, sehr froh, wie ihr mich aufnehmt. Seid sehr lieb. Und jetzt gehe auch ich pinken, weil es geht nicht mehr. Bis gleich. Mein Chat hat gesagt, Johnny ist ein Stream-Sniper. Was muss ich damit verstehen? Was machst du da so? Wovon sollte ich in Kenntnis gesetzt werden? Ist Johnny gerade AFK oder tut er so? Ah, okay. Ich bin gerade wirklich AFK. Ich nutze diese kurze Pause. Ach, er hat euch lieb genannt. Er hat aber recht. Dankeschön, Dracania. Burger ist schon eine coole Sache. Was gibt es bei euch heute so? Das ist ein, ähm, ähm, Quietsche-Käse-Burger. Moris. Jawohl. Pizza oder Burger? Äh, Pizza. Das ist gar keine Frage. Echt? Ja, das ist, das ist gar keine Diskussion. Das ist sogar noch eindeutiger als Kartoffel versus Nudel. Oh, krass. Bei dir nicht? Mhm. Oder in die andere Richtung genauso eindeutig? Schwer. Also, ich meine, der Burger ist, das ist tatsächlich nichts, in dem Fall auch gar nichts gegen den Burger. Ist einfach nur, dass die Pizza einfach, die Pizza ist halt die Kartoffel der Teigprodukte. Ähm. Oh, findest du, krass. Mhm. Okay. So, da bin ich wieder, sorry. Jawohl. Wir haben wieder eine Front, Johnny. Pizza oder Burger? Oh, das ist sehr einfach. Ich finde auch, aber fast ist die Antwort. Die Entscheidung liegt nämlich auch hier einfach folgendermaßen. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Die schlechteste Pizza ist bei far besser als der schlechteste Burger. Ja. Aber der beste Burger ist ein Ticken besser als die beste Pizza. Ja. Ist das so? Das heißt, wenn man in ein Restaurant geht, wo du keine Ahnung hast, wie gut es ist, machst du mit einer Pizza nicht viel falsch. Einen Burger zu bestellen, weiß ich nicht. Das ist dann diese Käsescheibe aus der Tiefkühltheke. Dann ist das da zwei Euro Hackfleisch und da wird daraus irgendwie ein Patty geprügelt. Mhm. Mhm. Aber wenn du weißt, das ist ein richtig guter Burger da, so. Mhm. Weißt du, die machen da vielleicht sogar noch eine Nudel drauf. Ah, Abfahrt so. Fuck, was ist kaputt mit dir, Junge? Was bist du für einer? Oh, sorry. Vor allem eine Nudel. Ja, so richtig random, so einfach auf dem Burger. Und dann hätte ich gerne noch eine Spaghetti-Nudel, aber nur eine. So, ich blitzschlag jetzt hier nochmal erstmal den einen hier raus. Hau ihn raus! Jawohl. Oh, warte mal. Ich hab jetzt meinen Schritt noch nicht gemacht, ne? Mhm. Aber ich krieg den einen Dude jetzt alleine abgefangen. Stimmt. Das ist sogar besser als letzte Runde. Oh, er flieht. Ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Ah, er flieht. Aber ist ja auch nicht, wenn er wegrennen will. Nee, das ist scheiße, weil jetzt haben wir nichts rausbekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hätten wir nochmal machen sollen, wie wir es gerade eben gemacht haben. Mhm. Beziehungsweise... Aber du hast ja nicht auf mich gewartet. Das stimmt. Und jetzt stehe ich hier drinnen und habe ein massives Problem. Das stimmt. Da sollten wir wahrscheinlich nochmal laden, dass wir es genauso machen, wie wir es gerade haben. Das wäre super, weil sonst reibt meine Armee für nicht. Was passiert, wenn wir uns eh schon hier sind, was passiert, wenn ich den hier angreife? Hier kriegen wir ein Pyro-Sieg gegen zwei Armeen. Ja, dann lass das machen. Dann ist zwar meine Armee weitgehend weg, aber von ihm ja auch nochmal fast alles. Man kann das auch kämpfen. Gegen ziehen, hier ist immer die Frage, ne? Ob uns das viel bringt. Hatten wir ja gerade schon die Diskussion. Okay, dann nicht. Ich weiß es nicht. Habt ihr leider mehr Erfahrung als ich. Ja, was hat er denn so? Was sagt er im Chat? Er hat sehr viele Horrors. Er ist auch eine... Es sind auch zwei recht starke Armeen, tatsächlich. Ähm... Mit Soulgrinders und Lord of Changes und sowas drin. Moris? Jawohl. Achso, da hat einfach bei mir jemand getrollt. Bei mir hat im Chat jemand geschrieben, dass du deine Szene wechseln sollst, aber deine Szene hat gepasst. Ne, sie hat bis vor kurzem noch nicht gepasst. Ich glaube, der hat es schon nicht geschrieben, während ich gewechselt habe. Ganz schwierig. Ich habe mal zwei so angeschlagene Armeen. Und eine, die sehr healthy ist. Ne. Achso, ich dachte, ich bin wieder rausgeflumpst. Ne, 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 ne. Lass es uns spielen. Jawohl. Wir schaffen das. Mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das stimmt, das stimmt. Wir sind ja nicht so schlecht darin. Das stimmt. Außer wir spielen Bauern, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir haben ein paar Bauern aus der Garnison, aber... Oh, das ist auch... Ne, die Garnison ist gar nicht so schlecht. Da sind noch Eiswachen und so drin. Das Problem ist echt... Andersrum wäre es so viel cooler, ne? Hm? Mein Meinung an mir zuerst dabei. Naja. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt, tausendmal geiler. Moritz, will nur, dass ich sterbe. Äh. Johnny. Aber hier wird gefragt, wer spielt denn hier eigentlich zusammen? Die anderen beiden klingen auch super nett. Würde gerne auch bei Ihnen reinschauen. Wir haben einen Squadstream, aber die anderen beiden sind Shurioka und Johnny. Bei denen ihr sehr gerne mal mit reinschauen könnt. Aber es gibt auch einen Squadstream, wo ihr sie direkt sehen könnt. Dankeschön, Törtlfborg. So, wie ist jetzt hier die Lage? Deine Verstärkung kommt kurz vor Ihnen. Das ist ja richtig wild, wo die Verstärkung rauskommt. Ja. Und meine Garnison kommt hinter mir. Ich denke, ich muss auch darauf warten. Das wird ziemlich weird. Ich schaue gerade. Ähm. Ne, du kannst nicht warten. Das pierdet. Ja, sie fällt ihm ja direkt in den Nahkampf in den Rücken. Äh. Ich kann, ich kann, guck dir die Stärkeverhältnisse an. Ich kann jetzt nicht anstürmen mit den geschwächten Bären. Dann werde ich einfach im Fernkampf ja schon zerlegt. Vier Minuten, ey, holy shit. Sieht man einfach die Hälfte nicht, oder? Ich glaube, man sieht gerade recht viel nicht. Weil das ist ja ein weirdes Stärkeverhältnis für das, was ich hier sehe. Ja, ne, das ist ein Fullstack. Man sieht ihn aus irgendeiner Hand. Warum lässt sich das denn da nicht rüberschieben? Jetzt. Boah, das sind halt vier Minuten, ne? Äh. Ne, ich muss halt da hinten kommen. Das ist einfach zu lang sonst. Aber eine Minute 24 ist mir auch ein bisschen zu knapp, um ehrlich zu sein. Weil ich nicht glaube, dass du da rechtzeitig da bist, ne? Aber du kämpfst dann auf der anderen Seite des Flusses raus, ne? Das wäre schon ein Big Win. Mhm. So meinst du, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, irgendwie fliegt bei denen ja scheinbar die Hälfte. Ich kenn denen hier Units noch nicht so, aber vielleicht bringt das gar nicht so viel, aber... Und du hast da direkt einen Hügel, also... Ja, ich versuch's. Ich hab die Stelle noch missleitbar. Ach, versuch's. Lass mich da nicht sterben, bitte. Du brauchst mir keine Einheiten geben, ich hab genug, Maurice. Jawohl. Dann, ich geb dann Johnny vielleicht einfach die Verstärkungsarmee, wenn sie da ist bei mir. Oh, mach's. Ich hab noch Zeit zu essen jetzt, das ist schön. Jawohl. Du steuerst dann, du kannst es glaube ich anschauen, wenn du auf das Verstärkungsbandel gehst. Ein paar Eiswachen, ein paar Kavallaristen, alle auch leider geschwächt. Ähm. Dann, auf geht's. Willst du im Wasser starten, ne? Äh, ich wollte's nur nicht verschieben, dass die möglichst schnell kommen. Weil die müssen ja eh vorzunehmen. Nee, ich meinte deine Bären stand im Wasser, aber das ist wunderbar. Bei denen ist es relativ egal, wie sie stehen, die warten ja ein bisschen auf den Angriff. So, der Gegner wartet auch. Komisch, dass wir so wenig sehen von ihm. Aber da hinten, man sieht es so ein bisschen dezent, wenn ich ein bisschen näher komme. Dann geht es in die Sicht... Aber hat er irgendwas Vorhutmäßiges? Also kann er vielleicht schon bei dir da stehen? Nee, ich glaube nicht. Er hat ein paar Flieger halt. Also aber die Idee wird sein, wir fighten am Fluss, ne? Ja. Ich glaub, die Idee wird, ich fight die Frontlinie, oder? Genau. Ja. Und dann versuchen die Bären ihn, ihn schön... Danke schön, Maiti. Ich hab auch noch diese Ursusfähigkeit, um ihn zu verlangsamen. So, gleich ist quasi Showtime. Können Pistazien ablaufen? Nee, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaub, wenn du sie feucht lagerst, wahrscheinlich... War jetzt unsere beiden Verstärkungen da? Okay, das ist, äh... Stärkeverhältnisse sind wir jetzt überlegen, aber seine Verstärkungarmee ist noch nicht da. Vielleicht hätten wir doch den Autoresolve nehmen sollen. Waren wir so kein Vertrauen in uns? Das ist eine gute Frage. Ich fand echt... Also wir haben ja... Also die Start-Eben bei mir haben wir ja auch gewonnen, ne? Das stimmt, das stimmt. Gebe... Gib mir... Gib-bi-bi... Oh ja, äh... Auf jeden Fall. Danke. Guck mal. Laufnärmig allererst mal ins Wasser. So, jetzt ist tatsächlich ausgeglichen. Jetzt sind beide Armeen da. Oh Gott, das... Ich bin stark. Das wird spannend. Ich bin sehr stark. Ich muss nur drauf spekulieren, dass der auch zu mir kommt. Und du bist ein bisschen zu früh rein. Na, ich wollte gar nicht rein. er hat sich nur gedreht, tatsächlich. Gehen wir wieder zurück. Und das soll ich zeigen, ne? I'm coming. Ich provoziere den jetzt, damit er zu mir dreht. Ich will, dass der zu mir dreht. Ich will, dass der mich angreift. Und nicht euch. So, jetzt kommt er mit seinen Fliegern zu mir. Ich komme mal zu dir, Johnny, dass du deine Fernkämpfer gegen die vielleicht benutzen können. Ja, da sind aber keine da, wo du hinrennst. Also, ich will am Schluss gehen. Das heißt, die... Ja, ne, dann nur mit der Kavallerie helfen. Ne, genau. Der hat halt hier diese brennenden Streitwägen, die ziemlich viel Schaden machen. Und zwar in den Wald, ne? Ja. Ich kann auch, also zumindest einen Teil... Achja, du kriegst auch noch ein Patriarchen von mir. Den habe ich dir nicht gegeben, weil er mir vorne angezeigt wird in der Liste. Für die fliegenden Sachen chasen jetzt meine Kavallerie. Ich brauche da einfach ein bisschen weg. Hm, schwierig. Schwierig, was da ein guter Ansatz ist. Ich würde gerne, dass die kommen, aber die lassen sich von mir nicht provozieren. Ja. Ah, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Wir kämpfen. Ja? Ja, wir kämpfen. Oh, er lässt seine Ritter einfach von dir weg snipen. Naja, das war nicht so smart von ihm. Das nehmen wir. Alles schön methodisch. Mhm. Junge, Junge, meine armen Units, ey. Weil die einfach laufen mussten. Aber er hat schon was sehr Episches, oder? Ja. Also wenn die so hochgeht und sich einfach nur so denkt, oh mein Gott. Warte, wie viel hält diese Kavallerie aus? Ja, die haben noch ihre Schilde. Die dürften jetzt relativ schnell weg sein. Also die haben ja diese Energieschilde. Oh ja, jetzt melden sie. Ich war gerade auch eine Sekunde echt irritiert, weil ich mir dachte so, hä? Wie viel muss ich da reinschießen? Ja. So, jetzt kommt er. Aber die wollen einfach nicht zu mir, ne? Ja. Aber ich hab hier die komplette... Kann komplett hinten rum. Soll ich die Artillerie rausnehmen? Hat der was? Jetzt hat er mich leider mit seinen Fliegern, die ich nicht bekämpfen kann, weil ich nur Nahkämpfer habe. Und wenn du zum Fluss rennst, kann ich hier drehen. Ja, das mach ich. Dann dreh ich ja mal. Alter! Ich weiß nicht, was ihr macht. Sterben! Nicht mal meine Bären! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Da ist der Luftwagen in der Luft, Johnny. Den kannst du mal abschießen vielleicht. Rechts ist ne echt wieder Anzeige. Also hinten, wo du hergekommen bist. Ja, sehe ich. Ge bist nicht mal. Ja, sehe ich. Abschreiten der Luft rummacht. Das ist das Ding. Ich weiß nicht. Es schluss. Abschreiten. ich würde sehen zwar mal ein bisschen abfocken das ist sehr gut so ich versuche ihm auch in der flanke viel stress zu machen läuft aber gut ja naja guck dir das stärkeverhältnis an ja guck dir meine armee an aber guck dir meine armee an ja da guck dir seine armee an ja aber ich habe gleich den zweiten können den streitfang auf das ist fantastisch der seelens aber man kann aber gleich wieder schließen aber mein gott und kriegt nichts geschenkt er ist weg so ich gehe auf den seelen zermalma da vorne war noch irgendwo ein kommandant oder irgendwas so in der art auf jeden fall habe ich geschreddert sehr gut das ist auf jeden fall weg nach warte das muss auch noch auf einen ja muss auch noch weg was ist das ritter des untergangs das muss weg das sind so flieger von denen nahkampf fliege das ist gleich weg und dann wollen wir das fakt ist fällt aber das tut alles schon ziemlich weh wenn ich ihr kommandant das weg geschreddert ja jetzt brechen sie ja gg oh mein gott das war ein stress ich weiß nicht ob nicht eine automatische berechnung sogar besser gewesen wäre kann ich nicht sagen gerade das ist die frage ich bin gemütet ich habe weniger deutlich weniger verloren ich habe meine wichtigsten alle verloren ich habe meine wichtigkeiten habe ich nicht verloren also ich habe meine ganzen eiswachen noch meine zaren wachen sind also sie sind nicht tot aber sie sind dafür ist ja nicht dafür bist dafür wirst du ja auch zaren wache um vor der zaren zu stehen und zu wachen versuchst du gerade meine verluste für deine schlacht schön zu reden ja unsere schlacht guck dir mal an boris armee 45 mann aufgestellt weil die bären so wenig zahlen schau dir mal meine verluste die ich für meinen vater hier gegeben habe 427 ja ich war halt einfach ich war halt einfach das schild er hat 15 mann gegeben ich habe leider übrigens den patriarchen verloren und halt die kavallerie aber das war alles nur siedlungs garnison bei dir ja das ist voll okay deine siedlung hat ein bisschen einwohner verloren also ich bin wieder in ausstehender aktion noch drin okay ich muss jetzt erst mal meinen charakter level das mal das erste was wir jetzt machen ja ich auch ich kann jetzt einfach mit meiner zweiten armee noch direkt in eure nähe ja wo ist die denn wo kommt die denn ah die ist da hinten ja ich stehe halt echt nicht gut gerade also du auch nicht ja ich muss ich kann mich noch ganz gut bewegen ich muss gerade noch elite dann können wir level grad noch dann können wir uns überlegen weiter anzugreifen also wie wir uns bewegen einfach erst mal so bewegt ich mal noch nicht bevor wir uns besprochen haben ja genau das ist das meinte ich ja danke schön kashi das ist super lieb so genau jetzt ist die frage was machen wir ja die drei armeen weg deliten das wäre natürlich fantastisch das stimmt das ist ja die menschen oder schaffen wir das wie wie ist denn die stärke von der hauptarmee wenn du mit deiner drüber habe was zum vergleich was wird dir da angezeigt ja die stärker als deine gleich gleich stark und deutlich stärker als meine das ist riskant also ich bin jetzt wirklich sehr geschwächt speichern und probieren können wir machen ansonsten haben wir noch den einen typ da links chronos an ja ja oh ja den könnten wir auch rausholen versuchen ja ja das vielleicht sogar ist aber der wird dann natürlich einfach fliehen die anderen können nicht mehr fliehen was ich mich halt frage ist kann wenn chronos seine stadt angreift hat ist eine garnition stark genug um gegen chronos allein klar zu kommen ist hier nicht mehr die hat die hat richtig federn gelassen glaubst du er greift dann direkt an kann sein ja willst du das risiko eingehen das sollten wir nicht machen ohne prag kann ich keine bären mehr rekrutieren die frage ist halt wenn du das risiko nicht ein gehst was ist halt die alternative weil die anderen drei armeen müssen wir wegkriegen also die müssen wir wegkriegen es ist ja auch noch unten links ist auch noch einer keruleum okay andere frage schaffst du es so anzugreifen dass ich mich nicht mehr bewegen muss so aktuell verstärkst du mich ja nirgends wenn ich einen von denen angreifen ja ja aber was ist wenn du dich genau hierhin stellst ich kann nicht malen also wenn du dich genau zwischen unsere beiden kreise stellst zwischen meinen und dem vom wissler weil dann müsstest du ja drinnen sein eigentlich ja aber wenn du sagst du musst dich nicht mehr bewegen dann musst du ja nicht dich schon noch bewegen also hier soll ich du bist du dann angreifen also ich kann ich kann sie jetzt nicht so angreifen dass du mich ohne bewegung verstärkt egal glaube ich wo ich angreife weil die überlegung wert gewesen weil wenn wenn also wenn wir das halt so schaffen würden wäre es halt ultra krass weil so würde ich nämlich deine stadt weiter unterstützen wenn ich genau so stehen bleibe das ist halt der punkt und dann wäre deine stadt halt nicht alleine so immer schwer abzuschätzen ich glaube du bist zu weit weg von von mir wenn ich da rein gehe schwierig ich meine ich kann mich millimeter also ich kann doch auf maß stellen also ich kann schon noch einen millimeter gehen aber dann das hat das risiko dass ich nicht wieder zu prag zurückkomme mein was was man noch machen kann ist die kleinen armeen kann ich ja im blitzschlag angreifen das ist ja nichts die große ist ja die gefahr also die große ist ja das was weg muss genau ihr könnt einfach mal probiere ich speichert mal zur sicherheit das immer so schwer abzuschätzen mit dieser wie das spiel halt bewegung berechnet wenn ich jetzt quasi genau hier rein gehe in die mitte ne da wirst du mir nicht als verstärkung angezeigt wenn ich ihn da jetzt angreifen ich bin doch mit in deinem rahmen aber nicht in seinem glaube ich okay dann musst du also die die schlacht muss in deinem kreis sein und das okay mach jetzt nee auch nicht ich bin doch drin wird mir aber nicht angezeigt ich krieg kein pfeil von dir nur von ihm junge wort okay dann muss ich noch näher rangehen genau du musst glaube ich in seinem kreis sein dass ich komme nicht mehr ran also ich kann nicht weiter vorlaufen nee dann geht es nicht nee ich habe noch ich habe noch bewegungsreichweite ich kann nicht näher an ihn ran weil ich blockiert bin auf der karte okay ich kann nicht näher hinrennen vielleicht wahrscheinlich weil ich ihn jetzt im weg bin ich kann mal noch versuchen hoch zu gehen nee ich kann da trotzdem nicht mehr ran okay ich stehe auf das nicht ich kann so jetzt kann ich den millimeter schaffe ich jetzt ja genau das jetzt wirst du angezeigt so jetzt ist die frage ja ich muss den haupttypen angreifen musst du ja für hus sieg würde uns würde mir aber alles wipen also müssen wir spielen ok das wird spannend also wir müssen auf deine armee auf jeden fall warten in der verstärkung ja wir müssen es auch spielen dass es hilft ja nicht also wir müssen den kampf nehmen gerade ja das geht nicht anders jetzt hat er gar nicht so viele fernkämpfer das ist gar nicht so eine fernkampf orientierte ziemlich armee das ist sogar machbar glaube ich da hast du mit deinen eis machen fast sogar bessere fernkämpfer mein chat gerade hatte johnny eine noodle rage quit oder wo ist der gute hin das ist eine gute frage ich bin die ganze zeit da gibt ich meine pistazien aber das ist ja gerade euer glück so also wir müssen leider wahrscheinlich ja zu ihm kommen seine verstärkung kommt witzigerweise von links die kann man vielleicht abfischen aber ist auch nur drei einheiten jeweils ich muss einfach auf dich warten weil ich kann nicht angreifen alleine dafür bin ich viel zu schwach aber seine eine kommt nach zwei und die andere nach drei hier ist schon nach 1 18 da das ist super also starte ich einfach mal ist halt die frage was man was man dann macht mit dem bereich hier so quasi wenn der wartet und man dann sich hierhin stellt ja ja man könnte dass ich die mit den bären abgefischt bekomme das ist ja die frage ich glaube davon fliegt alles oder was ist denn das ne das fliegt nicht blöd schauen wir mal meine ist doch ziemlich lost mit wäldern also wenn man weit reingeht dann chaste auch nicht mehr und so das stimmt das mache ich vielleicht mal dass ich hier komplett in stealth gehe da ist doch easy locker wir gewinnen das quasi aus dem handgelenk das halte ich für eine lüge aber hast du die berechnung oben gesehen ja kriegspropaganda oder lüge zwei immer diese details verstehst halt echt gefährlich na ja ich bin ja schnell ich kann ja wenn er kommen sollte seine verstärkung kommt halt da mit diesen zwei drei das meine ich damit ja aber die ist ja also dieses hat ja keine chance gegen acht bären das ist ja quasi nix und er chillt genau deswegen und er sieht mich ja auch nicht ich bin ja getarnt dass ich wäre ich in den wald sehr schwer die also ich meine könnte wenigstens scouten geben mit seinen kavallerie das wäre schon sinnvoll er ist halt ein narr du hast hier aber auch einen coolen spot wo du rauskommst na ich meine das hier sieht ja sieht ja aus als wäre es für eine Herr der ringeschlacht vorprogrammiert das stimmt ja das das ist ich brauche noch das sonnenlicht das hinter mir ja da hoch ballert und pferde die bereit sind diesen abhang runter zu reiten aber dieser welt aber ja dann kaufe ich auch kein pferd das hast du jetzt einfach mal so eben rausgehauen nebenbei ja irgendwann musste ich ja noch platzieren ich wusste nicht das stimmt das stimmt und das obwohl kim sogar vorher im chat war ja die arme also also ich meine die also muss schon schon sagen die was du ja raushaust johnny erst dein komischer essensgeschmack dann dass du ihr kein pferd hast also ich glaube am ende muss pia deine beziehung gar nicht mehr zu zerstören das machst du schon ganz gut selbst ja aber ein klassen über meinem niveau eine freunde gefunden habe das ist ja kein geheimnis zur verstärkung ist da die erste von ihm ich glaube du solltest sofort rein ja weil das jetzt eine minute aber es fliegt es fliegt es fliegt okay das heißt von den sechs units sind vier fliegt ich glaube du sollst dein plan überdenken nee der andere hat sind zwei und ein ritter typ eigentlich das muss die anderen drei die anderen fliegen nicht ja das kann sein gott der arme diese eine truppe da ist halt natürlich echt ein kleines leben da kommt da kommt boris also ich will ich bin auch gerade in ihrer perspektive du marschierst da so denkst du vor uns grünes land auf einmal kommt diese bären armee im horizont und denkst du dir so ey wir sind die verstärkungsarmee mal sehen wie die schlacht läuft die schlacht hat einfach keine sekunde begonnen ist die hat noch gar nicht begonnen und plötzlich ist da dieser dieser russe auf einem bär der hier rüber kommt und watsch von denen hat noch keiner zugeschlagen die haben noch gar nicht mal versucht sich gegen boris zu wehren jetzt versuchen sie es das geht nicht gut für sie aus es sind noch so ein paar bären im weg jetzt kommt jetzt kommt die zweite verstärkung und sieht gerade noch dieses bären gemetzel schaltet immerhin schnell denkt sich oh shit leute wir haben ein problem let's go auf leute rettet unsere verbündeten sagen sie sich aber aber boris hat andere ideen also meine eisprinzessin da spielt erstmal skifahren oder eher eislaufen vielmehr sehr gut auf dem feld dankeschön medusa und dankeschön kluge dafür für die 17 monate und ganz viel spaß hier weiterhin dankeschön dankeschön so verstärkung wird hier keine mehr kommen gut das ist getan ja die kommen halt auch einfach keinen meter na das ist halt schweine das ist halt einfach mühsam die kommen einfach nicht du hast auch gar keine armeen johnny mehr die du gerade bewegen kannst ich hatte aber auch noch keine kann ich dir gleich noch welche geben alles gut ich habe für dich auch noch ein paar gesunde bären ja auch ich hab bären nicht viele aber als sogar mehr als ich weil weil sie alle heldenhaft gefallen sind habe ich jetzt nicht schon mehr ich habe wie viel hast du noch insgesamt insgesamt habe ich schon noch mehr ich habe 30 wird es nach der schlacht also gegen diese lächerliche versterbung habe ich doch keinen bären verloren aus dem boris auf einem bär zählt ja wohl für mindestens zehn bären ja gut aber ich sitze auch auf einem bären also ja aber aber also boris sitzt schon bärenhafter auf seinem jetzt fängt diese diskriminierung ja schon wieder an ja schon ich ich du hast ja auch viele was magie und sowas aber wenn es einfach nur darum geht stattlich auf einem bären zu sitzen wenn ich mach schon boris niemand rotation nach rechts ist sein ja wir müssen halt durch den wald durch weil der wald für meine für meine schießen scheißen ist das heißt wir müssen weiter vor sonst gibt verlieren wir aufgrund der positionierung und er kommt ja sowieso nicht also wir müssen sowieso ran und es wird sowieso das passt doch nur wenn ich auch das hier doch gut aus mein bär einen namen wird tatsächlich korrekt gesagt ich bin ja auf urskinnen auf dem größten und badassesten bären von kislev ja wenn du meinst ja ja während pia schreibt ist das diese toxische bärskulinität ja schon glaube ich aber lasst doch boris wenigstens das eine was er hat seine tochter kommt hier mit einer zehnmal so großen armee hat zehnmal so viel magie der hat doch nix außer seinem bären lasst ihm doch die eine sache im leben leute die der armen mann noch hat oh ja der arme man ja soll ich mich vor deine eiswachen stellen oder willst du einfach links rechts ich glaube du musst reinlaufen tatsächlich sogar weil die sind alle range von denen und mit den einheiten die du hast wirst du verlieren wenn du hier stehen bleibst naja noch passiert ja aber das erst mal schön lassen sich ja schön von von also schön weg ballern hier jetzt 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 ballern sie zurück ein bisschen aber ja wollen wir uns das so anschauen ja oder das ist doch glaube ich besser für uns auch wenn erst mal ist das ganz gut so solange nicht so lang hier mit ihren ganzen truppen schießen kann und der mit seinen horrors überhaupt nicht schießt machen wir mehr schaden als wir einstecken und sobald er bewegt jetzt kriegt der bären in die flanke ich schießt aber auch noch nicht mit allen einheiten aber mit mehr als er ist schön naja jetzt nicht mehr jetzt kommt er ja dann sollten wir auch kommen die schmerzen die meine leute hier haben ist das nicht so wunderschön ein bisschen aufpassen rechts von einer eiswachen in dem wald da jetzt ungemütlich werden ja ich kann da nicht nichts tun dagegen versuch mal zu seinen feuer dämonen vorzustoßen und die schnell weg zu hauen weil die machen ja echt gut schaden boris ist on the case so weit ist die schlacht vorbei meine magierin hat es zerfetzt wie eine magier sind wie klopapier nach uns mal froh wenn man ein bisschen vorrat war das ist ein sehr interessanter vergleich johnny danke du bist eindeutig ein poet serien hat aber auch bock für treiner ja ich muss ja rein und der bär gibt halt nahkampf ordentlich ihre fernkampf linie habe ich ganz gut mit den bären durchgepflügt da haben wir gut der seelenzermalmer hier ist noch ein problem aber mit alle bären auf ihn geworfen werden wir nicht mehr lange ein problem ich hab wir sollten die bären nicht werfen doch boris wirft jetzt mit den bären ich glaube werfen ist nicht so gut aber ich nehme jetzt den kommandanten raus da fahnenflucht wird sich ein bärenkatapult gewünscht bei mir im chat so der soul grinder ist auch weg das ist auch dieses komandante soll wir haben es wir haben es okay das hätte ich jetzt dass ich sehr sehr gut ich glaube ich habe keinen bären verloren das ist für die auch ein bisschen was verloren glaube ich lass uns nicht drüber reden aber tatsächlich von denen auch von den zahnwachen leben noch vier von sechs es war alles somit ungefähr ein hp aber ein hp star ja boris null verluste mensch da freue ich mich für dich wer der fern ist halber halt in einer armee die schon durch fünf andere schlachten so dezimiert wurde dass einfach nicht mehr viel da ist was man verlieren kann aber pia hat tatsächlich dafür heldenhaft viel geopfert ziehen ich hatte genau 666 verloren das fand ich gerade ein schönes diabolisches zeichen für unseren sieg so stärkt bitte die bären mit allem was geht machen denn zwei prozent bei dir überhaupt ein bär aus ist eine gute frage ich krieg fünf prozent huiuiui meine eisjungfer ist auch gestorben das ist ein bisschen doof das ist okay die hatte ich ein bisschen so aggressiv reingeschickt glaube ich jetzt ist die frage ob wir die stadt opfern oder nicht wenn wir wenn wir müssen uns jetzt ja trennen wenn ich sie noch verteidigen will weil du kommst da ja nicht mehr in die nähe glaube ich doch klar ach so ich dachte du hast keine wege kommen so weit weg ja geil dann geht boris wieder in die stadt nur noch ein schöner ausflug das ist super da unten hier ich weiterhin diese armee es hat außergewöhnlich gut funktioniert tatsächlich das hat nicht funktioniert ich auch nicht bin auch gerade selber überrascht ich mache hier unten eine armee nur aus bauern die einfach nur so ein bisschen noch masse mit reinwerfen kann wenn es dann soweit ist das heißt ich glaube jetzt quasi ich bin jetzt von meiner hauptstadt komplett rüber gelaufen und jetzt komme ich an und jetzt ist das problem vorbei vorbei ist das problem noch nicht das sind immer noch zwei armeen das ist schon gut dass du kommst versuche auch noch so weit nah ranzukommen wie geht glaube ich weil nächste runde werden wir dich glaube ich brauche es kann sein dass wir sogar jetzt angreifen ja ja also wenn jetzt weißt du wenn jetzt weil mir von raukhof sich endlich ein herz fassen würde und die stadt die ja schon seit fünf runden als sein ziel angibt endlich auch mal erreichen würde wer er genau glaube ich die verstärkung die wir bräuchten um stand zu halten mal schauen aber erst mal leveln wir mal noch boris boris leveln finde ich immer gut ja das ist doch super das ist also das lief jetzt echt gut ist mal gucken was sie jetzt machen ich habe einen hinterhalt ich habe einen hinterhalt das wird spannend oh ja ich will nicht ich will nicht doch klar muss ich ich stehe im marsch da und er hat mich mit einem hinterhalt erwischt ich muss ich dachte du hast den hinterhalt nee nee ich habe ich habe hinterhalt von undefiniert gegnern es ist es ehrt dich sehr dass du also das zeigt dass du echt so ein positiver mensch bist pia sagt ich habe einen hinterhalt und du gehst davon aus sehr gut ein hinterhalt für unsere seite gegen den fein das ist das ist wirklich also ich bewundere solche menschen als als natürlicher zyniker und pessimist leute wie du haben mehr spaß im leben auch wenn sie manchmal enttäuscht werden weil sie dann merken ohne jetzt doch ein hinterhalt gegen uns wie cool das denn aus ich habe sogar einen einlauf nach sehr schick oh ja du bist ja astronomisch fakt so dass das das war jetzt aber zu negativ aber ja ja es war jetzt ein bisschen zu übertrieben johnny die wollte ich dir nicht geben ob sie ach du scheiße okay how do i do how do i do how do i do this how do i do how do i do this das wird ja einfach nur geil ja okay ich bin bereit jetzt richtig hart einfach am arsch zu sein sehr gut ja auch ja immer was ne idee also haben wir eine mit so eine seite ausmachen oder wir haben alle seiten und wir sind gefickt man kann da nicht wirklich glaube ich groß noch eine strategie machen albernerweise da ist gar nichts mehr mit strategie und es hat schon so also jetzt nicht gerade zu sehr über das game you win während es uns richtig hopps nimmt aber ja das ist schon geil aber die kegeln uns einfach weg hier das ist also ich finde das auch nicht fair ich habe dir so viel geholfen und jetzt kriege ich als dank dafür wird meine armee gewiped einfach das ist das ist die ungerechtigkeit die kochis ja das ist die richtige frage das ganze von den mauern von prag außen ist sicher gerade sehr abgelehnt oder was man kann man kann ja nicht hinterhalten kann man ja nicht da ging ja nicht da ging ja nicht boris weißt du würde so gerne auf seinem bär jetzt gerade hier über den hügel da oben kommen naja ich weiß nicht ob boris das so gerne machen würde boris wäre da so am start ja warum ist das dann nicht wie Kimi mir einfach mein licht ausgemacht hat mit der app ja ja also das ist potenziell eine botschaft ja das ist eine botschaft du willst mir kein pferd kaufen du magst nudeln lieber als kartoffeln ähm lenke jetzt nicht von dir ab äh moris mit deinem boris der mir nicht hilft boris willst du sagen mit boris ja da bricht einfach alles weg gerade das ist ja nicht so gut gelaufen das ähm es kann auch sein dass boris jetzt noch gut seine rechtmäßige bestrafung kommt weil wenn die armeen sich jetzt noch prag zuwenden das sieht gar nicht gut aus dann muss die mülltonne uns retten die mülltonne ist unterwegs die mülltonne ist bestimmt sowas von unterwegs alter das war auch einfach nur beschissen dass die mich da jetzt noch rausgefischt haben ey holy shit das war auch einfach nur beschissen jetzt bin ich gespannt was was ähm was nun sich auf boris zubewegt ich glaube boris hat jetzt kein schönes leben gleich ja ja du willst jetzt hier so tun als wäre boris der kräht gerade in prague mit aussicht boris ist das opfer hier was für das opfer ich bin tot meine armee ist gewiped ja aber boris ist ein armer typ was das ist der spruch das ist ich bin einfach hier hoch habe meine stadt komplett allein gelassen habe mit dir fünf armeen gewiped meine armee stirbt und deine aussage ist boris ist das opfer hier ich bin grad gewiped armer kerl der boris ich bewege mich keinen meter mehr richtung prague stirb allein mit 10 in deinem schloss und deinem opfer boris der arme typ aber geil ich wollte gerade einen ausfall machen und die zehn leute rennen weg vor boris er muss nur mit seinem bären sich einmal kurz zeigen am horizont ich bin mir sicher das war alles boris arbeit schon flieht der feind ist schön ja dann brauche ich ja gar nicht mehr rüberkommen doch und jetzt angeblich tun jetzt die imperialen mal so als würden sie jetzt allmählich mal mobil machen das kaufe ich ihnen ab wenn sie mal was machen ganz ehrlich also meine hauptarmee marschiert richtung prague ich denke beide weil ich bin im marsch dann habe ich nicht so viel aus gut meine billige bauernarmee hier ist auch am start ich wurde geopfert auch gut aber für eine noble sache kannst du dich doch freuen dir macht das richtig viel spaß gerade johnny oder ich finde einfach nur bei boris aussagen alle sehr unterhaltsam was das ist du bist auch so die art von menschen die die welt echt nicht unbedingt besser machen oder weil ich verhalte mich halt moralisch absolut verwerflich und du so ich finde das unterhaltsam ich ziehe da einfach mal mit ja so 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 ja ja also ich bin jetzt nicht unbedingt also ja ich glaube die welt wird kein besserer ort dank mir so das würde ich nicht sagen so boris rekrutiert alle bären nach der kann aber ich bin mir fällt gerade auf dass tatsächlich was was sehr traurig ist für boris um die technologien zu erforschen mit denen du deine bären verbesserst brauchst du kislev als stadt also boris stadt hat nicht was es braucht um bären zu verbessern das das hat sich nicht ein bisschen zuhört das ist hart ja ich habe ein bisschen angst wenn hier auf einmal ruhiger ist nee alles gut bei mir ist alles fein ich habe nur auf twitter gerade was gelesen was ich nicht lesen wollte und jetzt bin ich triggert das fuck aber alles gut ich halte es ab ihr mehr helfen sich gemeinsam drüber aufzunehmen hilft gar nichts wenn es gemeinsam gegen trottel geht das ist ein bisschen größere ich habe immer noch ein ganz persönliches problem damit wenn leute mit reichweite die keine ahnung haben von mentaler gesundheit auf twitter schwavronieren und irgendwelche fitness tipps auf twitter posten die auf einem klo hängen sollten und genau dahin gehören auf ein poster am klo und zwar nur in diesem klo wir haben guten einschluss im chat kim schreibt lasse es ja kim hat auch gesehen und kim ist genau also ich habe kims antwort drunter gelesen und ich habe einfach gemerkt same energy ganz schlimm egal wir kümmern uns um kislev und ich rante am abend auf twitter so wie ich das am besten kann boris hat gleich wieder so viele bären das ist also wenn wenn ziehen ich jetzt nicht wieder mal mich belagert machen es nicht direkt rekrutierung geht durch glaube ich geil dann wird jetzt richtig aufgeräumt leute die plündern dadurch die landschaft und lassen boris 20 neue bären trupps rekrutieren das wird der letzte fehler sein den ihr in eurem leben je gemacht habt die tore von prag gehen auf und die bären flut er gießt sich erst größen waren sie nicht ja jetzt jetzt ist einfach nur noch jetzt kommen da auch in range na geil also nur mit marsch aber jetzt haben wir auch noch grigori babaninov der mit seinen truppen auch noch rauskommt bei der wurde irgendwie blockiert kann das sein der kann sich gerade nicht bewegen warum nicht er noch rekrutiert so also wie sieht es aus wenn boris guckt euch die stärke verhältnisse an los boris reite so warte warte ich kann ja jetzt bin ich den ganzen weg gelaufen und du reinst vor mir rein das boris macht das jetzt boris wartet nie boris hat sie alle guckt zwei armeen gewiped ohne verluste das ist der weg des zaren hier soll ich da runter kommen wegen dem riss boi genau jetzt sollten wir tatsächlich mal gucken ob es bei pia auch ein bisschen was kommt da auch wieder aber gar nicht so viel ich glaube also wir können bald zum gegen an ich habe tatsächlich problematiken weil mir der vampire auch nur von carstein auch den krieg erklärt hat das heißt ich habe halt also ich habe halt helmriss gerade hier der allein ist kein problem ich habe ordnung von carstein da der ist auch noch kein problem aber ich habe daneben auch noch ruplix und das ist dann die dritte zwanziger armee und dann wird es langsam unangenehm weil meine armee halt noch nicht widersteht ich habe nicht in einheiten gerade ich komme ich bin ich bin wir gehen wir gehen jetzt hier richtig aber ich würde wahrscheinlich ich bin der nächste runde da ich glaube ich mache ich nicht viel so ich ich rekrutiere nämlich auch noch mal eine runde das heißt aber auch dass ich für den rest ja gar nicht mehr gebraucht werden weil ich habe mich bei mir hinten rebellion und die nächste armee da ne du kannst jetzt auch wieder sich um dein dein land kümmern ja das problem ist ich halt auch die armee nur noch eine runde aus und dann bin ich weiter das ist ein bisschen doof okay ich mache jetzt ein twitter verbot ich kann nicht ich bin oh mein gott i can't ja es ist okay lächeln und winken du kannst du nicht alle bei lebendigem leib fressen also du kannst schon aber es ist verboten also mach es nicht niemanden niemand von euch kennt auch nur einen einzigen meiner ex freunde also ich weiß ja nur sagen wer weiß wo die sind kommentiere ich jetzt einfach mal gar nicht glaube ich zur sicherheit next podcast thema ja oh mein gott ja jetzt bin ich richtig zeit dass wir diese woche kein podcast aufnehmen können kim oh mein gott das wäre so eine gute piloten folge gewesen ja douche bags und psychische erkrankungen was haben sie gemeinsam dankeschön geroi für die 20 verschenkten subs das ist ultra lieb vielen lieben dank danke 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 schön das ist ultra lieb vielen 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 dank für die 20 verschenkten subs und ganz 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 viel spaß hier weiterhin das ist ultra lieb danke für den support dankeschön 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 recht fette zweite armee tatsächlich die ganz ganz mächtig hier kommt vom land die kennt gegen den gegenden da sucht niemand aber nee käme ich machen wirklichen podcast also dieses bei kim und ich nehmen podcast im auto auf auf dem weg zum reitstall is the thing das wird wirklich passieren kommt kommt ja weiter gibt mir hauptsächlich nur p1 p5 also das kommt und darauf freue ich mich also nächste runde kommt hier richtig fetter support dann werden wir alle feinde von pia hier wegfegen und und boris wird zeigen dass er doch ein ehrenmann ist ich finde das ist richtig schon boris anti boris propaganda was ihr hier betreibt hallo liefe na gut noch eine runde damit ich pleite also das war es feiten würde ich sagen oder okay das ist super in johnny's chat steht naja boris muss jetzt weiter leben aber hat keine freunde mehr wow ja so ist das ne wow hast mich halt auch sterben lassen das ist halt schon hart ich hab überhaupt nicht sterben lassen das ist war alles dieser hinterhalt mein game ist gerade gecrashed ah wie blöd dann ja wahrscheinlich i'm sorry ich hab ich hatte literally nicht mehr meine hände an der tastatur es ist einfach es hat sich einfach geschlossen doch ist doch kann doch passieren kannst du sogar nachschauen ich probier es gleich mal oh ja gute gute frage das wäre ultra cool wenn es gehen würde ich glaube nicht aber man kann es ausprobieren doch fantastisch dass johnny einen helden namens nestor kalaschnikow hat ja weißt du da ist doch so der typ ne in meinem chat schreibt matze gerade warte das heißt wenn johnny kim ein pferd kauft bekommen wir mehr podcast dann weiß ich ja was ich gleich mache siehst du okay wenn wenn ich kein pferd kaufe mit ihren podcast mache habe ich ihn dann auf meiner seite ich kann nicht beitreten das dachte ich mir dann ich glaube also crusader kings kann das ja aber ich dachte schon dass total war das nicht kann man müsste ja ein auto save ah kim hat das gar nicht mitbekommen die ganze pferde situation oh ja oh oh lol klär sie mal auf oh mein gott du hast das ja alles nicht mit also es ging heute in ganzen die ganze zeit um dich und darum dass dass johnny der jetzt mega viel geld als berühmter schachspieler verdient hat und ja auch die kampagne ist offen ich gehe kurz aufs klo und auch massiv damit angegeben hat dass er ja auch mehr geld mit schach und tft gewonnen hat als mit lol und natürlich auch zukünftig weiter unendlich viele mengen an geld mit schach verdienen wird da sollte er doch eigentlich die 5000 euro die er gewonnen hat jetzt nutzen um die ein pferd zu kaufen und dieses pferd rein durch schacht schon ihre finanzieren schwierig also geh mal gerade geschrieben oh ja true ich geh mal rüber ist die kampagne schon offen ja also kim schreibt gerade aus sie findet das wäre ihr goal also was bin ich denn dann ist das ist es ein pferde daddy oder das ist dann ein horse daddy das ist ganz unangenehm da gucke die 100 pins oh ups this went into a wrong direction i guess der podcast wird realität ja ja also der passiert auch unabhängig vom pferd aber das ist nicht das projekt das wir gestern gepitcht haben das ist nochmal eine ganz andere geschichte das wird nochmal eine ganz andere geschichte eine ganz andere geschichte eine ganz 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 andere geschichte das ist ja das ist doch ihr 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 Vielen Dank. Okay, da bin ich wieder. Ah, der Rest ist weg, ne? Nee, nee, auch. Ich erzähl euch jetzt, wie toll meine Freundin ist. So, ich geh also rüber und sag, Äh, Vibe, ich kauf dir kein Pferd. Äh, nee, ich hab jetzt nicht mit rübergegangen, hab gefragt, ob wir noch irgendwo Koffein haben. Weil ich quasi alles, alles aufgebraucht habe und halt quasi heute Abend noch Prime Nick Officials hab und super schlecht gepennt hab, das ist, ich bin mega müde und ihr müsst ihr überlegen, meine Freundin ist einfach so toll, dass sie in einer geheimen Schublade noch ein Energy hat, was sie quasi geheim gehalten hat. Ein geheimes Energy. Wenn ich im Zweifelsfall im Notfall noch extra Koffein habe. Ich mein, imagine it. Ich sag einfach, haben wir irgendwo noch Koffein und sie grinst schon so. Ja, 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 ja. Fand ich sehr sweet. Ah. Jetzt waren wir nur noch auf Maurice, ne? Ja. Hast du dein Twitter-Verbot durchgehalten? Nee, ich schreib grad einen bösen Tweet. Ja, ich war grad sagen, es klingt nämlich ein bisschen... Da komm ich direkt zurück und das ist das Erste, was ich höre. Aber ich lese auch grad einen wunderschönen Satz, eine wunderschöne Idee in Johnny's Chat. Sag, du schenkst ihr was zum Reiten und überrascht sie dann mit einem Kriegsbär? Ja. Ich muss sagen, mein Chat ist generell absolut genius, ne? Ich will nicht immer was vorlesen, aber aber auch, also bei Nudeln, Kartoffeln, da kamen Argumentationsstränge raus, die hab ich noch nie gesehen in meinem Leben, aber war überragend. Okay, okay. Ja, also absolut. Komplimente heute. Aber ich mein, es ist schon tatsächlich ein bisschen richtig, dass wir haben so viel über Pferde geredet. Warum war denn der Kriegsbär noch überhaupt nicht als ernsthafte Alternative im Gespräch? Da kannst du ja auch richtig eine Marktlücke, also es gibt ja schon genug, es gibt ja offensichtlich schon Pferde, Leasing und alles, da kannst du nichts mehr machen. Also Bärenleasing. Genau. Leasing, Basing, Basing, das ist schwierig, ja, gebe ich zu. Wie heißt denn dein Bär, der Bär aller Bären? Uskin heißt er. Ja gut, das macht's jetzt nicht leichter. Ja, ja. So, wir sind am Ende der vorherigen Runde, die haben wir auch, glaube ich, alle schon abgeschlossen, das heißt, Warte mal. Warte mal, Moment. Ich hab ne Siegbedingungen. Aber warum? Welche hast du? Bei mir, ich hab eine Mission, wo ich nicht weiß, ob das ne Siegbedingungen ist. Achso, nee, ist keine Siegbedingungen. Ich soll tatsächlich, doch, ich glaub, ich hab Volksgrad, soll ich erobern. Ja, ich hab da Zün oder so. Genau, das dürfte für jeden von uns die Siedlung sein, wo die Chaos-Typen herkommen. Hallo, Kleppi. Ähm. Ja. Hm. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das gelöst krieg hier, ne? Also die Pleite, die kommt, die kommt ja auf jeden Fall. Also, ab jetzt bin ich ja erst mal wieder, ich kann jetzt auch dann, äh, nächste Runde kann Boris auch hochziehen und dir gegen die Skaven helfen. Hey, Kleppi, ein Tyler Bandits. Nee, die Skaven sollte ich nächste Runde haben. Ich bin so getriggert, also. Wirklich, weil so musst du halt eine Armee auflösen. Ich bin so getriggert. Ich bin so getriggert. Ich bin so getriggert, ob ich das im Kampf mache oder, oh, warte mal, ich kann mal kurz eben das zusammenlegen. Schon mal ein bisschen zu sparen. Ich mein, ich hab ja aktuell auch drei Zwanziger-Stacks oder das kann man ja auch nicht halten. Kannst du was wählen mit weder? Nee. Aber es ist so viel schlimmer, dass die Person einfach in der Öffentlichkeit steht und so viel Reichweite hat. Hm. Ein Fitness-Influencer aus der deutschen Bubble an einfach psychische Krankheiten massiv relativiert in einem Tweet. Und es ist einfach nur, es ist einfach nur ekelhaft. Es kommt Slanesh mir mit Diplomatie an. Es ist einfach nur... Er will Frieden! Helmriss will Frieden mit mir! Das ist aber nur ekelhaft. Ist dein Arsch offen, oder was? Ja, warte mal, wenn er auch Frieden mit Pia will, ist das sogar gar nicht so bad für uns. Das stimmt, aber will er ja nicht. Also Pia kann ja auch nicht, weil Pia muss ja seine Stadt erobern. Deswegen werde ich kein Frieden machen, weil ich will natürlich Pia helfen gegen ihn. Denn Boris ist ja ein Ehrenmann! Nein, das kannst du nicht mit den Satz... Wie wir alle wissen! Boris ist der treueste Kamerad und der beste Vater, den sich eine Tochter wünschen kann. Ich weiß nicht. Doch, doch. Nein. Ich weiß und sag für dich nein. Wow. Ja, die Mülltonne Kostaltin hat halt schon... Seit jeher stichelt er in Kislev und versucht, das Land auseinanderzureißen im Dienst seiner komischen Ideologie. So, also dieser Onno von Karstein ist... Der ist mit dir im Krieg, oder wie, Pia? Ja. Der haut jetzt ab. Die Frage, ob wir den einfach schnell abfischen, ja, den mach ich jetzt voll weg. Ja, ich muss meine Armee komplett neu aufbauen. Wait. Let me kill him. Oder du. Also ich mein... Wo ist der denn? Nee, stimmt, klar. Der ist direkt links von dir. Total schwache Armee. Kriegst du gut Geld. Ist im Marsch. Kommt nicht mal weg. Du meinst der... Onno von Karstein. Onno von Karstein. Ja. Dem hab ich halt gerade noch keinen Krieg, ne? Das müsste ich halt auch mal kurz machen. Ja, aber... Das ist ja machbar. Ja. Das ist ja weiterhin machbar. Krieg erklären. Oh, eure Verbündeten. Das sind eine Menge. Weißt du, dass da bitten, ne? Ne, ne? Aber wenn nicht nachher... Verlier ich irgendein Bündnis? Ne, dieses... Jeder ist seines Glückes Schmiedgequatsche, ist auch nicht böse gemeint, aber es ist halt so ein Bullshit. Also es ist halt so ein Klassiker, dass sowas von einem kerngesunden jungen Mann, der heterosexuell in Zentraleuropa ist, kommt so. Es ist halt einfach... Es ist einfach eine Arschloch-Aussage. Es ist halt einfach... Es ist auf einem... Also du würdest ja zu einer Person im Rollstuhl, würdest du niemals sagen, du stehst dir nur selbst den Weg, wenn du die Treppen nicht hochkommst. Steh einfach auf und probier's. So, wer braucht jetzt los? Dann sag nicht zu einer Person mit Depressionen, dass sie sich selbst den Weg steht und einfach aufstehen soll und Dinge tun soll. Es ist einfach eine Erkrankung. Und wenn du sowas sagst, hast du keine Ahnung von der Erkrankung und bist ein empathieloses Stück. Ich bin einfach nur getriggert, wenn ich sowas lese. Es ist einfach wieder nicht. Ich hab ihm auch gerade entfolgt und ich werde ihm auch auf einen anderen Social-Media-Kanal folgen. Ich will sowas nicht mehr nach Timeline haben. Ich find's einfach noch ekelhaft. Ich find's einfach noch ekelhaft. Also guck dir mal die Lage vor Zeuschenk an. Das ist halt nicht viel, aber ich hab da halt keine Armee. Wo ist denn Zeuschenk nochmal? Ach da, da komm ich natürlich, da brauch ich ewig hin. Da ist, glaub ich, dann schlauer, du gehst da zurück und ich greif die Skaven an. Das geht ja auch noch. Ja, die Idee war quasi, ich geh, dip hier kurz rein und raub die nur aus. Oder so, ja. Und dann, ich probier das mal grad. Ich weiß nicht genau, wie stark das ist. Höllengrube ist durchaus, kann stark sein, weil das ist ne Hauptstadt. Aber das ist ja zwei Armeen. Skaven aber als schwache Einheiten. Pyros Sieg. Verluste hoch. Ich kann gar kein Gefecht führen. Warum denn? Warum kann der denn meine Belagerung einfach ablehnen? Nö, ich will nicht belagert werden. Weil du noch keine Belagerungswaffen hast vielleicht. Ja, und das, das schließt das dann einfach aus. Ist aber eher fies, ne? Ja. Oh, na gut. Dann, äh, würde ich jetzt, glaub ich, tatsächlich gegen Zinich marschieren, oder? Wenn grad kein Support sonst wo benötigt wird. Naja, also du, du könntest zur Höllengrube kommen, wenn ich jetzt eh belagern muss, ne? Oder so. Also ist halt die Frage, ob... Jetzt warte mal kurz. Ich bin da sogar im Marsch direkt. Aber ich kann ja anywhere nicht angreifen, weil ich noch keine Belagerungswaffen habe. Ist die Frage aber, ob es dann, ob es aber geht, wenn ich dabei bin. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht zählt irgendwie Boris als... Ich komm halt nochmal hin. Ja, okay. Weil Boris muss jetzt einfach auch beweisen, dass er ein Supporter ist, ne? Ein Ehrenmann. Du hast auch keine Artillerie dabei. Ne, ne, leider nicht. So, probier's nochmal, wenn du jetzt angreifst. Also jetzt steht entscheidender Sieg, Verluste niedrig. Aber ich kann nicht angreifen. Okay. Ich baue jetzt einfach zwei Ramböcke und dann die Runde danach. Ja, dann machen wir die nächste Runde. Und... Danke dir. Dann haben wir Onno von Karstein weg. Und dann geht... Ich mach's jetzt einfach weg. ...Migori Babaninov. Vielleicht blockier ich die Person noch einfach. Dann triggert's mich nicht mehr. Ähm, hatten wir eine Ahnung, was passiert? Ich spiel jetzt ein bisschen Warhammer-Reiter, tut mir leid. Was dann für Schleif? Es tut mir mega leid, dass ich grad so abgelenkt war, wenn Menschen... Also ich kann... I can't so. Mich macht das so wütend auf persönlicher Ebene, wenn privilegierte Leute sowas von sich geben. Schon bemerkenswert, aber auch nicht mehr als... ...und so eine andere Lebensrealität vom Rest von... ...und so eine andere Lebensrealität vom Rest von... Ja, egal. Fokus aufs Spiel. I'm sorry, Chat. Fokus aufs Spiel. Weil dann respektier ich hier schön rein nochmal. Ja. Geh richtig ins Minus. Wie viel macht ihr denn so pro Runde? Äh, minus 2000, aber ich hab auch 18.000. Yo, ich freu mich da auch mega drauf. Ja, bloß. Meine zweite Armee ist halt jetzt so halb Elite, halb Trash. Ähm, und mehr kann ich mir auch grad nicht leisten. Aber ist auch okay. Hier sind ein paar... Ich hab die andere Bären-Einheit jetzt halt gebaut. Ich hab jetzt noch Bärenwagen. Ähm, in meiner Zweitarmee. Oh, die sind abgehauen bei Pyr, ne? Nee, nach rechts gelaufen. Der Lümmel. Lümmel. Weiter weg von mir, das ist ja frech. Ja, aber der Checkout ist, dass er hier nicht mehr angreifen kann. Dass der nicht mehr willkommen ist hier. Okay, entscheidender Sieg, Verluste niedrig. Jawohl. Simulieren. Uh. Schatzkammer, Befangene begnadigen. Alles für die Schatzkammer. Sieg und Belagert. Faktion vernichtet. Das kann man, ey. Ich hab ein Event namens Kein Recht auf Redefreiheit. Äh, weil irgendein Typ bei mir predigt. Ich rede mal mit ihm. Boris, Boris, ähm, redet mit ihm. Komm. Aber der Ketzer lässt sich nicht abschrecken. Nun erzählt er den Untertanen, wir hätten versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Absurd. Begreift er denn nicht, dass nur der Glaube den schrecklichen Makel des Chaos in Schach halten kann? Ich kann ihn sprechen lassen, dann kriege ich Korruption oder ich statuiere ein Exempel an ihm. Das kostet aber Geld. Ja, kurzlegende Frage. Ähm, du, man kann, ich kann über dich noch keine Gnome, also Gnoms rekrutieren, oder? Über mich? Ja. Müsstest du eigentlich? Ich hab das in Prag. Ich will nur kurz noch, äh, den, den, äh, den Beschreibungstext von ein Exempel an ihm statuieren vorlesen, weil es richtig schlimm ist. Wenn es so schwer ist, ihr Vertrauen zu erringen, dann müssen wir wohl eher auf Furcht setzen. Lasst unseren ergebensten Patriarchen diesen Verräter häuten, ihm die Finger abschneiden und ihn schließlich bei lebendigem Leib verbrennen. Das wird zwar sicher zu Tumulten führen, aber damit kommen wir zurecht. Wieso wundert mich das wenig, dass du das mit so viel Begeisterung gerade vorgelesen hast? Ja, ja, also jetzt haben wir ja auch noch eine Rebellion im nördlichen Oblast. Ist doch passend. Die Leute haben doch, die Leute haben doch wirklich den Arsch offen hier, wie können sie es wagen? Ich raff es nicht ganz. Bolzgrad, äh, Bolgarsgrad, ne? Wem gehört das? Äh, mir. Wird das belagert? Äh, nee, da ist irgendwie, irgendwo ist eine Rebellion. Aber ich glaub, äh, die könnte auch bei dir sein. Nee, bei mir sind ganz viele Rebellionen. Also da drüben brennt alles. Super, das klingt auch gut. Und Skrotz, der Unreine, will Ostrog holen. Wie sieht's mit der Belagerung aus? Kriegen wir die jetzt? Oder war das schon der Kampf? Hat er da einen Ausfall gemacht? Nee, 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 das war die erste Rebellion. Dann mach das mal schnell. Dann kann ich danach Boris noch... Warte mal, halt mal, oder halten wir noch mal zurück? Mhm, witzig. Ich mach nochmal Boris aus der Maßstellung raus, dann ist er nicht mehr müde. Also mach mal weiter belagern einfach. Sind wir militärische Verbündete? Müssten wir. So, jetzt kannst du angreifen. Aber ich würd das sogar wahrscheinlich simulieren, ne? Ja, bei entscheidender Sieg, Niedrig, Verluste. Verliert, glaub ich, auch nichts Relevantes. Kein Bärchi. Nee, das passt. Ich glaube, dann müsst nur noch ihr Sachen einnehmen. Weil meine Quest ist, den Norden zurück zu erobern und das zu halten. Nee, das ist auch meine. Ach so, das ist bei euch auch nicht weggegangen? Hast du keine andere, oder was? Also ich seh jetzt grad nichts, weil ihr in einer ausständigen Aktion seid. Aber ich glaube nicht... Ich hab noch eine, dass ich ne Siedlung einnehmen soll und das ist bei mir die von Zin. Also eigentlich müsstest du dann die von Zlanesh haben, aber kann ja auch rumbacken oder sowas. Ja, ich hol's auf jeden Fall im Zweifelfall. Ich würd die einfach nur ausrauben, oder? Oder soll ich sie niederreißen? Wie viel Geld kriegst du denn jeweils? Ich geh halt 24.000, wenn ich die ausraube. Und reiße... Ja, komm. Dann existiert er halt weiter. Ich mein, ich kann ihn ja jetzt auch noch platt machen. Ja. Be free. Ah, nee, jetzt kann ich auch nur noch ausrauben oder besetzen. Ich kann da nicht mehr niederreißen. Aber kannst du nur noch mal ausrauben? Nee, ich kann es nur noch besetzen. Dankeschön, Pierre, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ich geh jetzt wieder mit Boris runter und holen es dann ziehe ich nächste Runde. Oh doch, ich hab auch eine, IC. Ich muss Sepukski niederreißen. Wo zur Hölle ist das denn? Das dürfte die letzte Slanesh-Siedlung sein. Nee, weil hier neben mir ist auch noch eine, in diesem Gerslev. Und da oben ist Volksgrad. Volksgrad ist eben mein Ziel, genau. Ähm, da geh ich jetzt auch als nächstes hin. Gut, dann muss ich die suchen. Dann muss ich, ich hab die noch nicht mal entdeckt. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Ich bin gespannt. Ach, die ist da oben im Norden. Lol, was? Okay. Weird, ich hätte jetzt gedacht, dass du natürlich eben da eine Slanesh-Siedlung noch hast. Dass ich Gerslev einnehmen muss, hab ich auch gedacht, ja. Aber nee. Ja, ich brauch jetzt erst mal, bis ich meine Armee aufstellen kann. Also ich bin ja noch immer nicht komplett da wieder. Ja, soll ich denn? Also ich steh jetzt quasi mit meiner Hauptarmee quasi neben dein Ding. Aber du musst gar nicht nach rechts weiter. Nee, ich muss nach oben weiter. Aber ich kann hier auch nicht komplett weg, solange die noch da sind neben mir. Ja, also ich mein, ich könnte die... Ja, ich glaub, ich würd die da rechts einfach reinheizen, ne? Ja, mach das. Weil ich nicht wieder bei mir zu Hause bin, da hat ich Jahre. Ja, heiz rein. Gerslev ist frei, ist ne schöne Stadt, dann sind wir Nachbarn. Können wir uns für so'n Nachbarschafts-Bäcker einstellen, so. Und dann bringt uns frische Brötchen in der Früh. Ist doch gut. Klingt mega. Fucking random, aber da. Ich mein, aber stirb. Ja. Ach, jetzt muss ich den kurz nachdenken. Ich find, ich find das gehen mit den Charakteren, weil man das noch nicht so, noch nicht jeden kennt. Das ist echt immer, ähm, ja. Man gewöhnt sich dran. Dauernd ein bisschen. Das glaub ich gerne. Ich hab immer das Gefühl, ich brauch da noch ewig für. Ja, das geht. Es gibt ja auch so viele, ne. Nach jedem Kampf haben ja so irgendwie 17 verschiedene Leute. Irgendwelche Upgrades. Und sich so denkt, jo, okay, cool. Wer bist du? Wie heißt du? Wie wirkt sich das mit Ying und Yang eigentlich innerhalb einer Schlacht aus? Was hat man da für Vordernachteile, wenn eine Armee stark von einem oder von beiden tendiert? Das steht dabei. Tatsächlich. Aber, also warum ich mich hier ganz gut raus. Ying und Yang ist halt so, du hast nicht nur die Armee, also deine Armee, hat ein eigenes Ying und Yang-Verhältnis beim Kämpfen. Und du hast ein gesamtheitliches Ying und Yang-Verhältnis. Das eine sind die Gebäude und alles, was du halt drum herum baust. Und das andere sind deine Einheiten, die du in deiner Armee hast. Und das macht halt Sinn, dass du Nahkampf- und Fernkampfeinheiten in der Nähe voneinander stehen hast, damit die sich buffen und als beides zählen. Die ist auch ganz okay. Ein bisschen schlechter als meine Armee. Dankeschön, Jogli. Der Kippa kann damit leben. So minus 17.000 pro Runde ist auf jeden Fall mein Steak. Okay, das ist hart. Okay, ich habe auf jeden Fall hier jetzt eine Rebellion neben meiner Horstür. Das ist super. Aber ich bin ja auch da. Geil, weil ich kann mich noch immer nicht bewegen, weil ich noch immer rekrutiere. Und die eine Rekrutierung braucht zwei Runden. Yeah. Einen kleinen Gnom. Und das musste ich halt leider über Maurice holen, weil mein Gebäude noch nicht fertig war und deswegen braucht es zwei Runden. Was ist denn hier das Erste, was ich dann kennen soll? Die Rebellen? Rebellen sind wahrscheinlich am smartesten, weil die werden jede Runde stärker. Aber Chris White Birner hat gar keinen Krieg mit dir, ne? Welche Birne? Wie die Chris White? Nee, nee, Chris White Birne ist hier, um mich zu verteidigen, ohne was zu tun. Super. Der Klassiker. Ein klassischer Ally. Äh, genau. Klassischer Ally, genau. Steht da, tut nichts. Ja. Und sieht dabei noch nicht mal gut aus. Der Boris der Verbündeten. Ja, genau, das ist der Boris der Verbündeten, wenn Maurice mit spielt. Bitte was? Bitte was? Also allmählich treibt ihr Boris wirklich dazu, euch alle gegen das Chaos verrecken zu lassen? Ach, das ist schon passiert. Du kannst mir nicht mit etwas drohen, was in der Vergangenheit liegt, Maurice. Nee, nee, nee. Also, das ist ja wirklich hier. Das wird ja immer schlimmer. Ich stelle einfach mal die Pucke hier zu, ne? Dann ist ja vielleicht der nicht ruhig. Der arme Boris, ey. Der arme Boris. Der ist echt die arme Sau. Ja, es ist wirklich ganz schlimm. Also, mir tut er auch wahnsinnig leid, als er seine ganzen Armeen verloren hat für seine Verbündeten. Oh, wait! Warte. Warte. Das war ja andersherum. Das ist jetzt so weggelaufen, dass selbst meine Garnitionsarmee hier mit zum Kampf kommen kann. Das ist ja übel lieb. Warte mal. Oh, fuck. Ich habe mich in... Eiswachen und meinen Patriarch verloren und denke mir so... Oh, das ist mir auch mal passiert. Leichte Verluste, ma. Ich guck... Weil du nicht guckst, welche Truppen er dir nimmt. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Ganz schlimm. Alter, es war in 10. So, ich werde jetzt aber ausrücken und ziehen. Okay, ich muss nicht selber schreiben. Es hat mir jemand vorhin mit dem Chip geraten, dass ich mal gucken soll, was Jay geschrieben hat. Und Jay hat was sehr, sehr Gutes geschrieben. Damit habe ich jetzt meinen persönlichen Frust bekämpft. Ich bin einfach nur glücklich über das, was Jay gelesen hat und das es geschrieben hat. Und das ist so passend. Ich habe es auf Twitter retweetet. Horcht auf Jay. Jay, also Smith Heller heißt er. Ist ein kluger Mann, der auch sehr viele Jahre Sozialarbeiter in Österreich gearbeitet hat. Und Menschen miterlebt hat und mit Menschen gearbeitet hat, die nicht in der Lotterie des Lebens gewonnen haben. Sehr, sehr kluge Sache, die er geschrieben hat. Würde ich so kommentarlos unterzeichnen. Und beschreibt sehr gut, was alles mit dem Ursprungstweet problematisch ist. Einfach eine generelle Follow-Empfehlung und eine Like-Empfehlung für den Thread. Manchen hat gerade geschrieben, Johnny passt perfekt zum sonst so coolen Trash-Talk zwischen Pia und Maurice. Weil er auf deiner Seite ist gerade, ne? Ich glaube einfach, weil er auch Trash-Talkt. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde diese Anti-Boris-Allianz hier, finde ich nicht gut, die sich hier gebildet hat. Ey, du könntest ja auch anders spielen, das wäre eine Lösung, ne? Wow! Ja, klar, ich könnte auch erfolgloser spielen und halt, aber ich will halt, will ich halt nicht. Weißt du, da hat er das erste Mal in der Geschichte seiner Menschheit überhaupt mal eine zweite Armee, ne? Und dann ist er hier aber auch schon am Redenschwingen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wer hat dich gerettet, falls du dich noch daran erinnern kannst? Kann er nicht. Nee, kann er auch nicht. Nee, nee. Kann er auch nicht, das war schon klar. Existiert ja nicht mehr, wer auch immer mich da gerettet hat. Deswegen ist es ja auch... Boah, also ich gehe jetzt einfach, also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hallo? Ja, ich glaube, ich glaube, vielleicht twittere ich nachher noch darüber. Dann, wenn du dann direkt aus dem Stream kommst, dein Twitter-Verbot nicht durchhältst. Erst, was du noch siehst, ist ein Tweet von mir, wie Katharin nicht geholfen hat oder sowas. Es wäre einfach nur eine Lüge. Wo war Katharin, als Prag fiel? Prag ist nicht gefallen. Ja, aber... Ja, weil Boris da war. Aber trotzdem ist die Frage, wo Katharin war, ne? Ich glaube nicht, Boris schuldig, wenn du dich in so einen komischen Teleport-Hinterhalt locken lässt. Von Boris. Ja. What? Boris kann sich nicht teleportieren. Boris kann nicht mal Hinterhalte machen. Du willst so einen Hinterhalt machen, wenn du auf einem fetten Eisbären reitest. Ich glaube, du bist zu auffällig. Hallo, Eumel. Wird es das Eisbären auch einfach weglassen können? Ja, ja, ja. Es gibt übrigens in Pathfinder King, Pathfinder Wrath of the Righteous, gibt es tatsächlich eine Fähigkeit, ein Zauber, Fettbär beschwören. Und es ist wirklich ein Bär, der irgendwie eine triefende magische Fettlache verursacht, auf der er selbstständig ausrutscht. Ich habe auch keine Ahnung, warum dieses Spiel überhaupt, warum dieser Skill überhaupt existiert. Mein Kollege Fabiano ist sehr begeistert davon. Immer, wenn du über extrem weirde Dinge in der Spielewelt sprichst, egal ob es komische Fraktionslieben sind oder komische Spiele oder irgendwas anderes, hört die Erzählung auf mit meinem Kollege Fabiano. Es ist immer Fabiano. Was lernen wir darüber? Das, ich werde ihn damit konfrontieren mit dieser Erkenntnis. Das ist sehr richtig. Das ist absolut korrekt. Ich verstehe das auch nicht ganz. Mindestens vergisst du nicht, die Anfrage nach der Kaiserkrone abzulehnen. Das ist wahr. Das passiert aber ehrlich gesagt auch nur den aller, allerwenigsten auf dieser Welt. Ja, es passiert halt nur denen, die überhaupt mal eine Kaiserkrone hatten. Das ist ja eine Voraussetzung dafür. Ach mein Gott, jetzt muss... Entschuldigung. Wollte mich gar nicht aufregen. Wollte mich gar nicht aufregen. Worüber wolltest du dich aufregen? Ich habe kein Belagerungszeug scheinbar immer dabei. Und dann stehe ich immer vor einer toten Stadt und muss da erst mal so... Oh, ich baue dann erst mal einen Rambock. Und dann habe ich einen Rambock und sagte das Spiel, du gewinnst, ohne eine Unit zu verlieren. Ja. Ja, klar. Was ist das für ein Rambock? Magische Kräfte hat der. Es ist Warhammer Fantasy, das wäre nicht unwahrscheinlich. Das ist leider eine der glücksten Aussagen, die man darauf treffen konnte. Also ja, aber... Trotzdem nicht das, was ich hören wollte. Ich merke übrigens gerade tatsächlich, es ist ja gar nicht... Bei mir ist das Ziel gar nicht Zinich auszulöschen, obwohl Zinich mein Feind ist, sondern ich muss Slanesh auslöschen. Also Volksgrad ist ja gar keine Zinich-Siedlung, sondern Zinich ist da oben. Mal schauen, wie das wird. Sehr sonderbar alles. Obwohl der Zinich der ist, der halt mich am meisten angreift. Aber meine Quest ist dann, Slanesh anzugreifen. Und jetzt fällt die KI aus. Gewinnt sie? Ja, ja. Das ist meine Hauptarmee da unten. Ui! Ja, Pierre, soll ich das einfach besetzen und dir geben? Du kannst es auch einfach behalten, ich brauch's nicht. Ja, Ausraum gibt halt nur 3000, so. Das ist halt irgendwie nicht Wurf. Wo ist dir... Vergnügen-Warp-Schlecker ist noch einer, der da unten... Alter, ist Leck bei mir so übel, wenn es so von unten rechts nach oben links auf der Kampagne-Garte geht. Das ist einfach... Helmris kommt zu dir runter. Der will das nochmal irgendwie retten. Aber ich hol jetzt seine Stadt hier weg. Aber Helmris ist doch auf der anderen Seite des Wassers. Ja, aber der will irgendwie nochmal... Also er ist nicht zu mir hoch, obwohl ich auch ihn angreife. Ja, der kennt seine Prioritäten. Priorities. Also ich dachte, es geht um Prioritäten. Schon, ja. Ich hab immer Angst, wenn dieses Ausstehen der Aktioner steht, dass ich gleich desinkt bin, wenn nicht sofort was passiert. Also beruhige mich mal bitte, Maurice. Äh, ich hab grad einen glorreichen Sieg errungen. Aber du bist doch am Klicken, ne? Ja. Okay. So, ich glaub, wir verstärken wieder... Also du hattest quasi jetzt eine leere Stadt da vor dir, ne? Äh, ne, da war, äh, da war auch noch ne, ne Garnison und, ähm, ein, ein Trupp drin. Aber, also eine Armee, die davor stand, aber... Aber du hast Volksgrad ausgeraubt, ne? Ich bründe und besetze es jetzt, weil ich muss das, äh, besitzen tatsächlich für meine Mission. Okay. Ja, es ist irgendwie ein bisschen weird, dass mein generell nicht da ist, wo die Action für mein Volk ist, aber... So, jetzt hab ich hier Volksgrad tatsächlich besetzt. Wir machen uns auf den Weg. Ja, hättest du dir mal wieder Lust, was zu kämpfen? Ja. Ja, ich bin so weit gelaufen, ich muss wieder zurück. Ähm, ich mach jetzt hier Flanesh weg und werd dann zu ziemlich weitergehen. Ja, ich denke ich... Aber ich muss, ich muss natürlich gucken, das kann sein, dass ich erstmal zurück zu Prag muss, weil wenn... Da oben bei Jetschitsch sammelt sich einiges. Ja, ich muss ja leider kämpfen, weil der, der zieht zu meiner Hauptstadt. Ach so, ich hab auch einen Pyros-Sieg. Ja, nee, dann nehm ich den so. Oh mein Gott. Oh, das sah kurz aus, als hätte ich verloren. Hä, wenn du das schon automatisiert hast, dann kannst du nicht verlieren, wenn du schon... Ja, das war... Hatte noch nie die Eiskönigin-Kommandantin und die hat ihr Schwärze rausgerührt, als würde sie sich selbst... Hä, warum sollte sie? Sie ist mächtig. Ja, tu immer. Ich wollte jetzt hier nicht Logik als Antwort. Ja, aber ich kann halt verstehen, dass man halt keine Ahnung hat von wahrer Edelmut und Schönheit, wenn man die ganze Zeit mit dem Müllcharakter spielt. Oh, jetzt geht's aber los hier. Die Anti-Boris-Allianz bröckelt, weil sie sich gegenseitig auch verabscheuen. Ich bin ja in der Müllzone, das ist ja an sich jetzt erstmal nichts zu überraschen müssen. Das ist einfach nur eine Beschreibung der Situation. Das stimmt, das stimmt. Aber süß, wie verzweifelt du versuchst, dir jetzt Zwietracht zu säen. Ja, natürlich. Natürlich. Ich hab ja sonst nix. Wie sieht das denn aus? Du bist doch jetzt bei dir da durch, oder? Willst du dann zu mir links rüberkommen? Weil ich glaube, ich krieg das nicht geschissen, um ehrlich zu sein. Nee, ich bin noch nicht durch. Also wenn du mal rechts von Prag schaust, äh... Da sammeln sich gerade, da sind schon wieder drei Stacks, äh, vier... Hallo im Film, Fluffy, Honeycoin, Honeycoin, so. Hallo. Rechts von Prag, bei Jetschitsch. Von meiner Hauptstadt. Ach so, da seh ich nichts. Da kommt gleich nochmal was. Unsichtbar, 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 haha. Ganz schlimm. Ja, was mach ich denn dann? Ich denke, wir gehen noch mehr ins Minus. Ich muss, glaube ich, gleich wieder hochgehen. Oder ich geh halt so rum und greife den einfach an. Oder das. Das ist eine Idee. Das machen wir, glaube ich. So, erstmal dieser Boya. Hallo, Rifuddin. Dann machen wir das. Ach so. Ja, ist mir leid, Chat. Wir haben sehr viel weniger zu tun, als die anderen gerade. Aber, ähm, wir haben einen Squad-Stream offen. Das heißt, ihr könnt alternativ auch einfach den Squad-Stream aufmachen. Oder wir beeilen uns einfach einen Ticken mehr. Das wäre ja auch gut. Das könntet ihr auch machen. Das stimmt. Das stimmt. Dann würde ich nicht nur rumstehen. Jawohl. Das ist richtig. Also, ich glaube, dass das vorher nichts mit den Allianzen zu tun hatte, sondern dass der Spielstand einfach ein bisschen buggy war. Wenn ich schaue, wie viel schneller jetzt durchrennt. Das kann sein. So, jetzt muss ich Sepuzki niederreißen. Okay, also ich habe tatsächlich eine Folge von Quests, die... Ach, da kam jetzt direkt danach noch was, oder was? Ja, genau. Jetzt soll ich zur nächsten Siedlung quasi weitermarschieren. Okay, aber das bedeutet ja auch, dass das bei mir hier gleich nicht endet. Das ist gar nicht so gut. Ich habe gerade richtig viele Einheiten hier. Was ist das denn? Warum habe ich diese ganzen Einheiten hier verloren? So viel Verschleiß ist das doch hier gar nicht. Offensichtlich schon. Ich habe gerade irgendwie... Also, die Armee hatte fünf Kriegsschlitten, sind einfach raus aus der Armee. Wow, Pink Fluffy. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe heute meine erste theoretische Stunde für meinen Führerschein. Nachdem ich streamen heute. Okay, das hat mich jetzt gerade ziemlich gekostet. Und ich bin sehr aufgeregt gerade. Diese Armee auf einmal komplett irgendwie... Komplett scheiße. Ich komme, würde mit Marsch, Pierre, würde ich in die Range von Hamerys kommen. Ja. Aber da kommst du gerade nicht hin, ne? Nee, ich versuche hochzukommen, um meine Quest weiterzumachen. Der eine alleine ist für mich auch keine Gefahr. Also, der kann meine Stadt nicht alleine einnehmen. Guck dir meine Garnision an. Ja, ich überlege, wo ich halt durchrenne jetzt dann. Autoführerschein, ja, ja. B und B, E mache ich. Ja, und ich habe Online-Unterricht, ja. Ist zwar ein bisschen schade, ist, aber... Hast du einen Blick auf... Ach nee, Volksgrad gehört dir schon, ne? Ja. Ja, komm, dann wipe ich hier. Das macht jetzt keinen Sinn. Ich brauche meinen General wieder trüben, so... Dankeschön, Otto Kirina für die 17 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Hat jemand von euch seinen Führerschein auch online gemacht? Wow. Also mit Online-Unterricht meine ich, ähm, mit, ähm, also den theoretischen Teil online meine ich. Klassisch in der Fahrstuhl bis jetzt, ja, bei Humboldt. Jetzt sitzt nur noch minus 5.000. Mhm. Ich habe minus 3.000. Ja, Lern-App und auch der Unterricht über Online-Meetings. Mich würde es nämlich einfach nur interessieren, ob ich da eine Kamera angedreht haben muss oder nicht. Also wie die, wie können die bestätigen, dass ich da bin? Nee, nee, Praxis, Praxis muss ich so machen. Praxis geht nicht so. Aber der Theorie, der Theorie-Unterricht, ähm, den kann ich via App machen. Tatsächlich was ziemlich cooles. Oh, der Dude hat sich da unten rausverpisst, das Kistler. Vielleicht ist er auch unsichtbar. I don't know. Auf jeden Fall ist er weg. Vielleicht bei Personalausweis wieder Foto. Echt? Willst du was gemacht? Es läuft mit Kamera, meine Schwester macht das über Handy, da es in Sicht gewährleistet werden kann. Nee, in einer Ferienfahrschule habe ich eine Freundin von mir und die musste keine Kamera anmachen, aber am Anfang was sagen und mit Smilies oder anders reagieren, damit die wusste, dass alle Teilnehmer da sind. Also ich möchte halt, äh, doch, die Theorie ist Pflicht, doch, doch, das ist verpflichtend, das stimmt. Also ich würde halt, ich bin halt gerade noch am gucken, weil ich werde ja morgen operiert und, ähm, ich will halt nicht frisch operiert mit einer Kamera im Unterricht vor fremden Menschen sitzen. Das ist halt unangenehm und mal gucken, ob ich da heute irgendwie anfragen kann, ob ich das irgendwie anders gewährleisten kann, weil ich möchte das ja während meiner Pausezeit machen und ich fühle mich mega unwohl von der Kamera zu sitzen. Oh. Warte mal. Alter, wie lange ich da nach oben brauche. Ja, das wäre schön. Kann ich eine Siedlung einreißen selber, wenn ich noch drin bin? Nee, ne, wenn die belagert wird. Ich glaube nicht. Wäre auch ein bisschen lame. Am Ende, ich sehe nicht, warum meine Kamera nötig sein sollte, am Ende kann man ja auch analog drin sitzen und nicht aufpassen, denke ich mir halt auch. Ich muss ja meine Prüfung trotzdem machen, so. Aber was weiß ich, ey. Ich werde es rausfinden. Ich bin halt schon super aufgeregt, wie das wird. Jetzt klingt es schon weniger gut. Es steht halt auch in der App nichts drinnen. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt auch. Ich hätte halt auch irgendwie erwartet, dass sie halt was reinschreiben, wenn ich eine Kamera brauche. Mannhafte Niederlage, ah, wie blöd. Willst du spielen? Ja, es ist ein Angriff auf eine Stadt. Nee, das kriegen wir nicht. Das sind zu viele Armeen. Ah, ist das blöd. Ja, ich muss ja trotzdem rein, Wannido. Egal, ob ich will oder nicht, ich muss ja trotzdem rein. Jetzt sind wir auch hier relativ blöd. Ich glaube, ich habe mich gerade sehr blöd positioniert. Ich habe nicht gesehen, dass hier so viele Armeen sind. Kriege ich nächste Runde halt auch den vollen Verschleiß rein. Halt hier hin, dass ihr zusammensteht immerhin. Mal schauen, was jetzt passiert. So. Ah, schwierige Situation gerade hier. Warte mal kurz, ich mache noch eine Anrufung. Keine Ahnung, Moxelian, habe ich noch gar nicht geguckt, tatsächlich. Ja, bei der Look trägst du dich ja auch in die Anwesenheitsliste ein und das muss die Fahrschulleiter für die Fahrschule garantieren können. Ich muss mich auch in der Liste eintragen. Also ich musste mich für einen Kurs online anmelden und der wird ja auch bezahlt. Ja, da hat er seinen Teleport-Hinterhalt gemacht. Ich weiß nicht, ob die Überprüfung nicht einfach damit stattfindet, dass ich dafür bezahle und quasi da sein soll. Teleports-Hinterhalt. Ja, das ist die diese Zinnfähigkeit, die er hat. Das ist die Billigarmee, die hat nur so Bauern. Aber drei Gnome, oder was? Ja. Ja, die hatten eigentlich noch hoffenweise Kriegsschlitten. Die wurden aus irgendeinem Grund, plötzlich war der Verschleiß dreimal so stark und dann sind die einfach weg gewesen. Dass ein Ausweis benötigt wird, ja, das kann ich mir vorstellen. Ist das auch bankrott? Den hab ich ja. Doch, jetzt gleich. Es seien, die Armeen werden jetzt gewibed. Sehen wir gleich. Ja. Ich find's halt krass, wenig Geld man pro Runde basically hat. Ach so, oh ja. Ja, das kriegen wir nie im Leben. Ja, aber die Gewährleistung hast du ja auch nicht. Nee, da muss man ja gar nicht groß. Also das hast du ja analog auch nicht mit der Gewährleistung. Das sind ja nur so billige Kossars. Ich würd sagen, einzelne Units rausnehmen, ne? Ja. Also ich kann ja auch einfach mit einem fremden Ausweis in den Unterricht reingehen. Also bei uns musstest du bei der Fahrprüfung auch nie einen Ausweis zeigen. Du musstest einfach nur dorthin gehen. Spaß. In erster Linie muss ich doch einfach nur, also in erster Linie muss ich halt die Theoriezeiten gemacht haben und bezahlt haben. Aber ich muss da mal ganz kurz. Ach du Scheiße. Wir haben keine Chance, dass wir das schaffen. Nee, nee, haben wir auch nicht. Das ist halt nur Bauern. Ja, das ist die, das war die, wie gesagt, eigentlich hatte die auch noch Kriegsschlitten drin und dann ist irgendwie, vielleicht hab ich es auch übersehen, aber aus irgendeinem Grund war plötzlich halt im Chaosverschleiß war der auf einmal so stark in dem Gebiet, wo ich eigentlich vorher schon drin war, dass er mir irgendwie fünf Kriegsschlitten einfach aus der Armee rausgelöscht hat. Umgehung. Das war, also eigentlich war die besser und dann hab ich halt nochmal Kossas nachrekrutiert. Und ich dachte, ich komm ein bisschen, ich dachte, der Ziehn, ich hatte noch nicht schon wieder so viele, so starke Armeen. Die Boris Armee wird es auch gleich auf die Nase kriegen. Ja, aber wie sieht es ähnlich aus? Also ich verliebe gleich auch meine letzten Armeen und da muss man halt ein paar Runden simulieren, bis man wieder was hat, ne? Das ist Pia quasi eben schon hinter sich gebracht hat. Ich weiß ja auch nicht, wie viele die am Ende des Tages wirklich die ganze Zeit auch nachrekrutieren, ne? Also wie die Kaira berechnet wird. Im Grunde gar nicht berechnet, die cheatet sich einfach hoch. Aber ich hatte auch, die Kampagne ist doch nochmal länger, als ich gedacht hätte. Ich hab so gedacht, wir sind schon so kurz vorm Finale. Ich dachte, ich dachte es auch. Aber ich bin deswegen vielleicht auch ein bisschen mit dem Schluss gewesen. Also ich glaube nicht. Das ist jetzt auch falsch eingeschätzt. Also ich dachte auch so, ah, das ist, äh. Ich finde es ja auch ein bisschen weirder, muss ich sagen. Vorher hatte man halt so ein sehr klares Ziel, so du nimmst vier Siedlungen ein, bist du glücklich. Ja. Und jetzt ist halt so ein bisschen, hey, guck mal, du kannst die Siedlungen ausräumen, denkst du so, okay, und dann? Ja, guck mal, du kannst die ausräumen. So, das ist halt ein bisschen, gibt weniger Vibes, ne? Das stimmt, das stimmt. Also, ich bin ziemlich gewiped gerade. Ja, 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 aber hier, guckt, Grigory, ah, er kämpft nicht mal bis zum Ende. Okay, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, er macht jetzt noch hier heldenhaft was. Das ist halt nicht Boris, das ist Grigory. Es ist nicht Boris, es ist absolut richtig. Ja, aber Boris kriegt jetzt auch noch diese Medizin gleich, der steht da daneben. Glaubst du, dass der auch gleich angegriffen wird? Ja, ja, der wird jetzt auch gleich angegriffen. Von all der Zinke hat er viel zu viele Armeen. Ich habe mich da wagemutig, reckless vorgewagt. Und, äh, jetzt wird der arme Boris... Nee, oder nicht? Okay. Hast du irgendwelchen Gründen am Allerangst vor Boris? Das ist mein erster Arme. Zurecht? Okay, jetzt bin ich echt, echt überrascht, dass sie hier Boris nicht versuchen rauszufischen. Vielleicht wird Boris dann versuchen, sie rauszufischen. Mit Blitzangriff gleich. Fischen oder gefischen werden, ne? Ach mein Gott, der bringt den ganzen Tag meine Units um. So nervig. Dann gewillt dich lieber in der Nacht. Ich muss quasi jede Runde, muss ich hier... Ach guck, da sind ja noch so viele gegnerische Armeen. Oh mein Gott. Die Fütterung von Kingsbjerg ist eine teure Angelegenheit. Die Bestien vertilgen täglich ihr eigenes Körpergewicht an Fleisch. Daher ist es die Entdeckung einer riesigen Islanisch-Kult, der sich in der Kanisation von deiner Hauptstadt versteckt. Ein Grund zur Freude, nicht zur Sorge. Die Blasphemie wurde ordnungsgemäß bereinigt und die Bären schlafen wieder gut. Also haben sie die Ratten gefressen. Ja, und ich habe 50% weniger Rekrutierungskosten auf Kriegsbären jetzt in den nächsten Jahren. Geil. Das klingt doch weltklasse. Dankeschön, Valen. Vielen lieben Dank. Ja, ich würde jetzt... Weiß nicht. Wir könnten das auch spielen, aber ich glaube, es ist so lost. Ich laufe in Plünderstellung, weil ich Geld verdiene, während ich das mache. Und das finde ich ziemlich cool. Geld verdienen ist gar nicht so doof, ne? Ja, ich habe 10.000 weiter steigend und das finde ich ganz gut gerade. Also ich rechne damit, dass ich potenziell gewiped werden könnte. Also brauche ich viel Geld, um direkt mein Hermi wieder neu aufzubauen. Ich wollte gerade sagen, Maurice, du versuchst jetzt aber nicht, da oben Sipukski zu holen, oder? Hört er mich? Glaube nicht. Okay. Oh, sorry. Nee, ich war gemutet. Nee, ich habe die Quest, Sipukski zu holen. Die Quest habe ich auch, das zu holen. Echt? Okay, du kannst es gerne auch machen. Ich habe jetzt schon aber alles aufgeräumt hier. Also nicht alles, aber fast alles. Also das ist literally der einzige Grund, warum ich gerade von unten hochlaufe, weil ich dachte, das wäre meine Quest. Wenn du das nimmst, dann okay, aber dann breche ich halt ab und renne nicht weiter hier nach oben, weil für mich ist das eine weite Strecke. Für mich ist hier, ich habe hier nichts an eigenen Siedlungen. Ich meine, ich habe gerade zwei Quests tatsächlich. Soll Faulschwert von Roter Schädel, was ganz woanders ist, oben links. Ich glaube, diese Quests sind ein bisschen weird. Also du kannst es gerne auch nehmen, wenn du willst. Ja, wäre cool auf jeden Fall, weil das ist die einzige Quest, die ich habe. Ich habe sonst keinen Auftrag. Dann mach du das. Boris ist ja auch ein gönnerhafter Verbündeter. Ja, ja. Alter, ey. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch wirklich nicht mehr. Der gute Boris. Er tut, was er kann. Mein Chat will ich an die Bären verfüttern. Wow. Also ich muss sagen, ich finde, jetzt zieht sich die Quest so ein bisschen. Ja, das stimmt. Weil du hast halt einfach keinen, also es ist halt ein, ja, mach das, mach das. Und so, okay, da kann ich auch einfach nur... Oh, wenn ihr auf Ziele geht, seht ihr die Siegbedingungen. Oh, Siegbedingungen. Ja. Ah, wir müssen die ganzen, wir müssen diese ganzen Provinzen halten. Den nördlichen Oblast. Der östliche. Also wir müssen letztlich diese ganzen Chaos-Siedlungen erobern, ist glaube ich letztlich der Punkt. Aber das ist ja einfach nur Weltherrschaft so. Also das sind ja alle. Ja. Gut, dann ist es, äh... Ja gut, dann nimm du das Ding da oben ein und ich brech nach rechts ab. Jawohl. Und hol mir alles, was im Osten von mir ist. Weil ich hab ja generell noch nichts außer Kislev, deswegen... Ja. Gut. Machen wir Plesk da seitlich. Ja gut. Aber dann müssen wir auch ein bisschen Gas geben, glaube ich. Ja. Ja, aber direkt schnell wieder rekrutieren. Ja. Wie ist denn bei dir, Johnny? Brauchst du, brauchst du Support oder kannst du... Ich hab keine Kriegerklärung bekommen. Ich weiß nicht, wie weit der es weg sitzt. Könnte ein bisschen unangenehm sein, um ehrlich zu sein. Ähm. Also ich hab tatsächlich keine einzige Unit gerade. Ach, du bist gewiped. Ja, ja, ich bin komplett gewiped. Wie? Wann? Warum? Ja, also es ließ sich ja... Also ich hab ja Staatsbankrott. Also ich hatte ja 60... Also drei volle Stacks. Und ich glaube, es war die einzige Option, die ich quasi hatte. Oh no. Ist aber nicht so schlimm. Also, ist wirklich nicht so schlimm. Äh, ich war in den Krieg reingezogen. Von Boris. Oh, das war ich, glaube ich. Sorry. Ich hab... Nee, 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 nee. Das ist ein Fight. Weil so eine Rebellion da hier angreift. Äh. Ich hab da... Und du standest neben... Neben Volksgrad. Ja, komisch, ne? Äh. Ja, ich hab... Ich hab halt ein bisschen Geld dazu bekommen, während ich da vorbeigelaufen ist. Ist doch völlig legitim. Ah, die Rebellionen sind natürlich... Okay. Wurkommen momentan keine zwei Meter? Ist ja nur um Feinden die ganze Zeit. Was macht ihr denn? Ich, äh... Ich wische mit Zinch auf hier. Du wischst mit Zinch auf. Das klingt irgendwie nicht so schön. Der ist chancenlos gegen die Macht von Boris. Ich hab das Gefühl... Ich erkläre, warum meine Kriegsbären rekrutieren. Kostet null. Geil. Boris ist sehr neidisch gerade. Wahrscheinlich hast du irgendwas gelernt. Weswegen... Das riecht wild, ja. Nein, ich plünder nicht das Land von Maurice. Das ist nicht Maurice Land. Das sieht nur so aus. Was? Das würde ich niemals machen. Wow. Tatsächlich. Meine eigene Tochter zieht durch Volksgrad und klaut mir 145 Gold. Die Runde. Die Runde ist die gute Beschreibung dafür, ja. Ich lauf da schon ein bisschen länger durch, das ist wahr. Das ist hart. Ja, komm. Du hast mich auch komplett wipen lassen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du musst jetzt eigentlich alles immer so eng sehen. Seht ihr, Chat? Seht ihr? Das passt schon so. Ja. Die hat mich auch sterben lassen. Ich könnte jetzt in Prag nochmal ausbauen. Ja, machen wir. Dann kriege ich es nicht die ganze Zeit vorgeschlagen. Ich habe auch die Elfte der Zeit, aber wenn du da beschäftigt, irgendwas... Ja, ich kann in Kislev nichts mehr bauen. Schon seit ich weiß nicht, wie viele Runden. Ich bin komplett durch. Aber ich habe jetzt Stufe 3 in Prag mit meiner Garnision. Kommt. Halt sie nach einer gesunden Vater-Tochter-Beziehung an. Ja, auf jeden Fall. Voll, Boris und Katharin sind Best Buddies. Boris ist ja übrigens der Autor des Briefes, den man, glaube ich... Nee, Boris ist der Sprecher vom ersten Trailer. Ach, ich glaube, ja. Ja, ist ja wirklich so. Ja, ist ja die... Meine Tochter, es war, äh... Meine Opfer waren nicht genug. Jetzt musst du halt, ne? Also, sehr ironisch an, wie es diese Runde lief. Du bist so der Mensch, der auch einfach durchgehend weiter Salz überall reinstreut, ne? Ja, aber in dem Fall ja auch ein bisschen selbstdestruktiv, ne? Ich katapoliere mich ja selbst ins moralische Abseits. Aber bin ich ja immer gewesen. Okay. Noch 100 Jahre, Chat, dann haben wir uns weiter bewegt. Ihr seid so viel am fighten die ganze Zeit, das ist insane. Ich hab gar keine Einheiten, ne? Also, ich fight hier gar nichts. Okay, Maurice ist so viel am fighten die ganze Zeit. Ja. Ja, Boris dürftet halt nach, nach Blut. Das kostet einfach alles null. I don't get it. Oh, da wird ja ein, haben wir mal richtig harten Kampf nochmal. Ja, wir müssen das gewinnen. Jawohl. Aber ist das gewinnbar? Ja, klar. Knappe Niederlage, let's go. Ja, knappe Niederlage ist immer gewinnbar. Das ist halt, also, ich zieh halt, ich zieh halt die Garnision aus einer Stadt mit Mauern. Das heißt, wenn wir das halt gewinnen, dann ist die Stadt halt easy. Sonst muss ich ne Belagerung, ne Stadtbelagerung fighten, dann wird's noch unangenehmer. Deswegen lieber so. Das stimmt. Ja, nee, ist auf jeden Fall. Kriegen wir ja locker. Ja. Also wenn nicht, würde ich auch nicht mehr mehr da spielen. Jede einzelne Unit, die ich rekrutieren kann, null kostet und ich einfach nicht weiß, warum. Ja, enjoy. Vielleicht wirklich, wegen deinem Dude. Ja, ich glaub, also safe auch nur bei ihm. Aber der Unterschied ist halt so von, hey, 1200 oder null. Geil. Ein bisschen weird. Okay. The Motherland's finest. Ich zieh übrigens aber schon eine Lektion aus der Sache, wie das jetzt gelaufen ist. Ich hab eine Armee versucht, so ein bisschen schlau mit einer Komposition, Artillerie im Hintergrund, so ein paar Bauerntruppen als Meat Shield und noch ein paar Schlitten und sowas vielfältig. Die Armee ist komplett im Sande verlaufen, wohingegen einfach der primitive Bären-Doomstack, der nur Bären hat, einfach durchgeht durch eine Armee. Also das ist ganz klar eine Lektion, dass der Boris' Way of Life der richtige ist. Einfach nur Bären. Nichts anderes. Das hängt ja auch von deinen Kommandanten ab, so, ne? Also du hast ja wahrscheinlich bei Boris... Ja, aber Boris ist ja der einzig wahre Kommandant. Also muss man ja schon ganz klar sagen. Ja, also bei dem ist, glaube ich, der Doomstack immer gut. Ja. Aber ich glaube halt in der Theorie, ich glaube die Eiswachen sind es einfach, weil dieser Slow lässt ja taktisch so viel... Oh, okay, es ging los. Ja. Hätte ich es nicht losgehen dürfen? Doch, doch, klar. Also ihr könnt auch gerne weiterreden, alles gut. Ich dachte nur, wir haben da ja jetzt nicht so eine große Taktik, wir haben nicht so viele Einheiten da. Und ich bin halt, ich kann mit dem Gnomen da schon schön draufhauen und die richtig abfucken. Oh ja, fuck den mal ab. Übrigens, nur weil man es gerade diesen kleinen Grom mal sieht. Ich hatte neulich eine Szene, mein ganzer Chat hat sich totgelacht, wie der vor so einem kleinen Baum stand bei der KI. So eine Pappel einfach, die in der Wildnis stand. Und der stand direkt davor, immer geschossen und die Kanonenkugel ist immer an dem Baum abgeprallt. Also der halt nicht mal ein Drittel so dick war wie das Kanonenrohr. Und die KI hat einfach immer weiter geschossen und nicht gecheckt, dass sie gerade ihre ganze Munition gegen einen unzerstörbaren Baum schießt. Das ist halt auch etwas, was noch so ein bisschen fehlt, finde ich, bei dem Spiel. Dass Dings zerstört werden können. Das wäre schon cool. Umgebungszerstörung. Ja. Vor allem hat es ja Napoleon Tote Wars schon. Mit den... Gab's das schon mal echt? Naja, also halt nicht so, wie du es dir jetzt vorstellst, aber es gab quasi Gebiete, gerade bei Siedlungen und so, die viel zerstörbares Zeug hatten. Also sowas wie, also nicht viel, sondern sowas wie, ähm, ach so, 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 so Zäune, wo du dann mit der Kavallerie drangeschaltet bist und so. Die sind dann auch kaputt gegangen, die nächste Kavallerie-Unit konnte drüber. Napoleon Tote Wars generell das Beste auf World Time. Echt? Ja, das ist tatsächlich eines der wenigen Total Wars, die ich nie gespielt habe, weil ich Empire schon, ich mochte Empire schon so wenig, ähm, Blasphemie. Oh, da wirst du dich mit meinem Kollegen Micha gut verstehen, der ist auch so ein Empire-Verflichter. Diesmal ist das jetzt aber Micha und nicht Fabiano, ne? Ja, nicht Fabiano, ne, ich hab viele Kollegen mit komischen Meinungen. Es ist reiner Zufall, dass in letzter Zeit immer Fabiano so sehr im Rampenlicht der, der, der Sonderbarkeiten stand. Na, wir haben hier, ne, ich muss hier ein bisschen schieben. Wir haben dann noch eine Front, die kommt. Ich hol mir ein bisschen so ihre Flieger aus der Luft. Ich hätt gern mehr Magie, ich hätt gern mehr Magie, ich hätt gern mehr Magie. Man braucht keine Magie, wenn man Bären hat, aber ich seh hier keine Bären. Das war vielleicht der Fehler. Diese direkte und unangenehme Provokation den Bären gegenüber die ganze Zeit. Den fehlenden Bären, meinst du? Ich, ich, ich bin, ich bin ja auch tatsächlich eigentlich, also, ich spiele gerade hier eine Rolle, die, die eigentlich gar nicht, also, ich würde ja, also Maurice lieber. Also eigentlich bist du nett. Nein, also, aber ich bin, ich bin überhaupt nicht nett, aber Maurice Weber würde immer sagen, ja, natürlich, wenn ich die Wahl habe zwischen Magie oder roher Gewalt, nehme ich immer Magie. Aber ich bin ja nicht Maurice Weber, ich bin Boris und Boris ist natürlich ganz klar der Meinung, dass Bär Magie immer trumpft. Ist er das? Absolut. Ist das deine individuelle Interpretation dieses Charakters, oder? Ja, schon, aber ich würde es mal relativ optimistisch davon ausgehen, dass ich ihn damit korrekt interpretiere. Okay, wenn du das sagst. Also hier links ist immer noch ziemlich kacke. Du, es wird auch nicht weniger kacke, wenn ich mir anschaue, was da auf uns zukommt. Mhm. Ja. Also, ich habe das Gefühl, ich versuche seine Feuerdecke auszusnipen. Ganz grob gesprochen. Diese herrschelte Lüfte sind auch einfach so krass verrissen. Das ist ein Champ. Das ist ein Held. Richtig fies. Ich habe auch irgendwie gedacht, dass diese kleinen Gnome stärker sind, als sie jetzt letztendlich waren. Von denen war ich auch ein bisschen enttäuscht manchmal. Man ist halt die Kasai-Artillerie gewohnt. Man hat damit gerechnet. Genau das. Aber ich habe Dings rausgeholt. Kommandanten und Helden habe ich rausgeholt. Sehr gut. Das sollte eigentlich dann drin sein. Wie steht ihr so zur Zarenwache? Ich finde die ganz okay. Die sind gut, um die Frontlinie zu halten. Siehst du das irgendwie anders? Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich glaube, es ist halt auch Schwierigkeitsgrad abhängig. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad, den wir spielen, ist einfach nicht so nett zur Infanterie generell. Das kann sein, ja. Hier habe ich immer immer das Gefühl, dass sie dafür, dass sie ja quasi nur die Aufgabe haben, sich da vorne reinzustellen, dann sie schnell auch wieder weg sind. Ich fack mich nicht immer auf, wenn man quasi die Eiswache, die dann schießt, bevor sie kämpft, ob die wirklich so viel schwächer dann ist. Also klar, es dem Nacken schlecht war. Das kann sein, ja. Die Zarenwache ist halt noch mal billiger als die Eiswache. Ich glaube, die Eiswache trumpft sie schon. Aber die Zarenwache erfüllt, also gerade wenn du vielleicht dein Hauptgeld, sage ich mal, in was anderes steckst und nicht noch Geld hast, alles Elite zu machen, dann ist die Zarenwache, glaube ich, ganz solide. Es ist tankiger und das ist das, was ich brauche. Die Zarenwache ist einfach tankiger als die Eisdinger. Mhm. Mein Leben. So, ich tue hier auch noch einen Anführer raus, aber es sieht suboptimal aus. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Ich auch nicht. Die wirklich Truppen noch mal fangen, finde ich auch krass. Ja, die Gnomes waren ein Waste. Die Gnomes waren echt ein Waste. Die stehen da hinten und die haben echt noch nichts gemacht und jetzt fahren sie in den Nahkampf. Echt krass, ne? Artillerie. Aber das ist quasi einfach von der Zipfe, ja? Ja, das ist einfach. Cathay hat sehr gute Artillerie. Cathay hat absurd krasse Artillerie. Deswegen hatte ich auch so Motivation, gerade Artillerie zu bauen, weil ich dachte, oh ja, cool, so. Aber ich bin einfach komplett verzogen, was Cathay Artillerie angeht. Ja. Ja, es ist eine andere Welt. Und jetzt bricht alles. Auch schön, wie das Spiel einfach so als Feiglinge beschimpft. Das stimmt. Die Artillerie ist im Nahkampf gut. Ernsthaft? For real? Ah, weil die auch Bären haben, ne? Ah, dann ist natürlich erklärt, dass alles ist die perfekte Einheit. Ja, weil die sind halt langsam. Du kommst halt nicht ran. möglichst stark ist. Hä? Alles, was Bären hat, ist gut. Was? Ja, mir bringt halt so eine langsame Artillerie, die im Nahkampf gut ist, aber als Artillerie nicht und die drauflaufen muss, ist halt, sorry, aber das ist halt Crap. Ja, das, Korn hat das auch, diese Schädelkanonen, auch totaler Waste. Habe ich einmal rekrutiert und dann nie wieder. Und gefühlt, das Spiel hat halt Artillerie, die gut im Nahkampf ist und Kavallerie, die nicht gut im Nahkampf ist. Ich hätte gern ne ordentliche Kavallerie und ne ordentliche Artillerie und nicht so ein Hybrid-Scheiß, der keins von beiden gut kann. Ja, das stimmt. Gib mir bitte einfach ordentliche Artillerie und ordentlichen Wumms. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil mich auch einfach in jedem Toto, ob es jetzt so ist, ist ne Hybrid-Unit, will ich nicht spielen. Und dann Kieslepp einfach so, friss, iss, mach den Mund auf. So, küsst es richtig an, äh. Aber ja, man lernt. Hast du denn eigentlich, äh, Johnny, mal, äh, Three Kingdoms gespielt? Äh, ja. Deine Meinung dazu? Ich hab's nicht genug gespielt, muss ich sagen. Ich hab 10 Stunden, aber es hat mich einfach nicht gecatcht. Interessant. Ich weiß auch nicht. Weil mich hat's total abgeholt. Really? Dein Favorite, oder was? Richtig hart. Oh, krass, dann muss ich ihm vielleicht nochmal ne neue Chance geben. Also ich muss sagen, mich hat das Szenario, also du kennst das ja so, So wie bei dir wahrscheinlich bei Empire, also wenn man, ne, man startet's und denkt sich so, yo, cool. Samurai, äh, warte mal, es ist gar nicht, sowas, ne? Ah, so, cool, cool, let's go. Und das hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Und dann hat man natürlich schon so eine etwas negativere Grundstimmung, sag ich mal. Ich versteh das 100%, bei mir ist es witzigerweise, glaube ich, ich glaube es war auch berufsbedingt, weil ich halt bei der GameStar der Total War Typ war, zu der Zeit, als das rauskam, ähm, und, ich musste mich eh damit befassen, so für Preview-Events und sowas, und auch mal zum Entwickler, um anzuspielen und sowas. Und dann hab ich tatsächlich angefangen, mich in diese Historie einzulesen, ähm, und hab gemerkt, dass ich sie mega spannend finde. Ja, das ist halt auch so was, ne, wenn man geschichtlich, also ich war geschichtlich nicht so bewandert, was das angeht, und ich glaube, das macht dann auch viel, ne? Ja. Ich war's davor auch nicht, und bin's dann nur geworden, durch die, äh, durch das Befassen mit dem Spiel, ähm, und fand's dann mega geil, weil diese Geschichte so bizarr ist, vor allem, was daran so faszinierend ist, das ist eins der ersten historischen Beispiele, wie schon lange vor unserer Zeit, also wie Geschichte zu Popkultur wurde, ähm, weil das ja alles historische Figuren sind, und die irgendwie, ich weiß grad gar nicht, also im Jahr 0 oder 200, also so ganz, ganz alte Zeit, sag ich mal, und dann hat irgendwann jemand einen Propaganda-Roman über die geschrieben. What? Really? Ein paar hundert Jahre, also diese, diese Romance of the Three King, wir haben es diese, worauf das alles basiert, ist kein historisches Dokument, sondern es war damals einer der ersten Entertainment-Romane, ähm, der diese Geschichte anders darstellen sollte. Und da stehen halt Sachen drin, wie, dass halt der eine Held irgendwie allein den Pass gegen 2000 Leute hält oder so einen Scheiß. Ähm, und ich finde das halt so faszinierend, weil das aber, und das ist, und deswegen, also ihr kennt doch auch bestimmt, oder vielleicht nicht gespielt, aber Dynasty Warriors, ähm, das sind ja die gleichen Figuren. Ähm, und so sind die in der chinesischen Popkultur alles solche mythologischen Superhelden, weil, aber es waren mal echte historische Figuren, über die dann später jemand einen Roman geschrieben hat, auf dem dann später Computerspiele basieren. Ähm, es ist eine total absurde Story und ich fand das so faszinierend, da einzusteigen, was da, was da echt war, was, was die Verklärung ist und sowas. Und in China ist das ja mega, das ist ja so wie die Arthus-Sahre bei uns im Grunde vom Bekanntheitsgrad her oder Troja oder sowas. Ähm, also Troja ist eigentlich ein guter Vergleich, wie Achilles ja auch sicher nicht so war, wie er, also wenn es ihn überhaupt gab, ähm, aber bei denen ist noch das faszinierend, dass man tatsächlich weiß, dass es sie alle gab, nur eben, sie sind halt zu solchen mythologischen Figuren geworden. Ähm, und das fand ich mega schrannend. Imagine einfach, du bist im Mittelalter eine Person und dann tausend Jahre später, mehrere tausend Jahre später spielen Leute Computerspiele mit dir, like, what the fuck, wie berühmt möchtest du sein? Genau. Who the fuck is Ariana Grande? aber genau, also du bringst es mega auf den Punkt, was ich so faszinierend daran fand, so, aber in dem Fall wirklich dieses Wissen, das waren alles wirklich echte Figuren, nicht so Arthus, wo man gar nicht weiß, gab es wirklich einen, ne, Homer, was war wirklich und sowas, sondern die sind alle sehr historisch belegt und auch wieder, ähm, dieser Typ, da der, der Hauptintrigant, der auch auf dem Cover ist, der Cao Cao, der ist auch in China so sprichwörtlich, dass halt das Sprichwort, was bei uns ist, wenn man vom Teufel spricht, bezieht sich auf den, wenn man von Cao Cao spricht, kommt er, ähm, ist das Sprichwort bei denen, was bei uns vom Teufel sprechend ist. ähm, und, 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 aber auch diese, diese, diese ganze Geschichte der drei Reiche ist auch total absurd und bescheuert, ähm, also, da, da sind halt auch irgendwie, irgendwie Storys drin, dass irgendwie so, dass halt irgendwie, und das ist der, der, der große noble Held, Liu Bei, irgendwie sein, sein Säuglingssohn ist irgendwie in Feindeshand und einer von seinen Helden kämpft sich durch eine ganze Armee, um ihn zu retten und, und dann Liu Bei voll begeistert und lässt dann versehentlich den Säugling fallen auf den Kopf und dann, äh, und dann ist der halt ab da irgendwie und das erklärt dann, wie später dann das Reich gefallen ist, weil der, weil das, das Kind dann ein dummer Herrscher geworden ist, weil sein, sein heldenhafter Vater, der wirklich so Aragorn in dieser Geschichte ist, also der nobelste Typ, den sich, den Feind lassen hat, den sich die chinesische, die chinesische Popkultur vorstellen kann, keine Untertreibung, hat seinen Sohn auf den Kopf fallen lassen ähm, ganz, so richtig absurde Storys. Ist das die Relativierung dafür, dass es okay ist, Kinder fallen zu lassen? Ich weiß es nicht, was die damit gemeint haben, moralisch. Ähm, überhaupt, also die, die, äh, die Moral, die man daraus mitnimmt, was damals als Nobel galt, ist auch sehr interessant. Ähm, zum Beispiel gibt's, äh, eine Anekdote, wie irgendwie, ich glaub, auch wieder der große Held Liu Bei, ähm, also auch wieder, im Grunde, Arthus meets Aragorn ist der in der Story. Oh, meine Armee, die hat sich jetzt, Oh no. Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Jawohl, nee, kein Stress. und der hat halt dann, ist irgendwie mal auf der Flucht gewesen vor seinen Feinden und ist halt auf, auf dem Weg, ähm, bei einem Bauern vorbeigekommen, der ihm Unterschlupf gegeben hat. Der Bauer war halt voll geehrt, so, oh, ich kann meinem Fürst für die Nacht Unterkunft gewähren, voll gut, ähm, die Ehre meines Lebens, aber ach, welch Schande, ich hab kein Fleisch mehr, dass ich meinem Fürsten servieren kann. Oh nein. Ich bin auch ewig entehrt. Oh nein, ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Hier, du weißt, worauf es hinausläuft. Oh nein, oh nein. Äh, er hat dann seine Ehefrau seinem Fürsten serviert und diese Geschichte stellt das als unglaublich nobel dar. Was? Leo Bay ist dann, ja, ja, Leo Bay ist dann nach Hause gekommen zu Zauzau, der war richtig gerührt, was der Bauer für ein Opfer gebracht hat. Was? Da ist er zu seinem, da ist er zu seinem Fürst gekommen, zu Zauzau, der hat ihm das erzählt, ey, der Bauer voll gut und Zauzau auch, oh, das ist ja wunderbar rührend, was für ein Held. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es dann geendet ist, ob Zauzau ihm dann noch irgendwie Geld geschickt hat dafür oder sowas, aber die Geschichte stellt das als sehr, sehr noble Tat dar, dass du deine Frau schlachtest, um deinem Lehnsherr einen Braten servieren zu können. Das ist halt, und das ist aber, das ist, Ich, ich hab keine weiteren Fragen mehr. Das ist so grotesk. Ja. Ich hab, ich habe keine weiteren Fragen mehr. also wirklich gar keine. Leicht verstörend. Leicht? Leicht verstörend? Ja. Ja. Doch, schon verstörend. Ja, also, und damit hast du dich auseinandergesetzt und hast dir dann gedacht, boah, das ist aber der, das ist aber mein Lieblingsteil der Geschichte. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ich weiß nicht wirklich, was ich, also, ja. 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 Das bringt. Das war ungefähr auch meine Reaktion. Alter, ey, was? Aber okay, ähm, was lernen wir Frauen daraus? Sei dankbar für den Ehemann, der dich nicht essen will. Der, der lieber Nudeln aus der Mikrowelle mit Ketchup essen will. Alter, jetzt geht das schon wieder los. Ich, ich will nicht. Ja, das ist irgendwo auch wahr, ne? Ja, Mann, ey. Ich, ich will wirklich nicht, also, ich, ich, ja. Ja, aber, ey, ich hab was gelernt über die Geschichte, so, ne? Ja. War sehr, ähm, wie sagt man? Erbaut. Ja. Erbaut ist, glaub ich, das Wort, das du suchst. Ja, erbaut ist auch direkt das Erste, was mir hier eingefallen ist. Erbaut, ja. Ne, es ist, ne, also. Aber ich liebe, ich liebe solche crazy History Sachen. Ich find sowas einfach nur geil. Leute, die crazy trifft es auch sehr. Ja, aber du, du lernst dort einfach, also du glaubst halt immer heutzutage, wenn du Nachrichten liest, oder was Leute so auf Facebook schreiben, glaubst du immer, boah, wir sind so doomed. Und dann, wenn du dann halt dir anguckst, nee, die Leute waren vor 3000 Jahren auch schon doomed. Wir sind damals nicht ausgestorben, dann überleben wir das jetzt vielleicht auch noch. Tatsächlich ist, ähm, ist sowieso, also diese, diese ganze Epoche von Chinas Geschichte, das war wirklich einfach 100% doomed, weil, weil es auch alles, das Lustige ist, was auch sehr faszinierend daran ist, wenn du eine, also, wenn du halt Popkultur liest, basierend ja doch auf echter Historie, dann kann diese Popkultur ja trotzdem nicht einfach sagen, und am Ende haben dann die Helden gewonnen, alles ging gut aus. Ähm, und das ist auch sehr spannend daran, dass du halt, du hast diese Geschichte der drei Reiche, und hast da voll so diese, du hast diese drei archetypischen Helden, die alle ein eigenes Reich hatten, und sich gegenseitig gebettelt haben, und China, mega spannend und sowas, und, und dann merkst du, ja, wie es aber ausgegangen ist, die haben alle drei gefailt, und am Ende hat der Berater von dem einen Typen ihn gestürzt, oder seinen Urenkel dann, und der hat dann gewonnen, und hat ungefähr es geschafft, eine, eine Generation zu herrschen, bevor, irgendwie nach dem Krieg der drei Reiche kam der Krieg der acht Prinzen, und dann kam der Krieg irgendwie der 16 Barbarenfürsten, oder so, und es ist nur immer schlimmer geworden, und es ist immer mehr Bürgerkrieg, und niemand hat irgendwas erreicht, ähm, aber, aber wir haben halt, also nicht mal ein Happy End, nee, null, aber wir haben in der Popkultur diesen einen Ausschnitt, guckt mal da, die drei Helden kämpfen gegeneinander, und so, und irgendein, aber Popkultur hört halt irgendwann auf, und Geschichte geht weiter, Ja, okay, Nochmal Bärchen nachrekrutieren, Könnt ihr auch so unendlich viel in eurer Hauptstadt mittlerweile rekrutieren? Ja. Wenn man da mehrere Gebäude hat, das ist ja crazy, ne? Irgendwie so, oh, ich hab eine Armee verloren, zwei Runden später, guck mal. Richtig, genau, also die, wenn du das Geld hast, ich glaub, das ist ja auch ein bisschen so gebalanced, ähm, dann, dann kannst du in, in der Kampagne tatsächlich so ungefähr nachrekrutieren, wie du willst, ähm, brauchst du aber das Geld, äh, Ja. Aber ich hab auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, das fand ich damals bei Napoleon auch schon immer so, ist quasi, es gibt einfach diesen harten Breakpoint, in, in vielen Toteball-Kampagnen, zwischen einer und zwei Armeen, quasi mit einer Armee, finde ich, kommt man super schwer vorwärts, hat richtig Struggle, und dann hitte man quasi die zweite, und es ist auf einmal halt, quasi, im, im, im Gegenteil andersrum schon weird, weil man halt auch immer jeden Kampf ohne Verluste gewinnt, so. Boahhammer 3 hat das, finde ich auch sehr, sehr stark. Sobald du die zweite Armee hast, dass du eine zur Verteidigung hast, und die andere kann ins Chaosreich gehen, ab dann wird die Kampagne so viel entspannter. Ja. Fühl ich. Also, ich hab grad überhaupt nichts zu tun. Boris belagert. Ich bin halt, also mir hat's zweimal meine Armee gewiped, jetzt lade ich die gleiche Armee wieder hoch, und dann hole ich einfach die Städte neben mir, und ich hab keinen Stress, und keinen Auftrag gerade, also, für mich, gar keinen. Bei mir zieht sich's grad einfach nur massiv, so. Ich find's halt... Ja, willst du denn, willst du denn dann vielleicht einfach abbrechen, wenn's, wird's, wird es grad nicht so... Nee, es ist nicht schlimm, so überhaupt nicht, aber, also, ich bin einfach so personally, so ein bisschen enttäuscht einfach davon, ähm, wie die Kampagne verläuft, weil ich find, sie fängt halt so gut an, sie ist so eine krasse Herausforderung, und so spannend, und du musst irgendwie wirklich über jede Runde, über jeden Zug, den du machst, nachdenken, und dann plötzlich ist es halt so ein, okay, gut, dann probier ich's halt nochmal, dann probier ich's halt nochmal, dann probier ich's halt nochmal, und das ist halt irgendwie weird, so vom, vom Schwierigkeitsgrad, vom, ich find, das ist halt mega unbalanced einfach. Ich glaub, wir sind jetzt halt wirklich so über die, über die Herausforderung hinaus. den Punkt weg, die letzte Herausforderung war dieser große Ansturm, der dann kommt, jetzt ist ja auch offensichtlich nichts geskriptetes mehr drin, ähm, jetzt haben wir hier einen entscheidenden Sieg, geil. Jetzt hat die KI wirklich mal, Eldred Schreiber von Ostland, hat jetzt endlich mal hier, einen sinnvollen Angriff geführt, und mir eine Zincharmee weggewiped, ist ja fantastisch, endlich mal, endlich macht sich all das diplomatische Manövrieren bezahlt. Ich hab damit auch wieder aufgehört, ich hab, das ist halt auch so ein Ding, ne, also die, der Einsatz, den man, den man quasi zeigen muss, ja, also, ich war ja sehr frustriert das letzte Mal, aber ja, also, ich hatte ja auch eben das Gefühl, ich hab quasi einfach meine beiden Armeen, auch pretty much in den Tod geschickt, ohne, auch nur den Fight zu spielen, weil ich mir dachte, zwei Runden später, ja, ist es halt, wieder pretty much whatever. Oh mein Gott, ich komm nicht ran. Ah, maybe hab ich jetzt auch einfach gegen das jetzt. Mund aus. Am Anfang, ja, also das hast du ja am Anfang als sehr, sehr geil angefühlt. Vor allem spielt man ja auch auf diesen Schwierigkeitsgrad, oder ich zumindest spiel auf den Schwierigkeitsgrad hauptsächlich, weil es sich sehr geil anfühlt, wenn man es geschafft hat. Ja, stimmt. Und gerade fühlt es sich halt einfach nur noch nach Durchklicken an. Wobei es halt schon, ich finde, wir haben ja den harten Teil auch geschafft, das nimmt uns das ja jetzt auch nicht mehr, finde ich. Das ist immer noch geil, finde ich, dass wir jetzt diese Wellen abgeschmettert haben, aber ich finde auch so, es hätte irgendwie noch so... Also da hätte es auch einfach vorbei sein können. Also da hätte man einen Fight haben können, oder es hätte halt vorbei sein können, so. Aber dass wir jetzt halt einfach nur noch random alles einnehmen sollen, also... Aber auch einfach alles, siehst du, ne? Ja, es ergibt halt nicht wirklich einen Grund, so. Und auch die ganzen Provinzen, also das sind ja nicht einzelne Städte der Provinz, wo man dann noch so einen Ausfall macht, sondern es geht jetzt einfach nur... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir stehen noch mal so sechs Helden rum, die einfach alle meine Commander jede Runde umbringen, die auch alle ja nicht tot sind, sondern verwundet sind und eine Runde später wieder ready. Weird. Es ist einfach so, jede Runde so, oh, ihr ist gestorben, oh, guck mal, wer wieder da ist. Und dann kannst du ja ersetzen. Das heißt, das ist ein bisschen... Das stimmt. Nee, da gebe ich euch recht, das ist jetzt gerade so ein bisschen unspektakulär. Und auch die... Also, ich weiß ja doch nicht, wie... Also, es gäbe, glaube ich, kaum noch eine Schlacht, wo ich jetzt denke, boah, die will ich spielen. Sondern, weil du hast ja nicht mehr dieses krasse Highlight. Also, ich habe jetzt hier vier... Keine Ahnung, das eine ist Ford. Ach, geil, das sind alles drei Fords, geil. Äh, ja. Ja, ja, ich habe... Das begeht mir auch so, tatsächlich. Das ist jetzt irgendwie nichts mehr... Dann drück, Maurice. Wow. Dann drück. Ich habe gerade noch gebaut. Das muss ich schon noch machen. Dann baue schneller. Wow. Was kannst du denn jetzt doch bauen? Ich habe doch hoffenweise Siedlungen eingenommen. Ah, du hast... Du hattest Sachen zu tun, IC. Ja, ja. Ich habe ja hier... Vielleicht ist auch das der Fehler, den ich habe, dass ich einfach nichts machen kann gerade. Ja, es ist auch... halt auch super nervig, dass ich die nie abgeben konnte, na? Das stimmt. Das war weird, dass du keine Provinz Es gibt ja auch einfach keinen Grund, also ich bin ja gar nicht... Wo ist jetzt hier diese Rebellion? Angeblich habe ich eine Rebellion. Ich sehe sie aber nicht. Meiner Erfahrung nach sind Rebellionen gefährlich, wenn du sie spürst. Das stimmt. Das stimmt. Das ist auch eine sehr gute Formulierung, ja? Wenn man was spürt, tut es meistens weh. Das stimmt. Es sind so krasse Weisheiten heute einfach. Mann, ey! Ich komme einfach rüber wie so ein richtiger richtiger Ochse, so. Weißt du, so... Also wenn... wenn die Hand blutet... Dann tust du weh. Und davor habe ich hier irgendwie tiefste Geschichten aus der chinesen Historie und dann hier, ne? Wenn man es spürt, tut es weh. Ja gut, also jetzt Maurice bei allerliebe, aber so tief philosophisch waren die Geschichten auch nicht. Das war eher der Klatsch der Geschichte. Ja, ich gebe es zu. Der Klatsch der Geschichte finde ich gut. Du bist quasi die Bild des damaligen Jahrhunderts. Wow! Jetzt geht's aber los, ey. Ich finde es sehr gut, dass du das gerade gesagt hast und ich es nur laut gedacht habe. Das nimmt mich aus der Verantwortung. Das finde ich sehr gut. Na, Moment. Das ist eine interessante philosophische Frage. Ist man aus Verantwortung, wenn man an eine schlechte Sache gedacht hat? Ja. Weiß ich gerade gar nicht. Also ich finde schon, dass ich aus der Verantwortung bin. Wie steht ihr so zu, wenn es in der Wohnung brennt und es danach riecht? Was? Dann aufstehen und schauen? Ich gehe mal kurz gucken. Kim, was tust du? Nicht nur, dass er die falschen Sachen isst, er lässt auch fast die Wohnung abfackeln. Ich glaube eher, dass Kim, oder? Weil die macht da irgendwelche Dinge im Hintergrund. Achso, vielleicht die Wohnung abfackeln. Das kann auch sein. Ja, ich wollte nur mal schauen, aber scheinbar alles ist okay. Es brennt nur das Wohnzimmer, da mache ich noch nichts. Ich habe da nichts mehr zu sagen, tatsächlich. Also ich glaube, die beste ist, oh, entscheidender Sieg, Verluste niedrig. Warum fällst du denn dann aus, du Strunzkopf? Strunzkopf ist eine gute Beschreibung. Das stimmt. Was wir auch gerne sagen, ist Backblech. Backblech? Ja, das ist halt einfach ein nicht von Ableismus betroffenes Schimpfwort. Ja. Du Backblech. Ich habe letztens, dass es doch diese Pflanze sich zurückzieht, das ist irgendwie ein schöner Begriff für einen anderen Begriff, den ich gut benutze. Mimose. Mimose ist einfach ein, also ist einfach wirklich so was. Ist es eine Pflanze? Ja, es ist eine Pflanze, die zieht sich einfach zurück, wenn sie, ähm, ja, wenn sie berührt wird oder so. Genau. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist nicht einfach nur eine Beleidigung, das ist actually eine Plant? Ja, das heißt, man kann es als Beleidigung nutzen und es ist auch noch mega smart. Ich liebe es. Alter, ey, what? Ich glaube, das ist eine Beleidigung, die ist zu smart für mich. Die hat mich sehr glücklich gemacht, die Beleidigung. Du, das respektiere ich. Ich war so richtig so, oh, damit kann ich jemanden ja noch viel besser beleidigen. Ich finde es schön, dass du auch so ein, ähm, wie soll man sagen, Mensch mit niederen Gelüsten bist, der sich darüber freut, wenn er andere Menschen beleidigen kann. Ja, vor allem auch so, so ohne schlechtes Gewissen so, ohne schlechtes Gewissen, einfach so, ja, knallhart halt. Ja, also rein, rein klanglich bin ich auch noch ein Fan von Pappnase. Ähm, es ist nur nicht, das ist schon zu nett. Ja, selbst im Reich der Beleidigungen, die halt nicht zu blöd sein sollen, ist, ist Pappnase zu nett. Pappnase, weiß nicht, ist auch für mich immer noch so ein bisschen so, ja, das ist eigentlich so im nett gemeinten, ja, das stimmt. Pappnase, meinst du? Ja. Ja, ja, das ist ein bisschen einfach wie ein Kosename auch, ne? Okay, das, das, das geht. Ja, doch, doch, schon, irgendwo schon. Warum kann ich jetzt hier meine Stands nicht ändern? Sorry, ich bin ja, der läuft die ganze Zeit weg, ist richtig nervig. Eumel ist auch so ein universal tolles Wort. Eumel ist toll. Eumel ist doch niemals eine Beleidigung. Doch, Eumel zählt offiziell, das Beleidigung und das Kosename, laut dem Dictionary. Interessant. Ich bin immer noch ein großer Fan davon, dass deine Community so heißt. Das ist großartig, ist das einfach. Das ist einer der besten Community-Namen, die ich glaube ich kenne. aber Weber-Knechte wäre halt auf dem gleichen Level, du musst das nur zulassen. Ja, an mir scheitert es nicht, es gibt Revolte in meinen eigenen Rängen. Ja, die müssen sich einfach mal, dann scheitert es ja doch an dir. Also du musst ja dann schon echt, dass das hier eine Demokratie ist. Eben, du musst ein bisschen durchgreifen einfach. Ein bisschen durchgreifen. Das ist, das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Vor allem kannst du damit auf eine andere Art und Weise ihr Knechte zu deiner Community sagen und das tatsächlich gar nicht, also du kannst quasi den Hintergrund leugnen, weil du beziehst das ja nur auf die Tiere und nicht auf die Situation. Das stimmt, das stimmt. Es ist schon brillant. Ja. Warum nutzt du es nicht? Es gibt halt, es gibt halt, in meiner Community gibt es Leute, die sehr korrekt sagen, dass sie halt keine Knechte sind und dass sie verwehren sich dem Begriff. Du kannst ja einer, ich weiß nicht, aber dann zeig ihr mal, dass sie Knechte sind und nennen sie trotzdem so. Ah. Wie kam denn die Eumel zustande, Pia? Hast du das deiner Community aufgezwungen oder war das eine Grassroots-Bewegung? Es gibt bei uns keine freie Entscheidungsmacht. Okay, okay. Ja, das sollte ich dann vielleicht auch ... Du merkst, wo dein Hauptfehler liegt, ne? Ja, ja. Es ist tatsächlich einfach irgendwie entstanden. Also ich kann dir gar nicht mehr hundertprozentig sagen, wo genau der Anfang war. Also es hat halt einzelne Leute gegeben, die Eumel gesagt haben, ich bin auch jemand, der grundlegend Eumel schon länger benutzt hat und irgendwann habe ich halt, ich glaube, irgendwann habe ich gesagt, ihr seid solcher Eumel irgendwie so und dadurch ist es dann hängen geblieben. Und dann haben einzelne Leute, die schon sehr lange in meinem Stream waren, haben halt angefangen, sich auch umzubenennen in Ober-Eumel oder offizieller Piraten-Eumel und solche Sachen. Und dann, also wenn die Community schon anfängt, sich in Eumel umzubenennen, dann musst du es einfach akzeptieren, dass es genau dafür, also... Das stimmt, dann war es ja tatsächlich aber keine Vorgabe. Naja schon, ich habe ja den Anfang gesetzt. Das stimmt, das stimmt. Du musst dich halt daran, den Anfang zu setzen. Naja, das stimmt. Der Anfang ist ja schon gesetzt. Das ist ja eine andere Situation. Es gab über dir, glaube ich, nie Widerstand gegen die Leute, oder? Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön Hansa für die zwei Monate, Dankeschön Benni Lein für die 16 Monate. Das ist ja nicht passiert. Weißt du, was man da macht? Man nimmt einen Bannhammer, dann sieht man es nicht mehr. Oh, ja, das stimmt. Aber der Widerstand hat sich selbst in meinen Moderatoren zum Teil formiert. Vielen, vielen Dank. Ja, dann raus. Dankeschön, Dankeschön. So sehr lieb, ey. Es sind offensichtlich alle beide ganz, ganz schlimm. Ich merke das schon. Dankeschön, Dankeschön. Ja, also, was ist denn da jetzt schlimm? Also, bei mir brennt es nicht in der Wohnung. Dankeschön Wallencoe für den Rames-Sup. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. 2.400 ist jetzt die Belohnung. Das ist ja wohl ein Scheiß. Entschuldigung. Ja, ja, du kriegst kaum, du kriegst quasi nix. Das ist total sad. Ey, guck mal, ober die Welt. Ich krieg's nen Lolli. Ja. Hey, also, ich würd den Lolli nehmen. Mehr als die 2.400 in der Phase hier gerade, aber ja. Bei einem steht ja aber auch seine Armee immer neben die Stadt, ne? Ich hab noch keine Armee getroffen, die in der Stadt ist, sondern die stehen immer davor. Ja, das machen sie gerne. Ähm. Aber das soll mir recht sein, weil dann kann Boris sie leichter mit, äh, Blitzangriff abholen. Ja, also mir soll's auch recht sein im Zweifel, ne? So ist es nicht. Ja. Wenn der Feind dumm ist, sollte man da nie irgendwie gegensteuern. So. Dankeschön. Ich weiß auch einfach nicht mehr, was ich erforschen soll, ne? Ich auch nicht. Und dankeschön, Klebby. Alter, sogar Tier 3-Saps, what the fuck. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist super nett, dankeschön. Danke, 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 danke schön. Ich finde es ja ein bisschen blöd, dass man, ähm, dass man ja die, äh, die Städte braucht zur Forschung, ne? Und, ähm, wenn du drei Kislev-Fraktionen hast, kann niemand von uns je alles erforschen, weil du hast halt nicht alle Technologien zur Verfügung überhaupt. Danke, lieben, danke schön. Das ist wichtig. Aber ich muss sagen, dass das Rundentempo hat angezogen. Ich muss hier wieder... Ja, ich bin auch stolz. Also, das macht ihr gut. Ich habe auch wieder was zu tun jetzt. Das ist toll. Ja. Wie weit seid ihr denn in euren Provinz? Ganz gut dabei. Wie ist denn... Also, ich bin jetzt einfach an der Innenhauptarmee vorbeigelaufen, um mir das Gebiet dahinter zu holen. Oh Gott, da ist noch eine 20er-Armee. Ja, mal gucken, wie das jetzt gleich läuft. Wir werden es auf jeden Fall gleich rausfinden, wie es läuft. Klinkt eher angesprochen. Ach nee, das bist du ja gar nicht. Nee, das bin ich dich. Das bist der Kislev. Ich tue jetzt hier gerade irgendwie fünf... Und dankeschön, Jack Happer, für die zwölf Monate. Vielen Dank. Und dankeschön, Sailtrain, für die Bits. Vielen Dank. Vielen Dank. Oder erst mal eine im Blitzschlag. Das geht auch. Er zieht da wieder zurück. Großes Kleinschwanz. Die anderen sind auch schon noch dran. Aber... Jetzt... Jetzt habe ich nämlich weniger Bären dabei verloren. Ich bin entspannt. So. Zieh nicht komplett hier weggelöscht einfach. Ah nee, hier ist es nochmal wieder. Der spawnt halt auch immer direkt wieder Zeugs. Okay, aber jetzt sind wir hier ganz gut am... Ich habe statt vor... Ist der noch dieser Zwanziger-Spawn, den wir irgendwann einfach hatten? Ja. Von den habe ich einfach geträumt. Das hat mich richtig verstört. Ich bin einfach... Ich habe einfach so einen Harry-Potter-Tom gehabt. Habe ich öfter, quasi. Und dann gab es so einen Zwanziger-Stack. Aber man hat mich gut abgeholt. Ich bin aufgeholt und muss jetzt mal grinsen. Aber einfach... Ja. Das ist schon... Alter. Aber das ist auch... Also... Das ist auch... Damit gesteht man sich halt auch wirklich wahre Leidenschaft ein, wenn man anfängt von Warhammer zu träumen. Das stimmt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was Negatives. Jetzt auch nicht unbedingt was Positives. Je nachdem, was es für ein Traum war. Aber... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gut, gut. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, gut. Lassen wir ja, ja im Raum stehen. Das klingt gut. Ja, ja. Alter. Kennst du gut, Johnny? Bist du irgendwie... Ja, ja. Hängt die Schallplatte oder was genau passiert da gerade? Im Tweet zu Sangenheim in der letzten Zeit, das ist... Aber ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay. So, baue ich jetzt hier nochmal Garnison? Es gibt hier einfach keinen Gegner mehr, ne? Ist doch irgendwann egal. Mein... Ach, der Chat. Ihr müsst nicht so pervers sein. Oh, wow. Also, mein Chat unterstellt dir gerade, dass du Sexträume mit Ogern hast? Ja. Oh, ganz schlimm. Also, ich muss sagen, ich habe viele Träume. Sexträume sind sehr selten. Das tut mir leid für dich. Und nie mit Ogern. Ja, mir auch. Oh, das verlieren wir. Das brauchen wir gar nicht spielen. Jetzt hat er das wieder niedergerissen von mir. Oh. Oh. Prag erinnert sich. Toll. Prag remembers. Und jetzt mache ich Minus, als ob ich jetzt Minus mache. Minus machen ist ja ein sicheres, wenn jetzt nichts Schlimmes. Okay, jetzt geht es bei mir nochmal krass ab. Seht ihr das hier? Also, in der Provinz bei Sepuski marschieren gerade nochmal vier Zinch-Armeen. Der Typ hat nur noch eine Stadt, weil ich ihm alles weggenommen habe. Scheiße. Ich komme halt nirgendwo durch. Die haben halt, das ist alles so voll. Und die haben so viele Einheiten. Ja, ja. Und es ist einfach nur, und es ist einfach nur ätzend. Weil die sind nicht, es ist ja keine Herausforderung, es ist einfach nur Einheiten stecken gerade. Ja. Es ist finanziell halt auch schwierig, so viel zu stacken, ne? Finde ich irgendwann. Ja. Die Sachen, die ich erforsche kann, sind so scheiße. Ja, bei mir auch. Ey, klar, will ich unbedingt vier Rüstung mehr für Bogen. Vor Einheiten, die ich nicht mal baue, weil ich eh nur Dill stacke, weil es anders eh nicht funktioniert. Als wäre es nicht schlimm genug, dass ich einen Helden habe, der die nutzlosesten Einheiten der Welt verstärkt. Aber du kriegst kostenloses Rekrutieren. Scheinbar, ja. Aber ich weiß auch noch nicht warum, aber ist gut. Und mir laufen die ganze Zeit diese Kackhelden, da ja jede Runde beginnt mit sechs Mordversuchen auf ihren Commander. Leider nicht geklappt. Oh, aber er ist trotzdem tot. Ach. Aber super. Ja, Boris hat leider gerade wurde einmal erwischt. Ob sie Frisse bekommen? Ja, sie haben ihn mit vier Armeen im Hinterhalt, obwohl ich hatte einen Hinterhalt gestellt und er hat das gesehen und hat so einen Teleport-Hinterhalt- Konter gemacht. Was ist denn Teleport-Konter? Das kann nur ziehen. Was ist das denn? Das hast du jetzt schon mal gesagt. Alles an diesem Stream ist gerade nur Cursed. Teleport-Konter da, da zurück. Oh mein Gott. Das niedergerissen und das nicht. Ach komm. Das ist ganz schlimm. Es werden immer mehr Armeen. Was ist das denn? Ja, ja, der irgendwie, also die KI spawnt die irgendwie gerade endlos nach. Das ist sehr, sehr... Das ist doch einfach nur ätzend. Niederlage! Nein, Johnny! Nicht du auch noch. Du warst der letzte von uns, der noch irgendwie... Das kann doch gar nicht sein. Doch, Johnny! Wo ist die Energy? Och nee. Where is the Energy? The Energy, where is sie? Also ich habe hier eine knappe Niederlage. Wollt ihr noch eins spielen? Können wir machen. Können wir machen? Können wir machen? Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Machen wir machen. Machen wir machen. Machen wir machen. Mann, ich vermisse die Pferde jetzt schon. Ich bin noch nicht mal operiert worden. Oh! Hast du Videos gemacht zum Amt? Nein, dann wird es noch schlimmer. Ich habe mir sogar schon ganz furchtbare Pferde-Spiele bei Steam runtergeladen. Also ich habe eins auf Nieder. Das ist vorgeschritten. Sogar die Kostenpflichtigen. Das ist richtig schlimm. Ich bin richtig verzweifelt. Ich habe auch Sims 3 wieder installiert, weil du bei Sims 3 Pferde haben kannst. Oh, das ist etwa ernst. Ich werde mir Sims 3 modden die nächsten Tage und dann werde ich im Bett liegen und werde Pferde züchten bei Sims. Ganz schlimm. Aber Kim hat mir auch versprochen, dass sie mir auf jeden Fall Fotos schickt, wenn sie das nächste Mal reiten ist. Sehr gut. Guck mal hier. Ne, warte mal. Halt, stopp. Erkennen Pferde ihre Reitersprüche? Erinnern sie sich an nicht. Tiere können sich grundlegend an Menschen erinnern, ja. Also Pferde sind auch, für das, dass ihre Gehirne Walnussgröße haben, sind sie tatsächlich ziemlich klug. Die erkennen dich, die können richtig erzogen werden, die erinnern sich an Dinge, also die sind ultrasozial, die gehen ultrakrass soziale Beziehungen ein, weil sie auch in Herdenverbänden leben. Hier, Pia, nur für dich. Oh, jawohl. So, äh, alles wie immer, ne? Wir haben See vor uns. Ja. Links ist hoch, ist ein bisschen doof, aber auch ein bisschen gut. Schauen wir mal. Es wird schon... Wir haben die Mülltonnen am Start, also alles ist easy. Sehr gut. Ich mag den Himmel, der macht das Ganze irgendwie so ein bisschen dramatisch. Alter. Gar nicht aufgefallen. Ich bin so blind für sowas, ne? Ist so krass. Das hat bei den Hintergrund einfach ein riesiges Feuerbrunst. Man hört einfach nur so... Aufstellung. Ach du dummer Wichser, komm her. Als ob der sich jetzt nicht bewegt. Ey, warte, ich gehöre. Kannst du ja kein Mal zählen, ey. Der steht da jetzt einfach nur, oder was? Das hat er nicht gesagt. So, Papa geht sie mal holen. Du meinst, dass die Mülltonnen rollt? Oh mein Gott, mein Chat hat mich gestern darauf hingewiesen, dass es in England einen Nationalsport gibt, der Käserollen heißt. Kennt ihr das? Ja, ja, das ist großartig. Da werfen Leute einen Käse, so ein Käserad, einen Berg runter und dahinter rennen ganz viele Leute hinterher, die werfen sich wirklich diesen Steilhang runter, diesem Käse hinterher, diesem Käserad und die Person, die als erstes unten ankommt, gewinnt das Käserad. Und das ist ein Nationalsport und dabei verletzen sich jedes Jahr sehr viele Menschen. Das ist sehr verstörend. Ja, das ist fantastisch. Ja, dummerweise ist meine Mülltonne mittlerweile sogar zum Baten zu dumm, weil sie unsichtbar ist. Oh. Ich bete. Ich bete, aber die kommen nicht, die lassen sich nicht beten. Die lassen sich nicht beten. Loll, in meinem Chat hat gerade jemand gesagt, dass er bei sowas schon mal mitgemacht hat. Ich liebe alles daran. Geil, jeder behauptet ein Beweisfoto. Ja, das stimmt, das stimmt. Gianni wurde in seinem Leben also oft von den Aussagen von anderen Menschen enttäuscht und glaubt ihnen deswegen nichts mehr. Gut. Ja. Okay. Habe ich so nichts nichts zu wieder. Da kommt einfach nichts, ne? Doch, doch. Die bewegen sich jetzt. Ja, das kann ja jeder sagen. Ich habe einfach mal die Genereien in die Fresse geschossen. Warum auch nicht? Ich habe den Magier draufgepackt, aber er bewegt sich nicht. Was? Guck mal, die bewegen sich. Oder? Will ich mir das ein? Die kommen noch näher. Ja, sie eiern. Die Reiter rechts kommen zumindest näher. Und er beschwört wieder was. Das ist ja eine nervige Fähigkeit. Vor allem, weil er sie komplett wasted immer. Naja. Also in dem Fall ist es halt für uns gut, weil der nicht angreift damit. Seine hat sie beschwört und jetzt schickt er sie weg. Jetzt kommt er ein bisschen von rechts und links mit Zeugs. Aber ist doch geil, da kommt endlich mal was in Schussreichweite. Wir können endlich mal was machen. Ja. Ja, die schießen halt schon die ganze Zeit. Aber nur mit dieser Schädelkanone, die kann ja nichts. Tut schon weh. Riesambiente, R-I-E-S-S-Bindestrich Ambiente. Ajova. Ich hab so das... Kommt der mit seinen Kommandanten echt alleine hier rein? Da ist auch so ein einzelner Held, ne? Der da einfach drin ist. Linke Front. Müsstest du gleich einmal umdrehen, bitte. Oh ja. Guter Hinweis. Oh, da ist echt... Kommt einiges an. Okay, ich schaff den nicht. Auch nicht mit Bär. Ich schaff den nicht. Auch nicht mit Bär. Oh, weil er desintegriert gerade. Der ist gleich weg. So, was die... Was der Plan hier an der linken Front ist, weiß auch... Ich weiß nicht, die stehen da einfach, aber ich will mich nicht bewegen, weil ich hab Angst, dass die Sicht bewegt. Okay, jetzt kommt um so. Oh ja. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ich hab dir ne Katze beschwört, ne? Schwören sie, was sie möchten. Ja, du musst die nur steuern, nur dass du Bescheid weißt. Ach so, das meinst du. Genau. Alter, der Dude haut dir jetzt gleich deine Zauberin raus, ja. Ich konnte nichts machen. Die Fledermaus ist dir einfach nachgeflogen und die hatte noch kein Mount. Das sieht auch nicht gut aus. Nee, leider gar nicht. Was? Das sind zu viele. Ach, wie ärgerlich. Ich glaube, ich kann nicht mehr was machen hier. Holy shit, ey. Dankeschön, Talazivia. Vielen lieben Dank für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Danke, 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 Dankeschön. Alter. Dankeschön, Dankeschön. Weil man generell ist einfach, Stufe 8 und 14 verliert er einfach gegen jemanden, der Stufe 4 ist. Ein 1 on 1. Du hättest ihn vielleicht nicht so oft die Mülltonne nennen sollen. Vielleicht hast du es persönlich genommen. Ist auch demoralisiert vielleicht. Das Witzige ist, jedes Mal, wenn er stirbt, kriegt er irgendwie 4 Level oder so. Ich weiß auch nicht. Hast du nicht früher Dragon Ball geschaut? Ja, nee. Wenn du an deine Grenzen gebracht wirst, irgendwann ist dann der Hauptcharakter draufgekommen, dass er irgendwie Teil von so einer Alienrasse ist, die immer stärker wird, wenn sie dem Tode nahe ist. Da hat er sich halt selber ständig fast umgebracht. Und ist dann immer stärker geworden dadurch. Das ist schon irgendwie smart, aber die Mülltonne treibt das zur Perfektion. Ja, die Mülltonne ist der Son Goku unserer Zeit. Oh, nee, er ist tot diesmal. Das ist sehr ärgerlich. Hä? Mann, ich bin immer so eine Sekunde mit meinen Gedanken woanders, komm zurück und bin so, die Mülltonne ist der Son Goku. Also, ich bin gemütet. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade immer so eine Sekunde mit meinen Gedanken woanders, dann komme ich zurück und höre so, die Mülltonne ist der Son Goku unserer Zeit. Was? What did I happen? Zumal mein Chat gerade sagt, hat Maurice gerade Dragon Ball gespoilert? Ja, ist furchtbar. Eine Serie, die 30 Jahre alt ist. Wow, das tut mir unglaublich leid. Oh nein, ich habe Dragon Ball gespoilert. Ah, I am sorry. Ja, schäm dich. Ja. Auf jeden Fall, schäm dich. Es kam jetzt aber nicht so ehrlich rüber. Dankeschön, Luke. Ich bin jetzt zwei Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin vielleicht einfach kein glaubwürdiger Typ. Ah, das ist lieb, Noice. Ja, halte ich für möglich. So, bei mir ist immer noch Warten auf Spieler. Ja, ich muss gerade meine Boris. Okay, gut. Alles gut. Ich bin doch in keinem Event eigentlich. Ich glaube, wir sind desing. Schon wieder? Ah, okay. Oh, was ist denn heute los? Oh, vor allem, wo hat er denn gespeichert? Das heißt Hauptmenü, ne? Immer am Ende der letzten Runde, wahrscheinlich. Ja, aber dann simuliere ich diesmal den Kampf. Ja, aber tatsächlich werde ich mich auch hier verabschieden müssen. Ich muss heute leider super pünktlich los, weil ich ja dann meine Fahrstunde, meinen Fahrschulunterricht da habe und da kann ich nicht zu spät kommen. Du findest nicht in der ersten Stunde. Ja, war ein Statement, bin ich ehrlich, ne? Ja, ein bisschen schade, dass die Kampagne nicht noch bei einem Höhepunkt hatte, ne? Ja, irgendwie sad, also... Also fühlt sich schon sehr zäh an. Also ich glaube, so in fünf Runden oder so bin ich mit der linken Provinz durch und dann kann ich rüberkommen, aber ich hab halt... Also ich hab halt keine Zweifel, dass wir die gewinnen. Ja. Ich hab nur Zweifel, ob das enjoyable wird. Richtig. Also ich würde jetzt auch, ich muss halt jetzt Boris nachrekrutieren wieder mit einem Bären-Doomstack und dann gehen wir wieder los. Aber ich find auch, es fehlt so ein bisschen... Es versucht jetzt irgendwie eher noch so halt noch mal einen Höhepunkt irgendwie zu erzeugen, indem halt selbst aus einer Stadt die noch mal vier Doomstacks spawnen, so aus dem Nichts. Aber spannend geht anders. Was schade ist, was ja am Anfang echt cool war, finde ich. Also und ich bin immer noch stolz drauf, dass wir uns durchgebissen haben. Wir haben erst den Nörgel-Part geschafft und dann haben wir jetzt diese Wellen abgeschmettert und so. Aber jetzt ist das eigentlich so ein bisschen so, ah, hm, okay, das ist jetzt so spannend auch nicht mehr. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Stream und ich würd gern trotzdem gucken, ob wir's halt trotzdem irgendwie fertig bekommen, ne? Ja, würd ich auch. Also wir haben jetzt genug reingesteckt, ja. Ja, also jetzt kommt's auch nicht auf noch mal acht an, ne? Ja, es muss jetzt irgendwie gehen. Wir machen das. Außerdem, ja. Hätte auch so einen Fahnenbeigeschmack, wenn man's nicht macht. Nee, das wär jetzt auch, nee, das kann man jetzt nicht bringen. Vor allem, wer weiß, vielleicht kommt dann irgendwie noch ein Fight oder so, der besonders cool ist. Wer weiß, vielleicht gibt's ja noch einen finalen Fight und dann dodgt man den aus Versehen. Richtig, außerdem will ich das jetzt auch, also ich will das jetzt unter meinem, ich will das jetzt dann auch sagen können, wir haben diese Kampagne halt geschafft, ne? Ja, nee, klar, die schwerste Kampagne, wir haben sie halt so lange gespielt, bis sie langweilig wurde und dann, ne? Nee, nee, wir haben sie geschafft. Wir haben sie fertig gemacht, obwohl sie langweilig wurde. Genau, genau. Weil wenn wir uns von Schwierigkeitsgrad nicht abhalten lassen, warum dann von Langeweile? Absolut, absolut. Ja gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Stream. Ey, ja, dir, alles Gute. Dankeschön, ja, wird schon, ich überlebe's, hoffe ich. Ja, und gut, gut, also schnelle, schnelle Erholung. Hoffe ich, das klang so düster gerade. Das klang überhaupt nicht gut. Nein, das, ich meine nur, sag Bescheid, wenn du wieder quasi im Saft stehst und dann gehen wir nach die Slap zurück. Das klingt genauso unappetitlich, aber mach ich. Ich glaube, wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt am besten auf. Ab hier gibt's nur noch Abfärts. Die Flüssigkeiten des Körpers wieder im Gleichgewicht stehen. Nee, ich glaube, ihr seid einfach sehr negativ gepolt heute. Ihr habt auch, Boris, noble Aktionen die ganze Zeit schon negativ interpretiert. No, no. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem bei euch und ihr solltet mal drüber nachdenken, wie ihr das Leben seht. Das Glas ist nicht immer halb leer. Ich muss leider wirklich los, aber ich danke euch. Adios. Wir hören uns. Tschüss. Jawohl. Schönen Abend. Tschüss.